Sie hören Tischgespräche mit Serdar Sumuncu und Nils Ruf. Jo, herzlich willkommen zur ersten Folge von Tischgespräche. Das ist der Titel, den wir jetzt final genommen haben. Serdar meinte, das sei ein Lieblingsbuch von ihm und okay, ich kenne es nicht, aber schöner Vorschlag. Er sagt auch, er hätte gerne Tischgespräche, Deux enfants terribles. Mal gucken, ob wir das irgendwie noch ins Logo eingebaut kriegen oder ob es einfach reicht, wenn wir es Tischgespräche nennen. Für die erste Folge sind Serdar und ich in das Berliner Restaurant Entre Côtes gegangen. Das ist so ein bisschen wie ein etwas weniger hippes Borchardt, war mein Vorschlag. Ein bisschen, weil ich um die Ecke einen Termin hatte, ein bisschen, weil es auch da wirklich sehr, sehr lecker ist. Und das Restaurant ist bekannt für sein Chateaubriand. Das ist ein quasi im Ganzen gegartes Rinderfilet aus dem Ofen. Rundherum angebraten dann aus dem Ofen mit Pommes, Aloumet, Strichholzpommes und Erbsen und Mörchen. Und Serdar war auch begeistert und wir haben Austern auch gegessen vorweg und haben das Aufnahmegerät einfach mal relativ unauffällig auf den Tisch gestellt. Und das haben uns extra, obwohl ein heißer Tag war, auch ins Hinterzimmer gesetzt. Aber leider wurde es dann da auch voll und es gibt ein paar Hintergrundgeräusche, die mit Dauer des Podcasts anwachsen. Wir haben auch ein paar Flaschen Wein getrunken. Und das ist eine auf jeden Fall zu empfehlende Vorbereitung, wenn man lautstark über den Islam diskutieren will. Serdar verträgt ein bisschen mehr als ich, muss ich sagen. Ich habe immer schon leicht einsitzen und klingt dann ein bisschen wie so ein Teken-Nazi. Ich muss mich dann echt immer hier durch das Material kämpfen und gucken, ob ich irgendwas rausschneiden muss. Weil, naja, you know, it takes me away. Wir sind auf vier Stunden gekommen und ich habe gedacht, komm, lassen wir es so. Das ist doch auch die Stärke von Podcasts, dass sie schön lang sind. Ob wir jetzt immer vier Stunden machen sollten, weiß ich nicht. Aber für einen Pilot ist das doch mal eine Ansage. Was man dazu sagen muss, ist übrigens, dass Serdar alle fünf Minuten neue Titelvorschläge hat. Diese Nachricht erreichte mich vor fünf Minuten zum Beispiel. Ach ja, und ich plädiere übrigens vehement für den Namen Podkätzchen. Das ist ein geiles Wortspiel, Podkätzchen. Und wir sind Podkätzchen. Finde ich geil, finde ich richtig geil. Auf Englisch, glaube ich, Füchsin, Wichsen. Ja, gab es ja mal so eine Hardrock-Band. Lass es so nennen. Hat er gerade gesagt, dass Kätzchen auf Englisch Wichsen heißt? Oder sagt er immer Wichsen, wenn ihm der richtige Begriff nicht einfällt? Ich weiß es nicht. Werde ich ihn fragen. Leider nicht heute, obwohl man denken könnte, man meinen könnte, ich hätte in vier Stunden genügend Zeit dazu. Aber das war ja schon vor ein paar Wochen. Hat ein bisschen gedauert, lag ein bisschen rum. Ich hatte das Ganze auch schon mal bearbeitet und dann ist es aber irgendwie gelöscht worden. Und dann hatte ich Motivationsprobleme. Ich glaube, wir wollen diesen Podcast in Zukunft wöchentlich, 14-täglich oder monatlich machen. Und der Plan ist, dass wir, wenn auch nicht immer, dann noch zumindest meistens in einem Restaurant sind, das wir im Anschluss auch bewerten oder empfehlen. Und das Restaurant Entre Cotes können wir rundherum empfehlen. Es ist nicht zu hip. Es ist ein bisschen schick. Man kann mit seinen Eltern hingehen. So ein Laden ist es eigentlich oder auch mit seiner Freundin oder auch zu einem Date oder eben auch, um einen Podcast aufzunehmen. Sehr nette Menschen dort. Ich hatte mein Ladegerät für das iPhone vergessen. Das wurde mir anschließend mit der Post geschickt. Toller Laden. Kann man rundherum empfehlen. Toller Weinkeller. Und da haben wir uns auch nicht durchgesoffen. Und das Gerät lief mit. Setzt euch doch zu uns an den Tisch. Setzt euch doch jetzt zu uns an den Tisch. Und seid sozusagen virtuellerweise unsere Gäste, wenn es heißt Tischgespräche mit Serra und mir. Viel Spaß bei den nun folgenden vier Stunden. So. Läuft. Super. Ja? Sehr gut. Du kannst also... Wir verstellen uns. Hier ist Deins. Ich verschaffe das sowieso nicht. Meinst du, wir schaffen es? Uns mal nicht zu verstellen? Wir verstellen uns gar nicht. Hier findest du meine Leserwelle aus dem Drogeriemarkt. Echt? Mit Feuung? Ja. 4,99. Siegt man damit was? Ja. Ich habe mir meine vor zehn Jahren lasern lassen meine Augen. Und jetzt... Das geht aber. 1,5 Uhr. Warte mal. Ist das kurzsichtig? Ja, ne? Ich kann damit nicht gucken. Aber so wenn ich näher rangehe, ist es wie eine Lupe. Oder bin ich wieder weitsichtig? Aber ich glaube, die verkaufen nur kurzsichtig, ne? Das ist halt. Das ist halt. Du hast gerade bemerkt, dass ich mich zustelle... Das ist ein Fleischlokal. Französisch war eigentlich, ne? Oh, unter kurz. Ist es auch ein Fischlokal oder hast du ein Fleischlokal gesagt? Ich habe jetzt nicht zugehört. Ich stelle eine Frage und höre gar nicht zu. Das ist halt geil. So seid ihr, die jungen Leute. Ja. Das ist, weil ihr immer piep piep mit dem Handy, ne? Ich esse auch. Jetzt bin ich schon wieder verstellt. Essst du mir auch? Vorweg? Ja, aber wenig. Wenn die gut sind. Wenn es Claire de Fille oder... Fille de Claire. Fille de Claire. Ja. Claire de Dienis von... Ich muss es annehmen. Claire de Dienis von MBC. Mh, die Besten. Scheiße. Ich habe den nur zu spät bekommen. Kennst du Claude de MBC? Ich habe alles von ihm gelesen, bis auf sein... Das ist ein Spaß. Jetzt fängst du wieder mit deiner Bildungsbewerbung. Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, ich kenne ihn selber nicht. Welche Oper waren nochmal von Mozart? Hast du jetzt die... Welche Oper? Rossini war nämlich gar nicht von Mozart. Nee, Rossini war nicht. Rotbart. Der Barbier von... Von Rotbart. Rotbart heißt ja Rossini, ne? Achso, ja, ja, klar. Also der Russe ist damit gemeint, ne? Ich habe keine Ahnung, hör auf jetzt. Weißt du, was die Operation Barber ausmacht war? Was jetzt nicht oder Fleisch? Also, ich bestelle hier immer nur, und das ist nicht, was man hierher kommt, ist das Chateaubriand. Weißt du, was ist das? Das können wir zu zweit bestellen. Genau. Sollen wir es machen? Also ein Rinderfilet? Ich weiß. Aus dem Ofen? Ja, ich kenne es schon. Dazu kriegst du Pommes Aloumet. Ey, das mach ich mal, komm. Diese ganz dünnen Pommes. Ja. Und Erbsenmörchen. Oh. Das ist perfekt. Ey, und sollen wir vorher ein paar Austern testen? Ja, sechs Stück. Sechs Stück finde ich super. Oder? Perfekt. Dann haben wir hier ein bisschen Austern-Action. Supergeil, supergeil. Ich glaube, ich habe 70 Euro dabei. Den Rest musst du machen. Ja, ja. Wie immer. Wie? Ja? Ich bin Französisch. Ich. Ich bin Französisch. Ich bin Französisch. Nein, ich bin Französisch von Französisch. Ich bin Französisch. Wie heißt er Französisch? Französisch? Französisch, ja. Eure frischesten Austern? Wie viel? Die Austern, die Sie heute gefangen haben. Ich bin kein Spezialist, ich bin Vegetarierin. Ich will einen Kollegen von Ihnen. Ich bin Nils. Und keine Freundin? Was hast du Freude? Nein, sorry. Ich bin nicht der beste Person, um zu erklären. Ich bin in Berlin. Nein, ich kann nicht Ihnen sagen. Ich bin Französisch. Ich bin Französisch. Ja, ich bin Französisch. Ich will einen Kollegen von Ihnen. Wer bist du? Nein, ich bin nicht mehr. Ich bin von Frankreich. Marseille? Nicht sehr weit zwischen Marseille und Nils. Aber ich will nicht mehr. Wow, guter Start in die Sendung, direkt so pseudo-französisch. Ja, du hast sie auch französisch angeflordet, ne? Ja, die ist so ein bisschen arabesk, ne? Ja, ein bisschen, ne? Ich habe auch gleich das Leuchte in deinen Augen gesehen. Nicht schlecht. Die ist zu klein, ist die. Zu klein, zu schmal. Da stichst du durch. Wie geht's, sagen wir die Funktionen. Machst du eine Ankündigung oder gehen wir einfach so in die Sendung? Das ist eigentlich auch cool, oder? Ja, stimmt. Das war der Cold Opener. Jetzt musst du in die Sendung ein. Jetzt müssen wir eigentlich, ja, wobei es ja unsere Sendung ist. Das ist ja jetzt unsere. Ja, ja. Wer ist eigentlich der Sidekick? Wie heißt die Sendung eigentlich? Sag doch mal ganz kurz. Wir hatten jetzt als letztes, ähm, die Schöne und den Biest. Super, der Biest. Super Titel. Die Schöne und der Biest? Nee, das Schöne und der Biest. Das Schöne und der Biest. Der Schöne und das Biest. Weil man sich das besser merken kann, wenn man nämlich so einen kleinen Fehler drin hat. Ja. Dann bleibt das nämlich hängen bei den Leuten. Ja. Wir können aber auch gleich nochmal reingucken, was die Leute abgestimmt haben. Ja, war favorisiert. Wir hatten noch, äh... Schitterneinander-Lin. Die ist sehr gut bei Schitter. Aber beziehst du es ja auf Schmitterneinander, finde ich. Ich finde es so schade, sich auf etwas zu beziehen, was schon so Jahre vorbei ist. Randale hatten wir. Aber andererseits, andererseits bist du mit meinem Kampf. Natürlich Deutschland geturrt, oder? Was ist denn mit Ohrräuber? Schade. Ohrräuber ist scheiße, oder? Das ist ganz schlimm. Das ist so Öko, ne? Gehen Sie diese Band Ohrmoten? Ohrräuber? Das ist so eine Kindertheatergruppe. Traum... Orkan hatte ich auch noch aus der Liste. Ja, ja. Das ist ja auch ein türkischer Vorname. Traumfänger eigentlich, ne? Traumfänger. Das ist die Übersetzung von Traumfänger. Orkan. Na, wir warten ab. Die Leute können ja noch weiter abstimmen. Oder wollen wir vorweg so ein paar Scambi... Ähm... Also bei Ausgaben, aber wenn der Laden gut ist, Das möchte ich auf jeden Fall aus dann haben. Wir können auch. Such du aus, was wir essen, okay? Nee, ich fand das echt ganz... Also ich hab immer das Chateau Brignon hergehabt. Das ist mega. Ist das denn nicht zu viel? Zu zweit. Okay, dann essen wir. Also das schaffen wir schon. Ich mach nur... Ich hab einen Slowcooker. Glaub ich ein Bier haben? Ja. Fertil sur la Cônebourg, weiter vor dem Wasser. Äh, Cônebourg. Nein. Sehr gut. Ich mach ganz viel la... Boeuf Bourgognon, sag mal. Ja, äh... Das ist so ein Slowcooker. Ja. Und, äh... Du bist beim Fleisch hinten, ne? Also ey, ich find, wenn das Chateau Brignon gut ist, ist das mega. Ja, Chateau Brignon. Das ist wirklich... So ein schönes Weihnachtsessen eigentlich, ne? Zu unserer ersten Sendung, hab ich gedacht, können wir uns doch mal was gönnen. Ja. Wir hätten gerne sechs Ausland-Drink. Welche Ausland haben Sie denn? Finde Claire. Finde Claire. Achso, die Mittler. Das hab ich gefragt. Bethany. Oder wie du sagst, Claire de Fing. Ne, ich hab Finde Claire gesagt. Geht man nicht falsch. Seht ihr denn Nummer zwei wahrscheinlich? Ja, ja. Die Mittlerinnen. So schön, sind gut. Sehr gut. Dann nehmen wir acht. Ja. Und acht ist jetzt doch, ja? Und ein Glästchen Champagner dazu. Ja. Rosé, non? Rosé. Beide so schwer. Sehr gut. Kate. Bacin mit oder ohne? Badoin. Badoin. Okay, okay. Haben Sie auch Medium? Badoin ist Medium. Ah ja. Badoin ist Medium. Ich dachte gerade, ich hab die verhört, aber ja, klar. Simon, du bist ein Prost? Und ich bin die Viziein. Ah. Und ein Fläschchen, ein Fläschchen, ein Fläschchen, ein Wein aus? Oder soll ich? Mach mal, such du, wenn du Ahnung hast. Sonst machen wir es zusammen oder lass uns einen Empfehlern. Ja, wir sehen uns auch. Alles klar. Brotwein lieber jetzt auch machen. Nein, Brotwein nicht. Nein. Zum Chateau-Briand vielleicht. Was Sommerliches, oder? Also ich würde auch lieber Weiß trinken, aber wir können zum Chateau-Briand. Oder Rosé. Oh, Rosé ist eine gute Idee. Einer aus der Provence. Wir haben Provence, Beupré, Provence. Bei jeder Rosé wird ja auch Rotweintrauben gekelt hat, ne? Der, äh, ja. Wir haben zwei Rosé, Beupré, also aus der Provence. Oder ein Sancer Rosé, das ist der Pinot. Ich würde den ersten nehmen. Der Sancer wird ein bisschen zu kräftig sein. Den Chateau, Chateau de Beaupré, aus Chateau d'Axon. D'Axon, 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 D'Axon. Das ist ein bisschen später, ne? Ich kann ein paar Sätze von zwanzösisch. Hattest du immer eine Französin am Start? Ich hab... Hast du Nationalitäten zusammen schon mal gespielt? Sprech jetzt schon mal gemacht? Sprech jetzt sowas mit Französisch. Also ich hatte eine französischsprachige, ja. Ja. Aber hast du... Wir müssen eigentlich immer so ein Album machen, und da müssen wir alle Nationen einkleben, die wir schon hatten. Oh, das wäre geil. Hast du schon... In Europa? Was hast du... Griechenland? 2. Das weiß ich nicht genau. Okay, 1 zu 0 für mich. Italien? Ja. 2 zu 1. Österreich? Ja, schau. 3 zu 2. Da steht wahrscheinlich 10er. 2 jetzt für mich. Ne, ne, ne. Gut, im Moment mehrere Österreicher zählen nicht mehr. Österreich hab ich wirklich gewissenhaft umgegraben. Ein Punkt pro Land. Okay. Okay, Ungarn? Ja, klar. Hast du auch? Ja, klar. Oder hast du die Nutten? 4? Ich wollte gerade fragen, ob es 10 Euro bezahlt hat. Okay, 4, 3. Polen? Ja. 5, 4. Wie geht's? Hä? Dankeschön. Polen 5, 4. Russland? Ja. 6, 5. Holland? Führe ich jetzt schon? Ne, ich führe immer noch, ne? Immer noch ein Punkt. Griechenland hattest du nicht, wusstest du nicht. Wusste ich nicht. Also es steht 6, 5. Holland, ja. 7, 6 hab ich auch. Belgien? Weiß ich auch nicht genug. 8, 6 hab ich gern. Portugal? Ja. Das hab ich nicht gern. Scheiß 8, 7. England? Ja. Hast du auch? Klar. Ja? Ich hab England oder was? Irland? Ich weiß es nicht. Okay, ich weiß es nicht. 8, 8. Was hast du noch? 8, 8? Da haben wir noch eine schöne Zeit. Okay, komm. Europa 8, 8 und entschieden. Wir wechseln demnächst die Kontinente. Obwohl in Asien hätten wir wahrscheinlich beide. Wir dürfen nicht bei 8, 8 stehen bleiben. Das ist ja kein gutes Omen, ne? Wer geht's noch? 6, 9, 8. Schweden? Ne. 9, 8. 9, 8. Oh. Tschüss. Geil, guck mal. Die haben Krone im Buch. Riecht geil. Super. Geil. Gorn hier. Also wir machen einen Podcast und wir haben noch keinen Namen. Ich fang jetzt mal an. Wollen wir den Chaplin nennen? Mit dem Podcast können wir Chaplin nennen. Erstmal, ne? Chaplin und das Biest. Ich find Chaplin zu kräftig. Ja? Dann wird das richtig federleicht, ja? Einfach einen schönen Pinot Blanc. Muscadet ist gut. Ähm. Geht der Muscadet? 19 Euro. Ey, ganz ehrlich. Das war uns nicht schmecken. Oh. Jetzt gehen wir uns nicht in die Wehne. Aber wir sind zu dumm für Teugeweide. Ne. Also schmeckt. Ja? Ja. Okay. Und was ist der teuerste? Auf der Seite 170. Und was ist das für eine? Saucette? Peuligny, Montrachet, Grand Cru, Le Perrier, Lucien, Boyon. Das wissen wir nicht zu schätzen. Nein. Ne. Nehmen wir jetzt hier auch billiger. Nehmen wir den Merusol. Ne. Nur französisch. Ne. Die haben auch eine Rubrik, die heißt Blick zum Nachbarn. Ich mag doch Eltern. Blick zum Nachbarn. Ja, aus der Pfalz, aus Baden, aus dem Rheingau, Mosel. Na. Sag mal nochmal. Du sagst Stopp, ja? Pfalz. Pfalz. Da haben sie den Knipser. Na, ist auch gut. Willst du einen schönen Knipser? Das Spiel könnte man auch in Deutschland spielen, ne? In welcher Stadt? Ja, das machen wir gleich. Europa, Welt und Deutschland. Ist geil. Oh, okay. Und dann innerhalb Berlin in den Stadtteilen. Bist du früher viel rumgefahren, um Frauen zu treffen? Um nicht erkannt zu werden von den Frauen, die ich von den anderen Stadtteilen hatte. Ja, das hat James Hetfield von Metallica erzählt. Das ist halt früher so wahr, dass die halt immer besoffen waren. Die kamen von der Bühne und dann standen die Frauen in der Dusche, um die einzuseifen. Das war so deren Ding. Und dass es dann später, wenn man privat in die Stadt zurückkam, dass es dann Ärger gab. Mit Boyfriends, mit Eltern, mit Frauen, mit Stripshoppen, in denen man auch Schulden hatte. Apropos James Hetfield. Ich habe diese Woche eine kleine Internetreise gemacht. Und du kennst dich ja so tierisch gut aus. Kennst du Craig Ferguson? Ja, Craig Ferguson. Craig Ferguson? Ja. Was für ein geiler Typ, oder? Ich kannte den nicht. Achso, krass. Du kennst den, ne? Ja. Der Schotter, der die Late Late Night gemacht hat. Ja, genau. Der Alkoholiker war auch, ne? Der Alkoholiker war, der eine Sendung komplett über den Tod seines Vaters gemacht hat. Wo er auf die Bühne kommt und sagt, ich habe heute keinen Bock, mein Vater ist gestorben. Und dann macht er 90 Minuten. Ja, ja. Geiler Typ. Stimmt, das war seine Studioman. Genau. Genau, genau. Ich nehme ein Stück von deinem... Das war geil. Krone. Das ist ein super Stand-up. Der macht aber nicht mehr, ne? Ne, ne, der hat aufgehört. Super Typ auch. Der sagt, in der letzten Sendung sagt er, ich höre einfach auf, weil ich merke, ich habe keinen Bock mehr. Und ich mache vielleicht was anderes. Und jetzt macht er auf History Channel eine Diskussionssendung über so geschichtliche Phänomene. Super, super, super geiler Typ. Craig Ferguson, ich kannte den nicht. In der einen Sendung... Die Geschichtssendung kenne ich nicht. Die ist auf History Channel. In der einen Sendung, wo Metallica zu Gast ist, macht er einen super Stand-up. Der hat ja diese Puppe, diesen Tod, der als Puppe dasteht. Ja. Das ist ein Redakteur. Und dieses Pferd gibt es auch, ne? Das Pferd auch. Und dann fragt er... Was sag ich jetzt? Das Gegenteil von Heavy Metal. Du sagst immer Lightwood. Das Puppe, das verstehe ich eigentlich nur wenn es sieht. Nein, gut, ja. Aber der improvisiert auch immer nicht viel, glaube ich. Ja, und der ist einfach sympathisch, ne? Super sympathisch. Total. Und das ist eine ganz andere Masche, eine ganz andere Haltung als das hierzulande ist, ne? Jetzt und dann geht es ein bisschen um Arroganz und drüberstehen und Dauer überwie. Guckst du die amerikanischen Talkshows? Ab und zu guck ich mal rein, ja? Wie findest du Stephen Colbert? Ah Mist, ich wollte was klauen. Stephen Colbert geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack. Der ist ein bisschen zu klein. Ich fand ihn geiler, als er den Konservativen noch gespielt hat. Ja, ja, ja. Colbert Report. Aber der macht im Moment ja nur Anti-Trump, ne? Jede Folge von ihm ist komplett... Ja, ja, da hat er sich... Ich weiß auch nicht, wie noch... Bisschen festgebissen. Ja, finde ich auch ein bisschen. Kreist ein bisschen im Fall. Was ist mit Jimmy, ne? Kannst du auch nicht operieren, ne? Ja, aber ich finde das jetzt... Das wäre fast edler Ball. Da muss man die Folge gucken, wo Craig Ferguson bei ihm zu Gast ist. Mhm. Und er fragt, warum er aufgehört hat. Jetzt wäre doch eine super Zeit mit Trump. Und dann sagt er... Am Anfang habe ich auch gedacht, als Trump an die Macht kam. Super. Und dann habe ich gedacht, ach komm, den Gefallen möchte ich hier nicht tun. Und... Also so sehe ich es eigentlich auch, ne? Dass du... Irgendwann auch zu viele bei dir bist. Ich würde es einfach eher... Ich würde es am Schluss immer beibloggen machen. Ach ja, ganz kurz noch. Unser Präsident hat gerade in deinem Video CNN verkloppt. Hast du das gesehen? Mhm. Ich meine, das Video ist ja bekannt, ne? Ja. Beim Wrestling, ne? Und es war eine Fake-Veranstaltung. Ja, es war Wrestling. So nennt man es auch. Ja. Es war eine Fake-Veranstaltung. Es war Wrestling. Und die anderen? Jimmy Fallon? Ähm... Der ist mir eigentlich zu nett. Aber was der natürlich drauf hat, ist... Man kann singen. Der... Ähm... Ja, der... Der hat Zeit drauf, nett zu sein, ne? Ähm... Ganz andere Maschel, ne? Ganz... Ja. Das ist mir auch manchmal nicht bissig genug. Und zu viele Kinder... Der spielt ja nur Kindergroße Spiele. Mhm. Aber kürzlich hab ich was Lustiges gesehen, die von mir sehr verärtert Kirsten Wick war da. Von Saturday Night Live. Und? Ähm... Die haben so ein Spiel gespielt, das wollte ich eigentlich auch mit dir spielen. Aber ich hab's natürlich nicht... Ähm... Es fällt mir gerade jetzt wieder ein. Glühend heiß. Ähm... Ähm... Da fragt sie, sag einen Verwandten. Und sie sagt, ähm... A second cousin. Mhm. Ähm... Dann sagt er, ähm... Okay, ich sag den Verwandten. Ähm... Was denn? Er wird untersucht. Und dann sagt sie so, ähm... I recommend you go home to your second cousin and start hammering. Und so meinst du so. Ah, okay. Dadurch ist es dann lustig. Äh... Das hätten wir hier auch spielen. Das können wir mal im Podcast schon spielen. Oh. Ja, wir haben jetzt einen Podcast, ne? Geil. Wir haben jetzt einen Podcast zusammen. Cooles Mikro. Wie fühlt sich das an, hä? Du bist nicht mehr auf der Straße. Cooler Faust. Cooles Mikro, ey. Das ist echt gut ausgerüstet. Alles am Start im Teil, hä? Das ist richtig teuer. Ja? Ehrlich? Schon schön drüber. Ähm... Was ist denn jetzt der Kimmel? Ich frag das jetzt mal ab, weil ich bin nämlich selber so... Den fand ich geiler, als er noch dick war. Mhm. Ich musste auch fast ein bisschen... Ich war so... Boah... Er hat ja diesen Stand-up gemacht, mit seinem Baby, dass fast gestorben wäre. Hab ich das gesehen? Ja. Seine Frau hat ein Baby bekommen. Es gab Komplikationen. Die haben es gerettet. Und dann hat er wirklich ein paar Mal geholfen am Stand-up. Ist es die Mode dann so ein bisschen, so Emotionen zu zeigen? Naja, andererseits hast du wahrscheinlich da Emotionen auch. Sie sind wahrscheinlich schon echt, ne? Aber es ist schon ungewöhnlich, in eine Show zu gehen, sie so als Unterhaltungsshow gedacht haben, so persönliche Kraft zu erzählen. Ja, ich hätt's vielleicht auch ausfallen lassen. Mhm. Ich fand's auch irgendwie gut. Also ich seh auch keinen Grund, warum man die ganze Zeit so ne verbissene, so was Hermetisches haben sollte, ne? Also... Ich find's auch gut. Ich find's auch gut. Ja, find ich auch. Aber es kommt... Der Böhmermann kommt da rein. Der ist ja unser großer Late-Night-Talker, wie wir alle wissen. Ähm... Und der war ja auch schon in Amerika. Der letzte... Ne, Lanz. Lanz ist der... Lanz ist eigenes Late-Night-Talker. Ja, also einmal die Woche... Ja, Glanz viermal die Woche, oder? Nein, ich mein... Ja, der andere ist. Ja. Aber stell dir vor, der käme raus und würde weinen. Weil seine Frau ihren Job bei BDR verloren hat. Ich glaub, der wird total gewinnen dadurch. Also erstmal erzeugst du doch damit Mitleid und Mitgefühl. Ja. Die Leute können auch einmal emotional sich mit dir connecten, ne? Ja. Kommt halt drauf an, wie echt es ist, ne? Also wenn du erzählst, dass Kimmel das aufgemacht hat, vermute ich schon fast, dass es ne Masche ist. Wenn gestern dein Baby geboren wird und es geht um Leben und Tod. Und du kommst raus... Ich hab ihn nur schon abgenommen. Ja. Also äh... Und er hat geweint auch. Ja, immer wieder unter... Ja, und dann der Baby... Ehrlich? Ja, so. Ach, wow. Kannst du ja manken auch. Warst du schon sympathisch. Warst du schon sympathisch? Natürlich nicht ganz. Aber guckst du... Unser Austern. Guckst du, Lanz, eigentlich ab und zu? Habe ich früher ab und zu mal geguckt, ja? Ich hab den jetzt wieder ein paar Mal geguckt. Und er kriegt ja unheimliche Haue immer noch, ne? Das ist jetzt aber interessant. Halt mir den Gedanken mal ganz kurz fest. Darauf kommen wir nochmal zurück. Auf was? Auf die Haue? So spricht er doch immer. Achso. Boah, es hat ihn ja so lange gedauert, bis ich verstanden hab, was du meinst. Ähm... Ich find ihn... Aber ich hab jetzt die Sendung gesehen, wo er mit der AfD-Frau gesprochen hat. Mit dieser... Wie heißt die? Die Lesbe. Wei, wei, wei... Ah, die mit den komischen Ohren, ne? Ja, die eigentlich super aussehen. Voll peinlich, dass wir jetzt nicht auf den Namen kommen. Die Lesbe... Eigentlich... Aber halt lesbisch. Ehe für alle. Scheidung für alle. Danke schön. Ehe für alle. Ehe für alle sechs Stück gemacht. Oh. Lass uns erst mal drauf. Ja. Wenn's zufrieden ist, lass uns besser. Ach, sieht aber gut aus. Auch innen. Ähm... Guck mal, jetzt wird's hier doch noch voll, ne? Ja. Das ist aber völlig egal. Hauptsache man hört uns da, ja? Ähm... Eines nehmen wir, oder? Wir brauchen ja hier eins. Wir brauchen ja hier eins. Außer mit dem Vordergrund. Na klar. Hier. Das ist hier. Du brauchst das schon. Ja. Das wurde ja viel. Ja, die ganze Zeit. So. Ähm... Und da hat er die eigentlich Routine-Bagger genommen. Und hat auch wirklich kluge Fragen gestellt. Und ich hab mich so gefragt... Und hat er sie so fertig gemacht? So auf... Du siehst du von der AfD, ich muss die hart rannehmen? Das ist manchmal ein bisschen zu vorhersehbar. Ja. Finde ich auch. Aber... Wollen wir einfach den Günstigen für 19 Euro nehmen, oder willst du das nicht zu teurer zum Starten? Nimm den... Ist das der auch... Fühlst du was in der Mitte? Ja, es geht nämlich in den Preis. Es geht eher darum, dass es ein leichter war. Bei 19 Euro finde ich neugierig, was das für ein Wein ist. Mach doch. Oder? Wenn er nicht schmeckt, nehmen wir noch eine andere Flasche. Hier. Ich sag auch einfach, wir wollen den für 19 Euro. Schmeck mir gar nicht wie der heißt. Müskaté. Mh. Boah, die Außen sind gut. Richtig geil frisch. Oh, die sind super. Mh. Sag mal... Sind wir noch... Sind wir noch... nah genug beim Zuhörer? Wenn wir die Außenkartei erstmal... Scheißegal. Mh. 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 oder? Ich fand den total nett, als ich da war. Ja, der fängt einen ganz gut ein damit. Der ist natürlich anbiedernd und das war zum Beispiel so, du wirst ja geschminkt für die Sendung, gepudert und so und nach der Sendung nimmt man so ein Babytuch und rubbelt sich das runter. Und danach brennt dann auch ein, weil das alles runtergerubelt hat. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und dann kamen die Maskenbilder und meinte, brauchst du noch irgendwas? Und dann habe ich gesagt, hast du irgendwie eine Creme oder irgendwas? Weil danach kenne ich mich allein. Hat er oder du? Habe ich gesagt. Und er so, wie? Hat so getan, wie schwul, du cremst dich ein. Und dann hat er gesagt, er würde sich niemals eincremen. Das war so ein bisschen so, er will irgendwie immer, er will ein bisschen härter sein, als er ist. Aber der ist ja, du weißt, dass er Italiener ist. Aus Tirol. Und ich finde, der sieht sehr gut aus für mich. Der sieht top aus, ich finde aber, dass man merkt, dass der aus einem anderen Kulturkreis kommt. Höflicher und so? Nee. Der ist, also das, was so glatt wirkt, und diese komische Art, die der hat, die hat was damit zu tun, dass er nicht aus Deutschland kommt, glaube ich. Der spricht ja auch Muttersprache Ladinisch. Der ist eigentlich nicht Muttersprache im Deutschen. Ladinisch? Das ist die Sprache, die man in Südtirol spricht. Sprache. Das ist eine Sprache. Das ist eine Zisch- und Knacklaute, oder? Nein, das ist so eine Urform von Latein-Italienisch, glaube ich. Also irgendwie so ein Dialekt, den man im Norditalien spricht. Ich finde, der hat auch eine total scharfe Frau. Also nicht... Warst du nicht Birgit Schrober, oder? Nein. Der ist ja eine Asiaterin jetzt. Bist du denn... Ist der bei dir auch mit diesem roten Porsche vorgefahren? Das habe ich nicht gesehen. Du warst so in seiner Sendung. Du warst übrigens gut in der Sendung. Ich fand sie super. Ich finde dich immer in diesen Sendungen gut. Ich finde dich super... Ich habe ehrlich gesagt da gesessen und musste die ganze Zeit pissen. Und die haben die ganze Zeit... Fast neben Jenny Elbers neben mir. Und hat nicht aufgehört, darüber zu sprechen. Warum die hast du da kennengelernt, oder? Nö. Ich war Piep zehn Jahre vorher kennengelernt. Da hatte sie keinen Slipp an, glaube ich. Sie sagt schon. Und sie hat von ihrem ganzen Alkoholkram gefehlt. Und zwar 70 Minuten am Stück. Die haben das zusammengeschnitten. Und ich dachte, kann ich mal kurz aufstehen? Und wenn sie weiterhin vom Saufen redet, muss ich noch mehr pissen. Das ist sauer. Wenn du in der Sendung sitzt, du musst pissen. Aber ich fand dich total gut in der Sendung. Und ich fand, dass du... Der hat ja auch irgendwie ein Ausschnitt gezeigt von dir. So ältere Ausschnitte. Weil du solltest ja dann so ein bisschen vorgeführt werden als der Bösewicht. Nee, die hat das... Ich hab noch meine erste Sendung beim ZDF gemacht. Und die haben einfach noch sehr bescheuerte Aufnahmen von mir. Das sieht so krass anders aus, ey. Du siehst so anders aus. Ja, nee, als du den Bart noch nicht hattest. Wirklich wie so ein Jüngelchen. Nee, ich war ja auch ein Jüngelchen. Du saßt ja früher auch ohne Bart und so weiter aus. Bei dir war einfach Haut. Viel Haut. Diese Schildkuhl. Boah, ey, das ist viel. Das ist rasiertes Wildschwein. Ich greife die auf. Ich hab jetzt zwei gegessen. Echt? Und du? Sechs. Du hast schon sechs? Ich glaub ja. Man findet auch vier übrig. Zehn minus... Du bist ein Hektiker. Nee, ich hab zehn. Sechs. Ich bin Gierkopf. Sagt deine Freundin auch dazu, wir schlingen dich so. Das sagt meine Freundin tatsächlich. Und das ist peinlich. Das ist ein peinlicher Moment. Nils, schling dich so. Ein bisschen. Hast du Blutsport gemacht? Viel Sport und natürlich sehr diskriminiert gegessen. Ich war jetzt auf so einem Schloss. Am Wochenende haben so Brands, Internetpersönlichkeiten getroffen. Ich war so der Instagram-Husband meiner Freundin. Instagram-Husbands machen die Fotos. Und haben mir das so angeguckt. Und dann gab es tatsächlich nur veganes Essen von einem Catering-Service namens Beats and Roots. Beete und Wurzeln. Zurück zu Lanz. Der macht ja dann Fotos von einem. Und ich glaube, nach der Sendung hat er von dir auch eins gemacht. Echt nicht? Nee, nee. Eigentlich fotografiert er jeden Gast. Nee, wir sind aber auch nicht gut auseinandergegangen letztes Mal. War nicht so angenehm. Was war los? Die haben mir... Ich war mit dem Tauber da. Und Wotan Wilkenöhn. Und dann haben wir mit dem Tauber relativ lange gesprochen. 20 Minuten oder so. Wer ist der Tauber? Peter Tauber, der CDU-CSU-CSU-CSU-KW. Ah, okay. Und dann stand er in der laufenden Sendung auf, wenn der Mats lief und sagte, Serdar, wir müssen deinen Schlusspart leider rausspeißen. Also meinen Solo-Schlusspart. Du hast gar kein Gespräch. Ich habe gar kein Gespräch gehabt. Da war eine Frau, die hat über ihre Schlittenhunde gesprochen, ein anderer Typ. Und ich saß dann dreiviertel Stunde in der Sendung. Ohne, dass du dran kamst. Ohne, dass ich dran kam und nichts mehr gesagt habe. Das ist scheiße. Und dann bin ich da zu ihm und habe gesagt, es geht gar nicht. Es ist so assi, mich hier zu bestellen. Und dann mir in der Mats zu sagen, hey, sorry, du bist raus. Und er war dann auch eigentlich ganz korrekt und so. Aber wir sind dann nicht... War nicht schön. Wir waren nicht gut. Wir wollten eine E-Mail schreiben. Irgendwas mit Leica. Wir haben uns über Kameras unterhalten. Er hat dann ein Foto von mir gemacht. Und ich sollte eigentlich ein Foto von ihm machen mit diesen Zähne-Ding. Weißt du noch? Deswegen war ich auch da. Und dann? Und er wollte es in der Sendung machen. Das hat er dann nicht gemacht. Er meinte, machen wir gleich. Und dann hat ihm einfach jemand von ZDF geraten. Mach es lieber nichts. Das ist zu verrückt. Und so. Und du hast auch gerade so den ganzen Stress mit Wetten. Das. Und dann hat er es tatsächlich nicht gemacht. Das war natürlich der windelweiche Land, den ich erwartet habe. Aber man tut ihm Unrecht. Der ist eigentlich ein ganz netter. Ich finde den ganz nett. Ja, aber ganz nett reicht er nun mal nicht. Nee, aber was hast du mit dem sonst zu tun? Das sind halt freundlich. Die Leute mögen ihn aber zu Recht für eine Sache nicht. Er wirkt einfach überabitioniert. Weißt du noch, wie er bei Wetten dann rauskam? Der ist ein bisschen glatt. Und dann hat er sich ausgezogen. Und dann hat er ihn wirklich mit Airbrush und Sixpick auf den Bauch gebracht. Er ist halt nicht in der Lage, dann wirklich nackt rauszukommen. Dann würdest du das machen? Ich würde es nicht vorher sagen oder nicht machen. Okay. Weil ich würde es nicht machen. Ich würde es auch nicht sagen. Nackt raus? Ich würde es nicht machen. Ja, ich bin nicht der Sänger von den Kassierern. Aber so sehe ich dann aus. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, ich weiß noch, wie er rausgesprungen ist und dann Klavier gespielt hat und dann erzählt hat, wie er in, keine Ahnung, in Alaska irgendwelche Fotos gemacht hat am Nordpol oder sowas. Der ist nicht in Alaska, aber... Aber das ist auch krass, oder? Ich meine, wenn du... Das sieht es auch immer wieder, als ich am Nordpol war. Hättest du Wetten das übernommen? Ja, klar. Ich hätte es richtig zertrümmert. Ja, aber das, finde ich, ist schon... Da ist doch schon ein Fehler. Also so eine Sendung zu übernehmen ist doch lachend in die Kreissel gelaufen. Ja. Oder? Vor allem, wenn du so ein... Das ist wie, wenn du so ein Sparkassenbeamter irgendwie einen Karaoke-Laden übernimmst, oder? Ja. Aber wo wir jetzt gerade bei Medien-Shelter sind, hast du die Kolumne von Harald Schild mal gesehen? Auf Spiegel Daily? Oh ja. Kriegt auch viel Sheld im Ohr. Der ist ein kleiner, dürrer Mann geworden, ne? Ein alter, großer, dünner. Alter. Und dann sitzt er so zu Hause und es sieht eigentlich aus, als wäre er entführt, weil anscheinend muss er das im Keller machen. Immer in seinem Jaguar, ne? Also obwohl Jaguar ist mittlerweile... Das macht er inzwischen, ja, er fängt immer noch mit dem Jaguar-Kammern angeben, ne? Und irgendwie, mein Praktikant fährt einen Jaguar, weil der so billig ist. Ich meine, in dem Moment, wo du den Jaguar kaufst, ist der doch 500 Euro wert. Ja, ja. Und ich sage, überlege auch immer, ob ich Jack sagen soll. Weißt du, ich sage auch immer Jack zu meinem Jaguar und alle so... Du sagst doch Jack zu deiner Getränkeflasche. Ja. Ich habe den angefragt für meine Radiosendung. Und du kennst den seinen Manager, ne? Die Koppmacher. Genau. Die Secret. Sehr freundlich. Also sieht er normalerweise sehr hart. Super freundlich geantwortet. Er würde seit drei Jahren keine Auftritte mehr in der Öffentlichkeit machen. Und dann siehst du am nächsten Tag dieses Spiegel-Daily-Ding und fragst dich, okay, warum macht er das? Was ist denn überhaupt Spiegel-Daily? Also du zahlst nochmal für eine Zusammenfassung von der Online-Seite. Du zahlst richtig schockt. Überhaupt beim Spiegel mittlerweile zahlst du auch für jeden Artikel. Für die ja Plus-Artikel, ne? Ja. Diese langen Stücke. Auf Dauer wird das überall so werden. Du kannst ja fast keine Inhalte mehr frei. Ja. Aber das ist ja auch okay. Weiß ich nicht. Die Leute wieder dann so gewöhnen, dass sowas Geld halt kostet, ne? Journalismus kostet Geld. Weiß ich nicht, ey. Ich finde das manchmal so übertrieben. Also es gibt Sachen, wo ich auch denke, boah, das hat sich mittlerweile so eingebürgert, dass die Leute Geld dafür nehmen, dass die auch für sinnloses Zeug Geld nehmen. Also ich finde schon, ein bestimmter Content zum Beispiel muss frei verfügbar sein, ne? Wir hatten jetzt das Problem, meine DVDs rausgekommen. Und natürlich nehmen Leute Ausschritte und vervielfältigen. Und da hat der Verlag sofort, ist auf die Barrikaden gegangen, können wir nicht machen Urheberrechtsverletzungen. Da habe ich gesagt, ey, wir zahlen teures Geld für Werbung und setzen 10-Sekunden-Clips ins Netz. Da macht jemand einen 30-Sekunden-Clip. Lass den doch im Netz. Der verbreitet sich total ohne Ende. Der hat eine Million Klicks. Ist doch klar, dass du den dann im Netz lässt. Da passiert dir ja auch nichts. Dass du 30 Sekunden-Clips hast. Und filmst das komplette Ding. Wirklich zwei Stunden filmen die. Und dann setzen die dieses Drecksmaterial auf YouTube. Und es ist verwackelt, scheiße, mieser Sound. Und du sagst natürlich Sachen, die du nie sagen würdest. Ja, aber das ist ja überall so, ne? Das rechte Pest. Ja, es geht nicht mehr ab. Die Leute sind nicht mehr im Moment. Aber zurück zu, wo waren wir, hatten wir Lanz jetzt fertig? Lanz hatten wir durch. Lanz hatten wir durch. Willst du wieder hingehen? Ah, da müsste schon was passieren. Da müsste er schon sich erklären. Da müsste er schon sagen, ey, pass auf, letztes Mal ist doof gelaufen. Komm doch bitte nochmal auf. Aber wenn du jetzt ein Buch schreibst, dann hilft dir das schon, wenn man bei Lanz ist, ne? Das geht dann nach ein bisschen ab, ne? Ey, der größte Multiplikator überhaupt war immer Stefan Graf. Ja, ja, stimmt. Da bist du hin, einmal in die Kamera halten, 2000 Bücher verkauft. Aber der macht jetzt ja wieder eine Show, hast du gehört? Ja, aber nicht er selbst. Er steht ja direkt. Mit Erfindungen. Ja, war ja klar. Aber er steht ja nicht vor der Kamera, das ist ja auch aufgebaut. Hast du dir den Duschkopf damals gekauft? Nee, er hat mir den geschenkt. Weil da werden die Haare nicht nass. Er hat mir den geschenkt. Ja? Die Haare auf dem Rücken schon. Die werden nass. Hast du Haare auf dem Rücken? Nee. Ich hab so eine Insel inzwischen. Nee, ehrlich? Ja. Ich glaub, ich lass mir die mal wegläsern. Hast du auch an der Kimme, oberhalb der Kimme? Nee, das geht, aber... Und das ist ja nicht die Brusttage, ne? Nee. Ich finde, also trainieren und rasieren, das geht zusammen. Aber wenn du jetzt... Ich würde sie auch wenn du nur stutzen. Ich finde ein paar Brusttage ganz gut. Ich bin kein Delfin. Ja, ich finde das auch ein bisschen wieder der männlichen Natur. Und Frauen lieben das. Zum Beispiel Sachen, die ich esse, auf der Couch, bleiben dann in den Brusthaaren hängen und meine Freundinnen ernähren. Bei Frauen sind Brusthaare? Ja. Nicht alle. Nein, manche mögen auch Bauch. Manche ernähren sich dann aus den Sachen, die in den Brusthaaren sind. Aber ey, manche finden ja auch die Männer Arsch gut. Warum finden Frauen Männer Arsch gut? Das ist doch nur der Versuch, sich auf eine Stufe zu stellen mit den Männern. Weil eine Frau hat doch von einem Männer Arsch gar nichts. Oder was symbolisiert der? Weißt du, was der Arsch symbolisiert? Dass du eine gute, dass du Power hast, um dich zu ficken. Also Arsch, sobald ich weiß, ist ein sekundäres Befechtswerkmal. So wie die Knie auch. Der Mann wird ja dadurch angerübt. Also pass auf, ich erkehse. Das Vaginalrohr... Du hast sehr viel Zeit um Internet zu zeigen. Das Vaginalrohr der Frau ist so... Das Vaginalrohr? Das Vaginalrohr der Frau ist so, dass du eigentlich Atergo, also von hinten... Da der Schwanz... Perfekt, die E-Punkt, ne? Du bist ja in einem 45 Grad Winkel, erregiert, also bei dir 30. Und dann flinkst du sozusagen von hinten in das Vaginalrohr ein. Deswegen ist der Mann eigentlich darauf gepolt, die Frau von hinten zu begatten. Und der Arsch symbolisiert das, nur die Knie auch, oder die Brüste. Aber im Vaginalrohr steckt auch meistens schon dein Nachbar. Nein, das ist das Annalrohr. Und warum findet die Frau jetzt den Arsch? Weil der Arsch... Ein guter sportlicher Arsch, ein muskulöser Arsch... Heißt, dass der starke Hüftner... ...dass du dir diese Bewegung mit dir machst, weißt du? Du hast ja eine komplizierte... Du musst ja eine schwierige Bewegung machen, ja? Das Klatschgeräusch... Kennst du das hier auch? Ja, klar. Das hast du beim ersten Podcast schon gemacht. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist alles schon durch. Das ist mein Lieblingsgeräusch. Oh ja, das ist auch gut. So schnell? So schnell? Wenn du sie zum Squirten bringen willst, ne? Jetzt ist es schon wieder wie... Was ist das für ein Fachhaus? Squirten? Squirten, abspritzen? Mhm. Muschi abspritzen? Muschi abspritzen? So sagt ihr das. Ich kenne das gar nicht. Ich habe noch nie eine Frau zum Squirten gebracht. Und dann aber... Du weißt schon, dass es Uri nicht ist, ne? Es ist Pisse. Oh shit. Also, Piss. Eigentlich schon, ja. Woher soll denn so viel Flüssigkeit kommen? Hat dir noch nie eine Frau ins Gesicht gespritzt? Nee. Musst du ganz kurz innehalten? Ich kenne das nur anders. Geil, auch dabei Austern zu fressen. Ich kriege sofort einen abelischen Geschmack. Ich kriege sofort ein bisschen fischiger. Aber haben wir alle durch? Ja, ne? Also, Medienkritik ist jetzt vorbei. Was ist denn noch Neues passiert? Was ist denn Neues passiert? Hast du... Letzte Woche hat es hier tierisch geregnet, wo? Es war gruselig. Ja, es war gruselig. Warst du zu Hause? Es hat 24 Stunden geregnet. Und so mit Überschwemmung bei dir zu Hause aber nicht? Nee. Aber bei mir um die Ecke ist der Gleimtunnel. Und beim letzten Mal hat es eine Stunde gering. Gesquirtet? Wie wird das geschrieben? Es ist so Q-U. Ja. I. Und so weiter. Squirtet. Squirtet. Ein Squirter. Geil, es gibt ja... Kennst du... Ich habe mal mit einem... Ich habe ja erzählt, ich habe mit einem Schwulen mal zusammen gewohnt. Ja. Und der hat immer so Schwulenmagazine gelesen. Und da waren eben die Kleinanzeiten. Schwule. Und hast du... Schwuler sitzt zu Hause und liest Schwulenmagazine. Kennst du die Abkürzung hinten? Ach so, ja. T, G, weißt du was T, G? Also, pass auf, A, V kennst du? Analverkehr. Okay, ähm, ähm, warte mal, Analverkehr. NS. Äh, NS? Natursekt. Natursekt, jaja, klar. Ähm, A, T, M? Erst zum Auf. Okay, super. Kennst du denn T, G? Teil? Nee, Taschengeld. Achso, süß. Das ist aber ein alter Anspruch, ein Ammer-Spruch. Süße, hast du Lust, dir ein kleines Taschengeld zu verdienen? Das ist so Hammer, oder? Ja, ein kleiner, locker. OV, Oralverkehr, äh, dann Aktiv-Passiv. Na klar. Cool. Wir kennen uns halt. Kennst du den Laden Ficken 2000? Oder Ficken 3000? Ficken 3000 in Berlin. Das ist ein Swingerclub. Ja, ich weiß gar nicht, ob der... Klaas mal war. War, ja? Der hat da mal gedreht. Ein Mander Selfread war da auch mal. Was sagst du ihm zum Ende von Halligalli? Nee, der hat mal für mich gedreht in, 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 zwanglos. Ah, das kenn ich auch. Was, was sagst du zum Ende von Halligalli? Ich hab mir das angeguckt und mir ist aufgefallen, dass sie den Opener haben, mal denken, als wären sie eine Netflix-Serie, ne? Also, die haben sich wirklich wahnsinnig für Mühe gegeben. Und da war, ich fand dann dieses Rap-Ding auch cool. Ich meine, die haben eine Menge zugemacht, ne? Irgendwas an der Show, ich hab mich immer ein bisschen zu alt für die Show gefühlt. Aber ich fühl mich auch zu alt für die Busfahrer. Aber, ähm, ich hab nicht verstanden, warum dieser Abschiedsschmerz so groß war. Weil die zelebriert wurde, ne? Ja, weil die sind doch, machen doch noch Sendungen zusammen. Nee, die machen jetzt getrennt, selber. Nee. Dann werden die dieses Duell um die Welt machen. Und 17 Meter oder die beste Show der Welt, die machen noch drei. 17 Meter gibt's weiterhin? Ich glaube, die machen noch drei andere Shows zusammen. Okay. Samstags. Und es war nur der Abschied von Halligalli und das war so, hast du die Reaktion im Netz gelesen, eine Ära geht zu Ende? Ja, für viele, ich glaube, für viele so, für viele Millennials ist das die letzte Fernsehshow, die sie geguckt haben. Und, aber komischerweise, man ist eine untreue Zielgruppe, glaube ich, ne? Weil die, die hatten ja trotzdem schlechte Quoten einfach, ne? Das war ja der Grund. Ja. Also, wir sagen jetzt mal vorweg, wir lieben ja Klaas. Ich liebe Klaas immer alles so. Wahnsinn. Wirklich? Absolut. Also, ich mag Klaas gerne, aber über alles lieben tue ich dich. Nein, das habe ich jetzt kitschig gesagt, aber ich mag den total gerne, ist ein guter Freund und ich finde, dass der auch echt klug ist und super Sachen macht, aber ich glaube, das war dem selber auch sogar ein bisschen unangenehm, oder? Ja, aber... Und warum war Ulrich Schulz nicht dabei? Auf Tour bestimmt. Nee. Oder vielleicht war der krank. Ich glaube auch, dass die manchmal ein bisschen enger sind und manchmal nicht mehr so eng. Oh, okay. Ist ja so in Beziehung. Aber findest du schade, dass es weg ist? Also, verweigst du das? Ich habe das nicht geguckt. Ja, siehste. Siehste. Es gibt keine, es gibt jetzt nichts mehr. Mich hat gestört, dass es so eine, ähm, dass es der Show an Selbstbewusstsein hat irgendwie gefehlt, weil die haben angefangen, oder damals waren wir ein Gäste und es gab keinen echten Talk. Ja, weil es zu shiny war. Sofort gab es ein Game und dann kamen die Schranken raus und dann kamen das Gespräch mal ein bisschen in Schwung, kam dieser Countdown-Moment und, ähm, ich glaube, das war zu kommerzialisiert. Das war hyperkinetisch. Ja, das war, wenn du vorher diesen Grünstatus hast und du läufst auf ZDF Neo und dann kommst auf ProSieben, Shiny-Floor, Riesenshow, großes Studio, das funktioniert nicht. Ich glaube auch Jan würde nicht funktionieren. Wenn du den jetzt von ZDF Neo aus dem Studio rausnimmst und machst Samstagabend 20.15 Uhr. Nein, ich glaube, der würde nirgendwo funktionieren, wo es auf Boote ankommt. Ja, okay, Quote ist das eine. Also da fehlt ihm, glaube ich, ähm... Aber es geht ja auch die Seele weg. Ich weiß nicht, ob es uns beiden genauso geht, ähm, dass man jemand, also man muss ja... Luko und Klaas sind ja auch ein bisschen sympathisch. Sehr sympathisch, beide. Das ist der Jan Böhmann jetzt nicht so. Findest du, auf seine Art finde ich den doch sympathisch. Nee, das ist ein, äh, das ist ein Klugscheißer. Ja, das spielt er ja. Nee, also ich glaube schon, dass es der Typ, der auf dem Studio verprügelt wurde, den keiner mochte und der da, ähm, dann auch petzt und, äh, gegen die Schläger. Nee, das spielt er ja. Du kennst ihn nicht, ne? Deswegen. Nee, ich habe einen Eindruck von dem. Nee, nee, das ist nicht so. Ich habe ja, ich brauche schon Briefe von dem Epcot. Habe ich dir schon alles erzählt? Nein, Jan ist auf alle Fälle ein sehr loyaler, äh... Aber das sieht man jetzt nicht, finde ich. Doch, er ist schon... Kann ich mir sagen, ich finde, dass es die Sendung gibt... Er ist sehr klug, er weiß sehr viel, er ist loyal, er ist, ähm, auch wie ich finde, authentisch, aber manchmal... Aber dir kommen immer alle klug vor. Du denkst immer, alle sind klug. Ja, weil ich nicht so klug bin, aber das Ding ist, was mich stört, wenn ich überhaupt eine Kritik habe, bei beiden, ist es mir zu selbstreferenziell ist. Es ist so, das Reden über sich selbst nimmt so viel Platz rein in beiden Shows, dass ich das einfach nicht mehr erzähle. Ich finde es keine richtig moderne Show. Ich finde, das Produktionstechnik dahinter macht einen mega Job, aber teilweise ist das auch zu viel, es ist überproduziert. Manche Sachen müssen auch einfach Katzenvideos mit dem Handy sein. Das wird teilweise wie ein Bewerbungsvideo von einem After Effects-Artist. Dann finde ich, ist er kein guter Talker, also mit Frauen, die irgendwie noch einen Talk gekriegen, nicht so. Was ich super finde, ganz ehrlich, sind so Einspieler. Also ich sehe seine Sendung... Hey, die BTF macht die Einspieler. Nein, aber erst auch, die haben ja zum Beispiel jetzt was gemacht, irgendwie, das habe ich gesehen, die letzte Sendung vor der Sommerpause, da haben sie so Schulklassiker, die das Publikum halt lesen muss und nicht gelesen hat, ne? Effi Bries und so weiter. Ah, okay, das habe ich gehört, ja. Haben sie dann in so 10-Minuten-Version gedreht. Das war wirklich lustig, ja. Er hat bei Effi Bries diesen Baron gespielt, oder, ich glaube, ich war der Baron, ja. Baron von... Hast du denn den Einspieler... Das war tatsächlich lustig, also, ich halte ihn nicht für unkalisiert oder irgendwas und ich bin auch gut, dass es die Sendung gibt. Hast du damals den Einspieler... Das war sensationell. Ja. Das war für mich echt... Ja, der stimmt, stimmt. Wo die Anfangsszene von Der Bergdoktor 10 Mal wiederholt wird, wie in so einer Endlosschleife und Anne Wilbler sich, die bei ihm im Studio sitzt, sagt, Jan, was ist denn los? Und sich die Maske abzieht und Simon, große Johann ist runter. Das stimmt. Das war so unglaublich gut. Also, das fand ich Wahnsinn. Stimmt. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht. Aber das macht die... Das ist doch unfair, vielleicht von mir. Da sind ein paar Sachen dabei, die tatsächlich das deutsche Fernsehen noch nicht gesehen hat. Und der macht was aus diesem Sendeplatz. Absolut. Ich glaube, der verballert da die komplette ZDF-Neokohle. Und es ist auch ungerecht, dass ZDF ihn irgendwie auf so einen Nachtplatz setzt. Ich finde, er könnte schon eine Stunde mindestens früher laufen. Direkt nach der Heute-Show zum Beispiel. Läuft er nicht, ne? Aber der hätte... Aspekte... Direkt nach der Heute-Show wäre cool, aber der hätte schlechte Koten. Freitagabend hast du immer schlechte Koten. Ja, die Todesdose in der Rüte, ne? Ja. Und was sagst du zum Nachwuchs? Ich glaube, du musst halt... Leider muss man mal in Deutschland auch sagen, man muss auch krassen Scheiß abliefern. Also Scheiß. Ja. In Sinne von Verschissen. Damit man hier Koten kriegt. Was sagst du zum Nachwuchs? Luke Mottwitz? Ja. Okay. Sag nichts. Sag gar nichts mehr. Sag nichts mehr. Ja, finde ich gut. Den Nachwuchs da... Na, um den Nachwuchs müssen wir uns keine Sorgen machen. Was war das jetzt? Der bewegt sich immer so auf der Bühne. Ach so. Wahnsinn. 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 Ich weiß nicht, wie das wird, wenn der älter wird. Der ist so als Youngster ganz gut. Die Kölnerräder machen viele voll. Kristall macht die Kölnerräder voll. Echt? Die ist ja dick, gell? Ja. Mit was ist die dann voll? Hast du... Mit... Keine Ahnung. Hast du gesehen... Der macht die mit seinen Volle... Na, kacken geht's. Guck dir bitte mal den Tourplan von Luke Mockridge an. Wenn du dir den anguckst, wird dir schlecht. Also brauche ich noch eine Show gucken? Nein, nein. Ich will mich jetzt echt nicht mit dir bei Ausland über Luke fucking Mockridge verhalten. Was ist echt los mit dir? Wirklich? Wie findest du Luke Mockridge? Das war's. Du fragst mich als Nese, wie ich Tom und Jerry finde. Das interessiert doch die Leute, die hier über die Medienlandschaft denken. Aber Luke Mockridge? Mach dir nicht einfach alles, was wir in solchen Shows machen, nochmal neu und... Ist der große Nacko-Star? Ja, ist der große Nacko-Star. Ja, Brayton, Alter. Und kaum noch mal gesehen. Ich erinnere mich ein bisschen an Dane Cook. Diesen... Ich hoffe, der heißt so. Dane Cook, das ist der amerikanische Mario Barth. Der war wahnsinnig schlachsig auf der Bühne und rumgelaufen und so weiter und hat von seinen Scheißjobs gebildet. Schlachsig war das Wort. Schlachsig. Ja, die ist da. Mit Schale. Nee, nee, ich esse die nicht mehr. Aber sehr gut, sehr gut. Magst du vielleicht noch ein Stück Brot dazu? Nee, nee. Man soll sich auch nicht... Weil ich will das Chateaubriand genießen, deswegen... Aber geil, dass du auch... Ich bin allmett. Woher kommt dieser... Ich will jetzt nicht in so ein Interview verfallen, wir machen nur einen gemeinsamen Podcast. Aber woher kommt dieser Stil? Du hast so einen Stil in den Dingen. Warum kennst du überhaupt Chateaubriand? Du kommst doch auch aus keiner vorliegenden Familie, oder? Doch. Du hast mir erzählt, dass es ganz normale Leute sind. Da dachte ich nicht, dass ich es wieder treffen wollte. Bist du mit deinen Eltern immer essen gegangen früher, oder was? Ja, wir haben nie gekocht. Ach, du lügst wie ein... Du lügst wie ein Jude. Bist du mit dem Cabriolet meiner Mutter? Das ist geil, du lügst wie ein Jude. Oh, warte mal. Es gibt... Es gibt... Nein, das habe ich kürzlich gegoogelt. Schrecklich, was du da sagst. Ich habe kürzlich was gesehen. Ich distanziere mich auch von meiner eigenen Auslage gerade. Es gibt das Rinderfilet, dieses Stück. Und es gibt vom Rinden noch ein anderes Stück, das sieht ähnlich aus. Ist aber kein Filet. Und es heißt irgendwie... Pseudofilet. Oder Judenfilet. Ehrlich? Da steht es sogar Wikipedia. Ich hätte gerne das Judenfilet. Hast du heute Zeit überlesen? Ja. Hast du diesen Al-Quds... Ne, ich heiße den Al-Quds-Tag. Diesen Al-Quds-Tag. Und die... Das ist schon länger her, ne? Ja, und irgendeine jüdische Organisation hat jetzt übersetzt, was die auf ihren Plakaten stehen haben. Je m'appelle Nils. Oh, Chanté. Ich bin auch für den Hameln. Du bist von Tunisien. Ja, Tunisien. Du? Hamamett. Hamamett. Und eine... Kelleure-Tier? Touristische. Touristische. Ah, okay. Ah, il will... Warum lässt du jetzt nicht probieren? Ja, weil du Französisch sprichst, ne? Non, je ne parle fransais très bien. Seulement un petit peu. Oh, très bien. Très bien. Gute gerne, ja, ja. Schmeckt gut? Ja, formidable. Formidable. Mmh. Wow, sehr gut. Ja, der ist super. Ja, der ist super. Fruchtfähig, frisch. Frucht von Schokolade, Leder, Leber, Leder. Von Waldboden, feuchter Waldboden, Moos, Schimmelpilz. Auch von Marzipan und Leiche. Und Wasserleiche. Et voilà, santé. Merci. Merci beaucoup. Au sein de la service. Kannst du Französisch? Ganz schlecht. Tu parles un petit peu français ici, non? Un petit peu. Quelleur est-il? Tu parles très bien anglais. Oh, si, si, si. Espagnol? Non? Ich spreche sehr gut Englisch. Oui, oui, oui. Je sais. Ja. Ja, was wolltest du... Das reicht doch auch. Ich finde, alle sollten Englisch sprechen und die anderen Sprachen sollten abschaffen. Welche Sprachen kannst du denn noch? Kannst du noch irgendeine andere? Ach, Italien ist keine andere noch. Ich finde das geil. Ich finde es so geil. Italienisch konnte ich mal ganz gut. Ja, aber es ist mehr viel da. Deutsche comme l'amore. Ennero comme diavolo. Comme l'amore. Ey, auf Italienisch ficken ist geil. Ja, also erstmal... Italiener ficken. Ja, aber Italienisch auch sprechen dabei. Weißt du, was grasst mir einen auf Italienisch halt? Das war der Geil für Fabio Pompino. Das ist geil, oder? Ich habe mal von einem Typen gehört, der war zufällig Italiener. Fabio Pompino. Und dann sagst du zu einer Italienerin. Well, Fabio Pompino, Adesso. Der hat hier... Adesso. Wow. Der hat hier Zivi gemacht. Und... Ich weiß nicht, ob das... Vielleicht ist es auch eine Urban Riff. Aber der hat... Der hat so eine Frau gelegt, die war taubstum. Gepflegt oder gefickt? Ich hätte nicht verstanden. Jetzt kommen wir da hin. Der hat sich auch gefickt. Und zwar von hinten. Und hat alles, was er sich sonst nicht trauen würde, halt immer gesagt, weil er sie von hinten gepumpt hat. Weil er dachte... Und er dachte, ich verstehe das nicht. Ja, bis er jemand gesehen hat, dass sie das über eine Spiegelung sehen kann. Und die können ja Lippen lesen. Oh ja, oh shit, oh shit, oh shit. So, du wolltest eben was sagen, bevor du angeschaltet hast, irgendwas. Weiß ich nicht mehr. Wie geht's dir? Gut. Warum? Wieso hatten wir so Probleme, eigentlich einen Namen zu finden? Zu kreativ. Ey, du hast mir eine Liste geschickt. Das waren hunderte von Namen. Jeder besser als der andere. Wirklich? Wirklich. Ich hab gelacht. Ich hab schallend gelacht. Mich hast du nur noch im Kopf. Das war ja ein Feuerwerk von Ideen. Ja, ich hab... Man hat aber auch... Das war lustig. Man hat immer die unterschiedlichen Phasen auch rauslesen können. Du bist so in eine Ebene gegangen und dann hast du dich komplett ausgetobt. Und dann kam eine neue Phase. Aber es wurde immer witziger. Je länger man es gelesen hat, desto besser wurde. Ich fand der Duett nicht schlecht. Duett. Duett. Also, pass auf. Ich finde, es darf kein Und-Name sein. Ja. Von dünn, schlimm und schlimmer. Hat zu starke Analogie zu anderen Formaten. Schmittanander, wie gesagt, Schittanander. Das fand ich auch ein bisschen... Und es muss ja auch irgendwie... Schittanander, wie man sagt, krisibel sein. Schittanander ist so schön in die Fresse. Scheißegal. Wir haben ja auch viele geliked. Wie gesagt, Schittanander ist gut. Wir können ja gleich mal abschauen. Ja. Was Leute eigentlich so... Wie das prozentual alles so abgeschaut. Und so ganz einfach halt... Randale und so. Das ist auch da wieder zu simpel. Ja, da sind wir vielleicht fast aus dem Alter ein bisschen raus. Ja, das muss schon Kult sein. Randale klingt wie so ein Titel von einer Punk-Scheibe aus den 80ern. Randale! Ja, oder wie so eine ZDF-Neo-Sendung. Randale! Wir suchen die Story hinter der Story. Hinter der Story, hinter der Story. So, die haben mir das Passwort gesagt. Bollinger. 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 Hier, bist du D-Land hier. Aber, die haben mir nicht gesagt, wie das D-Land heißt. Gäst. Ich nehme das Wort Gäst, ne? Weißt du, wie man Bollinger schreibt? Ja, klar. Ich weiß, es war Bollinger. Es war der Champagner. Es war Metzger. Bollinger. Nee, die hat ja drauf gezeigt. B-U-L-A-N-G-E-R. Ich weiß ja wieder, dass Bollinger... Dann schauen wir gleich nach, was wir hatten an... So. Nimmst du auch? Ja. Also, ähm... Schrauben. Es waren echt gute Titel dabei. Weil ich hatte... Welche hatte ich denn so direkt... Bei Schitterneinander, wenn ich das das erste Mal gesagt habe, da fand ich es gut. Aber dann hattest du Second Thoughts. Ja, das ist sowieso... Wie die Franzosen sagen. Je länger man gewartet hat, desto verwirrter wurde man. Ja. Ja, es fand dann irgendwann kein... Manchmal ist es so klar. Was hältst du von Neo-Podcast-Royal? Mega. Pottykasti? Oh, das ist gut. Weißt du, was bitter war, dass sie bei der letzten Sendung nicht mehr gute Quoten hatten? Hatten sie nicht? Nee. Und ich muss eins sagen... Meine letzte Sendung hatte eine super Quote. In den 70ern? Nee, nee, nee. Letzte Sendung in TV. Ja? Ja. In TV. Ja, echt. Mega. Nazi-Television. Nein, überhaupt nicht. Super. Nein, überhaupt nicht. Sag mal, dein Produzent, das ist ja der Friedrich Köppersprisch, der berühmte Moderator. Die älteren kennen ihn noch. Ja. Warum ist der so AIDS-Krank dürr? War der immer schon. So dürr? Immer. Wie so ein Marathon-Läufer? Der fährt viel Fahrrad. Der macht viel Fahrrad. Der fährt viel Fahrrad. Ist wenig, ja? Der war immer dumm. Er war immer dünn. Er war immer dumm. Klar, der Köppersprisch, das war ja das, was ihm immer vorgeworfen wurde. Dass er so dumm ist. Dass er so dumm ist. Nee, der ist gar nicht so dünn. Kommt der Cisophore? Ja, der ist Leptosom. Ach, der Leptosom ist ja nicht dünn. Ja, das ist noch eine Kugel danach. Wir sind ja die Pügniker-Fraktion. Ja. Wir sind fleischig. Ich bin so gerne Pügniker. Das ist gut. Bei uns ist das dran. Ja. Aber so viel ist es auch nicht. Aber wenn dir fett werden, klingen wir eine Wampe. Wir haben die Apfelfigur. Ich glaube, aber es fängt auch mit Bauchmuskeln zusammen. Wenn dein Bauch immer angespannter wäre, dann würde dir das auch zurückhalten. Aber wenn es einfach so... Aber die Bauch... Also Bauchfett nervt. Oder das ist das Schlimmste, was es gibt. Boah, und Bauchübungen. Würdest du dir absaugen lassen? Du kannst es nicht weg. Ja, ich habe heute echt überlegt. Klar, ich bin absaugen. Ja, ich auch. Ist das nicht easy? Sollen wir uns das zusammen in eine Doku machen? Bei deiner Kanzler-Doku. Wir reden gleich noch ein bisschen über deine Kanzlerschaft. Hast du... Bist du mal in so einem Elektro-Studio gewesen? Nee. Habe ich jetzt auch mal überlegt, ob ich nicht einfach so... Ich habe keinen Bock mehr, mich zu bewegen. Ich habe mal so ein Elektro-Ding bestellt. So musst du Elektro-Stöße abzunehmen. Im Verkaufsfernsehen bestellt und nie ausgepackt. Ich habe das auch bestellt. Mit diesem Gürtel. Ja, und den Elektro-Ding und so weiter. Und dann vibriert es. Ich habe es nicht ein einziges Mal ausgepackt. Ich kenne das. Bei mir ist es so gestaunt. Aber das ist nicht der Abdominizer. Der Abdominizer ist der, wo du dann so diese Schaukel hast. Das ist, was das Elektro-Schleif-Denken. Du hast diese Elektro-Den, die du dir auf den Bauch kreiftest. Und das wackelt die ganze Zeit. Ja. Und das gibt es jetzt auch ein Studio. Nein, du hast es auch gemacht. Das ist ein paar Jahre her. Und da war der Bauch noch gar nicht so groß. Ey, shit, man nimmt doch immer mehr zu. Ja. Bist du schon bei 100 Kilo? Nee. Aber du gehst stramm drauf zu, oder? Nein, nicht stramm. Doch was wiegt es? Ganz langsam rolle ich dem entgegen. Was wiegt es? Sag mal ganz ehrlich. Was ist dein IQ? Hast du dein IQ schon mal testen lassen? Ja, habe ich schon. Und? Sag ich nicht. Komm. Weniger als mein Gewicht. Ist der IQ zweistellig oder dein Gewicht dreistellig? Die Quersumme ergibt mein Gewicht. Das ist cool. Die Quersumme? Ergibt mein Gewicht. Du wiehst doch nicht 22 Kilo. Die Quersumme. Cool. Hast du einen dreistelligen BMI? Ähm, dreistelligen? Wenn du das Komma mitnimmst, ja. In dem BMI bin ich schon, du meinst das mit 3 als Decimalzahl ganz am Anfang. Ja, genau. Nee, ich bin noch unter 3. Ich bin noch unter 3. Aber ich bin schon knapp vor 3. Ich bin ein dreistelliger BMI, wie wir auch fahren. Nee. Du hast keinen dreistelligen BMI. Was hast du für einen Körperfettanteil? Habe ich geguckt? 30 Prozent. What? Das ist viel. Ja, das ist ja viel. Scheiße, scheiße. Machst du dir ja, ich mache mir ja Gedanken über Hardening of the Arteries. Was ist das? Also Arterienverkalkung. Und dann? Naja, du hast ja Arterien, die sind wie Gartenschläuche. Ja. Bixer und so weiter. Hast du ganz weiß, ey. Und dann werden die mit der Zeit aber durch Ablagerungen aus Transfetten und so weiter, werden die hart. Ja. Dann können die brechen. Die werden hart und dünn erstmal. Das Problem ist, dass sie zu dünn werden. Wenn die einen Verschluss haben, kann das halt ein Herzinfarkt sein. Ja. Oder wenn du zum Beispiel, das nennt man Schaufensterkrankheit. Das ist alles falsch. Wahnsinn. Wenn du also gehst und beim Gehen Schmerzen in den Beinen hast, sodass du stehen bleiben musst. Und das tarnst. Und die Schaufensterkrankheit stehen. Geil. Deswegen stehen Rentner aber vor Schaufenstern. Ach. Weil die warten müssen, bis die Schmerzen in den Beinen nachlassen. Was wiegst du denn jetzt? Durch die verengten Arterien. 90. Hast du Arterien. Ach so. Über 90. Ich bin nicht. Da dringst du wahnsinnig tief in meine Intimgefähr rein. Es ist peinlich. Jetzt bist du beim letzten Podcast. Ich lüge auch immer. Nein, peinlich ist schon so eine Wertung. Im letzten Podcast hast du so viele private Sachen gefragt. Ja, nein. Und ich habe dir die beantwortet. Aber es ist doch nicht privat. Lass mich kurz ausreden. Lass mich das kurz zu Ende bringen. Und ich habe geantwortet, um dich auch zum Antworten zu bringen. Aber selbst hast du dich total verschlossen. Ja, klar. Das ist eine Ungerechtigkeit, die mich wochenlang in meinen Schlaf gebracht hat. Und das will ich mir selbst nicht nochmal antun. Du sagst jetzt nicht, was ich wiege. Wo ich jetzt schon verhärtete Arterien habe. Ich sag, was ich wiege. 76 Kilo. Ach, du lügst. Ich sag, was ich wiege. Du kannst nicht sagen, ich lüge, wenn ich irgendeine Zahl bin. Ich sehe ja, dass du die 76 Kilo wiegst. Ich bin nur 1,89 groß. Wie groß bist du eigentlich? Ich sag dir, als ich die 90 Kilo überschritten habe, da gibt es diesen Moment, wo du morgens aufstehst. Damals in den 90ern. Genau, da sagst du so, jetzt, ab heute ist Schluss. Da hast du diesen Moment auch so. Das sagst du, jetzt ist Schluss. Und das dauert einen Tag oder zwei. Und dann weißt du schon. Das dauert 20 Minuten. Die nächste Etappe ist die 5 Minuten. Und schon trinkst du dein Frühstück in Form von einer, hast du Hollandaise? Das Saufen Hollandaise. Also nicht nur Hollandaise, das ist der Alkohol. Ja, aber auch das Gefresse. Ja, du triffst ja mehr, wenn du so hast. Du triffst dich doch immer mit dem Oliver Polak in den schönen Restaurants. Über den rede ich auf keinen Fall. Sie hören Tischgespräche mit Serdar Sumuncu und Nils Ruf. Don't go area. Ich habe nur eine Frage. Ist der zwei Hauptgerichte auf einmal? Ja, der ist auf ein Gericht zweimal. Aber bestellt das nochmal? Oder bestellt das gleich zweimal? Nee, der ist ein Gericht zweimal. Und der hat dich jetzt ersetzt durch den Weisenherz. Micky Weisenherz schreibt unheimlich viel auf Facebook. Bist du mit dem befreundet? Wir kennen ihn nur. Hast du den schon mal gesehen? Der ist ja der Autor von Atze Schröder. Ich schreibe aber zu viel. Also ich habe jetzt irgendwie auf Facebook das auch ein bisschen reduziert, weil der war ja permanent in der Timeline, weil der auch so wie du einen immensen Ausstoß hat. So einen Ausstoß wie der habe ich. Einen immensen Auswurf hat. Immensen Auswurf, den jetzt der Polak zu genießen weiß. Der hat sich jetzt durch den Micky Beisenherz. Wie fühlt sich das an? Ersetzt worden zu sein. Durch Micky Beisenherz? Ich fühle mich nicht ersetzt. Ich fühle mich nicht ersetzt. Du machst dir das nicht zu eigen, ja? Nee. Du siehst aber, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen. Du siehst betroffen aus. Ist das eine Träne, die ich da in deinem Auge sehe? Ich habe so eine leichte Farbe bekommen wie der Klee, ne? Warte mal, ist da ein Sprung in deinem Glas? Nee. Oh, nee. Nicht, dass mir was passiert. Aber worüber müssen wir dann... Mit wem werde ich denn dann podcasten? Oder worüber müssen wir... Mit wem muss ich dann reden, damit der Podcast eine Relevanz hat? Mit mir. Also wir haben jetzt die Medienlandschaft durch. Politisch haben wir noch gar nichts gesagt. Ach, eine Frage. Ja. Ich habe nicht nach der ganzen Politik reden. Bei Julian Reichelt. Also erste Etappe war schon mal super Medienfindig. Dem... Julian Reichelt. Das ist der nicht sagen. Lass mich nicht sagen. Julian Reichelt. Ähm. Verdammte Scheiße. Wir sprechen jetzt nicht aus. Wir sagen einfach, jetzt in einer Führungsposition im Springer Verlag. Ach so, du hast gerade ein Treffen gehabt mit Julian. Oder eben. Entschuldigung. Und der möchte zur Wahl eine lustige Sendung haben. und dann habe ich gesagt, sowas wie get in the ring, ja? Also Leute, das sind echte Menschen und also Townhall-Meeting-mäßig. Dann hast du irgendwelche Spitzenkandidaten und dann meint er, ja genau, wir bauen Ringe auf. Ich so, ja, lass doch wieder einen Boxkampf machen. Wie wäre es denn, wenn du und ich das machen? Du, äh, ich bin der Konservative, du bist von der Partei. Also du meinst jetzt mich. Ja. Nicht Julian Reichelt. Genau. Ähm. Aber es wäre dann in der Bild. Bin ich schon mal aus. Ja? Ja. Bist du da old school? Ich finde die gar nicht mehr so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde die, äh, die Feindbilder haben sie doch verschoben. Bei mir nicht. Ja, du bist natürlich auch mit Titanic-Sonneborn unterwegs. Aber du könntest natürlich als Spitzenkandidat mitmachen, ne? Also da werden Spitzenkandidaten quasi befragt. Würdest du nicht machen? Nee, ich hab nichts gegen die Bild, die interessiert mich eigentlich. Aber da ist doch der Reach gegen die Bild. Ja, aber es ist doch ein Pakt mit dem Teufel. Ich meine, du kennst das doch. Du weißt ja, wie es ist. Ja, perfekt. Und ganz ehrlich, was soll die denn über mich noch schreiben, was sie nicht schon geschrieben haben? Ja, aber so ein Schwerzfall muss es erst mal sein. Also ich finde, dass du da ein bestimmtes Level erreicht hast. Auf jeden Fall, ja. Was, ähm, bewundernswert ist. Wobei noch nicht meine Chatprotokolle abgedruckt wurden. Wie ich Leute bedrohe über Chats oder sowas. Oder Sex-Dings. Geil, wie du dir immer bewusst wirst, wie deine Zweideutigkeiten verstanden oder missverstanden werden. Wie meinst du die Chat-Sonneborn? Kachelmann? Kachelmann hat da schon doch alles in der Bild damals. Ja, echt? Ja. Die Chats komplett. Hast du, kennst du Kachelmann? Ja. Ja. Sehr intelligent und lustig, ne? Das kann ich nicht urteilen. Wenn man den einlädt, will er wissen, dass er bekommt. Und zwar viel. Ja, aber das heißt ja nicht geldgängig. Das heißt ja preisbewusst. Simon? Simon. Simon. Das beste Stück vom Rennchen. Und was hast du mit Kachelmann zu tun gehabt? Also, oder was hast du mit dem zu tun? Es gab mal jemand, der eine Sendung mit uns beiden machen wollte, aber da sind wir irgendwie nicht zusammengekommen. Der beraffelt sich gerade? Da kam dann, ja, würde ich sagen. Da kam dann Ronja von Rönne. Merci beaucoup. Merci. Salut. Oh, salut. Sagst du auch mal salut? Wir sind dann, ähm, Ronja von, ich fahre dafür, dass Ronja von Rönne das moderiert. Ja. Und er hatte keinen Bock auf diese 17-Jährige. Und dann sind wir nicht weitergekommen. Wenn Ronja wüsste, wie ich sie eingestanden habe. Da haben wir uns im Foyer des Hilfen getroffen. Und wir waren auch im, ähm, Borchert-Essen. Und seine Frau war immer dabei. Nette Frau. Nein, ein cooler Typ. Und ich finde es ein schreckliches Unrecht, was ihm geschehen ist, ehrlich gesagt. Ja, das war schrecklich. Warum bist du so, äh, jetzt in Essen kommt? Ich habe eine Chilifropper-Decaut. Habe du Kau? Ah, dann nehme ich das. Dankeschön. Merci beaucoup. Möchtest du? Würdest du das Restaurant jetzt schon weiter empfehlen? Ja, hervorragend. Das sieht sehr gut aus. Ich fange noch nicht an, aber ich kauhe nur noch an. Nee, fang bitte schon an. Magst du keine Karotten? Gekochte Karotten nicht so viel, ein bisschen nur. Und dann hat die Butter geschwenkt. Ja, ich bin nicht für die Karotten. Das gibt's. Das ist hier. Hm, du bist da sehr genau, wie wir es haben jetzt. Ich mach Ihnen das mal so. Probieren Sie von sich, wie wir es sind. Dann bin ich nach Ihnen. Formaliment. Formaliment, ja. Aber jetzt lass mal weg von dieser Medien. Ich schaue euch hier ein schönes Butterbrot dazu schmieren. Warum moderierst du das eigentlich schon wieder so durch? Nee, ich moderiere nicht durch. Ich will nur jetzt ein bisschen politischer werden, weil wir haben jetzt so viel, aber so trivial scheiße. Ja, das ist überhaupt nicht so viel. Das Kollegen schällt auch lächerlich. Ich meine, man hat alle Kollegen schon durch. Und man hat alles gesagt. Mit welcher Kollegin hattest du eigentlich schon Verkehr? Pfeffer? Ja, mit Oliver Prolag. Die Bissbuk. Muss man den in Mehl wenden, um die feuchte Stelle zu finden? Hast du den eigentlich seitdem schon mal wieder getroffen, seit unserem letzten Podcast? Nee, gar nicht mehr. Aber wir können uns unseren Podcast so nennen. Oliver Prolag? Being Oliver Prolag. Oliver Prolag Tribune Podcast. Ja, was ist denn jetzt politisch? Jetzt sag mal. Was sagst du zum G20-Gipfel? Können die nicht einfach einen Google Hangout machen? Hier? Na die. Eigentlich ja, oder? Oder? Müssen die ganze Stadt lahmlegen? Ich finde schade, dass der saudische, was auch immer, nicht kommt. Der Emir, Prinz. Glaubst du, dass die Merkel den Trump aussitzt? Ich glaube, den schafft die nicht. Der Trump ist doch irgendwie, also egal wie, super lecker. Egal wie man ihn findet, ne? Der Typ macht ja alles, was er gesagt hat. Geil, das Messer sieht aus wie so ein IS-Messer, mit dem man den Leuten den Hals abstaltet. Das ist eigentlich eine Machete. Guckst du solche Videos? Nein, du hast mir das noch nicht gesehen. Das warst du immer noch nicht auf Best-Score. Nee, auf keinen Fall. Dann kann ich nicht sagen. Ich habe auch versucht, ich habe gedacht, ich gucke so viele, bis es mich das nicht mehr stört. Alter, du bist so krass, ey. Du guckst dir sowas echt an, ne? Aber nee, ich habe üble Träume. Ja, aber hast du jetzt mal mitbekommen, was mit Obamacare und so ist? Also kennst du dich eigentlich damit aus? Also weißt du, ich habe... Wie denn? Ich gar nicht. Was? Ich habe jetzt heute mal zum Beispiel recherchiert, was Obamacare eigentlich ist. Ja. Und, ähm, also wenn du, jetzt abgesehen davon, dass ich kein Trump-Fan bin, aber der Typ macht ja das, was er gesagt hat. Ja. America first, ne? Der lässt sich auf keine Kompromisse mehr ein. Der, der, äh, steigt aus dem Klimaschutzabkommen aus, der, gut, er ist ein bisschen wechselhaft, aber das ist heute so, morgen so. Das ist Pariser Klimaschutzabkommen, ne? Ich meine, das war ja ungefähr so, als wenn wir beide uns jetzt verabreden würden, wir nehmen bis 2030 jeder mindestens 350 Gramm ab. Ja. Und wenn nicht, zahlst du das Bier. Ja. Wenn du keinen Bock hast, das Bier zu zahlen, zahle ich's. Und wir teilen's. Das ist der Deal. Pass auf. Ich meine, das war ja nichts... Warum ist er da eigentlich überhaupt ausgestiegen? Weil das war ja nichts... Und wenn das Verloben an diesem Deal war ja, dass zum Beispiel die Japaner, die, ähm, die größten, äh, Dreckschleudern sind, sich das Recht haben reinschreiben lassen, bis 2026 nicht am Klimaschutzabkommen wird. Das heißt, das Ding war eigentlich obsolet. Dieses verfickten Teenager-Schlüpper, Stürmer, Schnüffler, walfickenden Atomkraftwerk in die Luftjager. Was ist eigentlich mit denen los? Wann fallen wir da ein? Kannst du japanisch? Aber was ist mit unserer Frauenliste? Ja, klar kann ich japanisch. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, damit anzugeben. Japaner, ja. Japaner ist aber so. Die Welt nennen wir die Welt. Alles so. Oh, lol, lol. Kannst du nicht schwimmen? Nein. Da haben wir so. Oh, die Sommerer. In reich der Sinne. Die Typen sind so, aber die Frauen sind ja total devot. Mit einer devoten Frau zusammen zu sein. Mit einer Japanerin, ja. Würdest du dir ein Kölsch beibringen? Der Japanerin, nein. Würdest du dir gar nichts beibringen? Doch, ich würde dir was beibringen, aber was anderes. Aber das sagst du jetzt nicht, oder? Ich würde sie dir beibringen. Wenn ich eine Japanerin hätte, könnte ich sie zu dir geben, dass du dir was beibringst? Unbedingt. Hast du schon mal eine Japanerin? Komm, du willst. Nee. Nee. Ich habe schon mal eine Japanerin geblomt. No. Ja. Das gibt es nicht, ey. Oh, scheiße. Hab ich eifersicht. Und die hatte eine Menge Pubicare. Zu einer Zeit, wo das nicht so in war. Jetzt finde ich da ein bisschen Scham machen wieder ganz gut. Ein Dreieck über... Und auf der Pulver, ne? Wieder ein bisschen verharze seitlich der Mode, ne? Weil wenn du ihn rausziehst, kannst du ihn so ein bisschen durch die Scham machen. Und dann wieder rein. Und das ist so ein bisschen, weißt du, als würdest du ihn ein bisschen... Das ist so lecker aus der Stadt. Das ist hammer lecker, oder? Das ist super. Aber du bist ja panophil, ne? Du hast ja weiter da gelebt. Ja, 20 Jahre. Nein, weil du ja zwei Jahre, oder? Nur zwei Jahre. Wie hast du dich über Wasser gehalten in Tokio? Ich war in Fukuoka. Ich war in Fukuoka. Ah, ja. So ein... Fisch-Entertainment-Ball, ne? Oh, Fisch-Harm hast du. Mhm. Ich hatte da noch ein Austausch, ja. Als ich auf Gymnasium war. Ich habe nur mal gelesen, dass du irgendwo in einem Interview erzählt hast, du hast mit alten Männern ein bisschen nach Hause gegangen, mir hast du dich erzählt, damit du dir einen Hochgeschwindigkeitszug leisten kannst. Das ist aber in Japan nicht schlimm, also. Nee, das ist sehr anerkannt, ne? Ja. Gay-Show. Ich war Gay-Show. Bah. Daher kommt auch die Verbindung zum Küpperwusch. Das ist ja meine nächste Frage. Hat der Küpperwusch... Macht er sich was als Frauen? Du meinst, ob der schwul ist? Nein. Ja. Das sind Dinge, über die ich mit ihm kaum rede. Ich versuche, eure Verbindung zu verstehen. Wir sind Freunde. Als ich noch Weltruf hatte, die Produktion-Könner, da waren wir da. Mit Benjamin von Schuka-Fache. Und hat über meinen Terminator-2-Flipper gelästert. Küpperwusch ist einer der glücksten Menschen, die ich kenne. Mhm. Ja, die... Gibt was, wo ich das Arsch lau'n, ne? Auch wenn Harald Schmidt über seine Show damals gesagt hat, Steinzeit-MTV. Wenn Harald Schmidt das sagt, hat das nicht so viel Bedeutung. Du meinst so, wie wenn er sagt, er hat in Augsburg Schauspiel studiert? Alter, dieser Typ ist... Gibt es in Augsburg überhaupt eine Schauspielschule? Nein. Der hat alle die ganze Zeit verarscht. Keiner ist mal auf die Idee gekommen, in Augsburg nachzugucken. Hast du mal geguckt, wie er spielt im Traumschiff? Mega gut. Ich will das schlechte... Nein, es ist wirklich... Es ist wirklich, als würde der Beleugter einspringen. Hallo, meine Dame. Darf ich Sie für ein Schwein-Tänzchen empführen? Das ist der schlechte Schauspielschule. Der ist der schlechste Schauspieler derzeit. Trotzdem, wir waren mal Fans, oder? Mhm. Warst du nie? Nein, ich bin... Ich finde ihn auch unglaublich intelligent. Aber ich finde, er hat so eine großhafte Intelligenz. Ja, aber es ist doch sexy. Ja, vieles, das hast du ja auch. Vieles von dem, was er sagt und denkt, verschwendet sich auf anderes. Oh, jetzt ist das Mikro kurz in die Sauce Benesse. Das war der geilste. Sauce Benesse. Oder ist das Sauce Cache de Paris? Ich finde, das ist eine Verschwendung, wenn du deine Intelligenz nur dazu verwendest, andere zu diskreditieren. Ja. Nein, aber... Ich bin schon bei dir ähnlich. Es gibt ja im Englischen so einen Ausdruck entertain the thought, ja? Also denk mal drüber nach, ob alles, was du denkst, nicht vielleicht falsch ist. Das heißt nicht, dass du anfangen sollst, dich selbst zu hassen, sondern denk drüber nach, wie es wäre, ja? Und fühl dich da rein. Entertain the thought, ja? Und das macht er halt auch. Ich finde auch, dass es in viele Richtungen hätte gehen können. Ich finde, er hätte... Zum Beispiel... hätte er... Ich finde, ich sollte er jetzt so etwas drehen wie... die Osborns. In der Real Life, mit Harald Schmidt, wie er seine Kinder zum Ballett fährt. Das ist der Hammer. Hammer. Wie viele Kalorien hat das, was wir gerade essen? Ach, das ist so wenig. Rinderfilet ist ja ganz leicht. Diese Kartoffeln sind in siedelndem Schweinefett ausgebacken. Aber danach tupfen wir das jetzt auch völlig ab. Dann haben wir Erbsen und Möhren mit einem kleinen Schuss Butter. Soß-Bernets. Das ist der Hammer, ne? Fünf Sekunden auf der Zunge, 50 Jahre auf den Hüften. Wenn wir so erleben. Wir sind über tausend, oder? Ja. Vor allen Dingen, wir haben erst die Hälfte gegessen. Gucken wir, was hier noch ist. Scheiße. Weißt du, wo wir demnächst mitmachen können? Der Weg ist loser? Da kann ich schon mal ganzes Leben lang mitmachen. Wir beide da. Das wäre der Hammer, oder? Ich finde, wir könnten eine Menge solche Sachen machen. Ich finde, wir könnten auch zusammen diese Bildschuhe unternehmen. Nur so ein Polizienbild. Ich bin der Konservative. Ich bin da raus. Und du bist der Rebell. Ich mach nichts mit der Bild. Ich bin da raus. Aber wenn du das machst, kann ich ja mit dir ein Deal das sind nie wieder über dich berichten, ansonsten. Nee, ich mach keine Deals. Du weißt, wann dein Typ geboren ist? Du hast mir eben erzählt, 70. 1980. Ich bin sieben Jahre jünger als ich. Du bist 73 geworden. Und du? 68. Du bist einfach von diesen 68ern, ne? Das Gemüse? Nein, danke. Das heißt, du warst fünf, als ich Abitur gemacht habe. Wer ist das Gemüse? Ja, gerne. Ja, für Rotten, Erbsen lieber. Erbsen hätte ich gemacht. Beidesch mischen. Das war sehr lecker. Unfassbar lecker. Ich glaube, das leckerste Essen, das man ganz berlin essen kann. Na ja. Die Erbsen sind ein bisschen grob. Weißt du nicht? Bisschen kühlig? Kühlhautig. Ganz ehrlich. Aber nur, wenn sie tiefgefroren waren, sind sie so richtig schön grün. Haben wir jetzt politisch alles durch? Nee. Nee. Wie soll das gehen? Ehe für alle. Hast du ganz viel gepostet? Ja, weiß ich richtig. Das hat dich sehr mitgenommen, oder? Ja. Nein. Warum? Ich will erst mal wissen, was du dazu denkst. So, Ehe für alle? Ja. Ich finde es richtig scheiße. Dankeschön. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wie Tom Hanks in Saving Private Ryan sagt. Ey, ich muss dir... Hast du Actors on Actors mal gesehen? Ja, klar. Das ist der Hammer, oder? YouTuber ist eh der beste Sender der Welt. Okay, zurück jetzt. Ehe für alle. Ehe für alle. Dass diese Verspießung... Das hast du ja schon mit dem Hashtag abgedacht. Dass diese Verspießung... von Idealen ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. In den 70ern wollte niemand heiraten, weil die Ehe so als Inbegriff des Konservativen galt. Und jetzt wollen alle plötzlich heiraten. Gut, ich verstehe das mit dem Recht. Ey, mir ist das so scheißegal, wer wen heiratet. Ich habe genau das gleiche gedacht, was du mir gedacht hast. Vor fünf, sechs Jahren. Da verstehe ich, woher du kommst. Aber man denkt sich, wenn du bist schon anders, du bist schon schwul, warum willst du jetzt so eine heterolebensweite adaptieren? Aber die sind halt... Einer von beiden ist, sagen wir mal, eine schwule Lebensgemeinschaft und einer lebt bis in diesem Krankenhaus. Dann darf der andere nicht dazu. Ey, ich rede nicht über das Rechtliche. Ich rede nicht über das Rechtliche. Und es geht halt, manchen bedeutet es ja, da würde ich viel zu zeigen, hey, wir gehören zusammen. Ja, darüber rede ich auch nicht. Das kannst du ja schon. Rechtlich kannst du das ja nicht. Ja, aber richtig so. Richtig komplett gleichgestellt. Wenn du den Anspruch stellst, zum Beispiel kirchlich zu heiraten. Dann scheiß auch Babys raus. So, wenn du als Schwuler von einem katholischen Priester vermehlt werden kannst. Das kannst du aber nicht. Dann zwingst du doch deinen größten Gegner dazu, die Hosen drunter zu lassen. Oder? Ja, und ich finde es auch okay, wenn die Katholen das nicht wollen. Das ist deren Sache. Das ist deren Religion. Die sagen, ey, bei uns ist das so, wir machen das nur heimlich, mit meinen Kindern in der Box. Und wir... Wenn du schwul sein willst, dann werden verfickt nochmal Priester, so wie alle anderen auch. Kennst du dieses Video von Louis C.K., wo er die katholische Kirche untersucht? Und er kommt dahinter. Und ja, geschehen ist ihm auch. Das ist nur, darum geht keine Jungs zu ficken. Das ist ja alles nur eine Tarnorganisation. Und es geht nur darum, keine Jungs zu bumsen. Ja, wobei, guck mal, was wir jetzt auch gemacht haben, ist ja ein Gedankengang, den ich an sich total diskriminierend finde. Du kommst es von Schwulen direkt auf kleine Kinder schicken. Ja, das stimmt. Das ist okay. Diesen AfD-Typen gesehen, der Päderast mit Pädophilien wechselt. Hast du gesehen, ne? Ja, klar. Der Idiot. Wie hieß er, der diese Rede hält auf der AfD-Seite. Ich merke mir keine Affen. Damit sind den Päderasten Tür und Tor geöffnet. Tür und Tor geöffnet. Man braucht nie mal eine coole Rechte-Partei gründen. Ich fände es auch gut. Was würdest du, das wäre deine Haltung zum Islam? Ich würde jegliche Form von Religion verbieten. Alle, ja? Aber die Kirchen sind doch ganz hübsch. Und Weihnachten. Nee. Der Weihnachtsstress auch weg? Ich würde zum Beispiel... Wollen wir Weihnachten unbedingt ein Kauffest? Ich würde Spiegelartikel kostenlos machen, aber Kirchengänge bezahlen auch. Dass man bezahlen muss, oder hingehen? Bezahlen muss, ja. Das musst du ja sowieso über die Kirchensteuer. Ja, aber Religion muss viel teurer sein. Überleg mal, wenn du... Noch mehr als das Leben kosten? Ja, aber wenn du zum Beispiel den Islam bekämpfen willst, musst du eine ganz hohe Islamsteuer erfinden. Du musst nur Hartz-IV streichen. Also du bist super anti-islamisch, ne? Ja, natürlich bin ich das. Ich finde, das ist die natürlichste Haltung, der ich für eine Religion, die dagegen ist, das Frauen kurz zurückgetragen. Aber ich habe das neulich mal ein bisschen hinterfragt, im stillen Kämmerlein. Und dein Islam-Hass ist ein bisschen oberflächlich. Na, ist auch kein Hass. Weil du die... Du bist ja nur bei den Symptomen, du bist nicht bei den Ursachen. Und du verallgemeinerst das auch. Du sagst auch, alle Moslems entscheiden. Nein, also ich finde, wenn das jetzt... Tausch mal Islam durch katholische Kirche aus, dann würden alle darüber Sprüche machen. Aber beim Islam halten sich alle bedeckt. Und keiner geht an diese offensichtigen Dinge, die mit Humor zu bekämpfen sind. Das gehört verhöhnt. Ja, aber das ist das finde ich oberflächlich. Das ist oberflächlich. Okay. Was ist jetzt... Erklär das mal ein bisschen genauer. Lass uns das mal ausdeskriptieren. Was ich festgestellt habe, ist ja, dass du berechtneterweise auf den gewalttätigen Islam schlecht abfährst. Isis, Pierre Vogel, Sarafismus, also die Auswüchse. Nee. Ich kenne den Islam viel zu wenig, um zu sagen, ob er besser ist oder schlechter als der Katholizismus. Ich glaube, der Katholizismus ist mindestens genauso schlecht oder hat in seinen Ansätzen ähnliche, ähnliche Paradigmen. Das Ding ist, das ist mir zu wenig, auch bei dir, heute, wenn Leute über den Islam reden, sie vergessen, warum eigentlich die ganze Situation sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Guck mal, mit dem Irak, Amerika, mit dem Iran, der man demokratisch war. Der IS ist ein Ergebnis fehlgeleiteter, falsch gelaufener Westpolitik. Ja. Wenn der Irak nicht zerstört worden wäre, ich meine, Saddam Hussein war bestimmt kein guter Typ, aber der war ein Garant für Stabilität, dann hätte der IS keine Stabilität bekommen. War ein ansteiger Kerl. Nein, der war lange Zeit ein Befehlungsvater der Amerikaner. Ja, aber welches hat noch mal nicht mitgemacht? Bei Gerhard Schröders Nein? Bei der Irakischen Koalition, ja. The Coalition of the Willing. Beim zweiten Golfkrieg, und das war ja visionär, da haben sie ja alle vorgeworfen, das deutsch-amerikanische Bündnis in Frage zu stellen. Heute, Merkel wollte mitmachen. Ja, und die Merkel macht heute nicht stimmiges. Die diskierten oft den Affront. Aber, mit wem? Mit Trump. Jetzt auf dem G20-Gipfel hat sie sich doch vorgenommen, um Stand zu halten. Ja, längerlich. Also Schröder hat das gemacht und haben alle gesagt, kannst du nicht machen. ein deutsch-amerikanischer Wort. Ey, wir müssen gleich noch über Helmut Kohl sprechen. Ja, ja, viel Zeit. Ich finde das ungerecht. Also, ich bin überhaupt kein Islamfreund. Ich hasse Religion. Ich finde es schrecklich, hier die Mädels zu sehen in der vierten Generation mit dem Kopftuch. Diese Idioten in Berlin, die Taxifahrt, alle mit ihren Sackhaberten, die nie... Die keine Hunde mitnehmen. Die nie in so einem Staat gelebt haben, die hier die Freiheiten genießen. Ich bin genauso drauf wie du. Aber ich bin auch manchmal, ertappe ich mich dabei, wie ich an so einer Oberfläche hänge und das, was drunter ist, nicht mehr sehe. Und das, was drunter ist, ist, diese Monster sind doch nur entstanden, weil die Leute hier, wir eigentlich auch, eine scheiß Politik gemacht haben in den letzten 30 Jahren. Ja, aber da bist du in so einer Schuldspirale, ne? Nee, ich bin nicht schuld. Das ist nur Ursache und Wirkung, die ich auf der Hand. Also, wie wir gerade festgestellt haben, im Mirarkrieg hat Deutschland nicht mitgemacht. Im Zweiten. Ich hatte mal im Kindergarten eine Freundin, eine Zürke, und die war bei mir zu Hause und ich war bei ihr zu Hause. Wir waren ganz unschuldige Playmates. Und irgendwann durfte die nicht mehr mit mir spielen, weil halt Mann und Frau, ne? Also, wenn wir ehrlich sind, gab es, war die islamische Zuwanderung auch schon vorher kein Erfolgsmodell, ne? Vor dem ersten oder dem zweiten Golfkrieg. Und ich glaube, für das, was mit dem Iran passiert ist und woran natürlich die USA-Schulde sind und also die Demokratie, die es damals gab, die zusammen und dann wollten die ihre ihr Öl da selber verkaufen und dann haben Amerika und Du meinst das 1980 mit dem Schar und genau. Die haben ja wirklich eine prosperierende Demokratie zu Fall gebracht und sich eine Diktatur auf eine islamische Diktatur ersetzt. Trotzdem, ich glaube nicht, ich glaube allein schon die Unterscheidung zwischen Islamismus und Islam ist unsinnig. Das eine gibt dir das andere. Also ich halte es für eine in der Essenz denke ich genauso. Ich halte es für eine Frechheit in ein Land einzuwandern und dann zu erwarten, dass mehrheitlich nicht islamisch ist. Also in der Essenz und dann zu erwarten, dass alles nach deinem Willen läuft. Ja. Und wenn du nach Amerika ziehst, dann ändern Leute ihren Namen. Ja, pass auf. Ich würde dann Nick Roof heißen und du würdest heißen Serdar Sadelli. Das Ding ist, ich denke in der Essenz genauso wie du. Weil du dich so doll anpasst. Nee. Ich würde es gerne nur fundierter argumentativ unterlegen. Also mir fehlen manchmal fundierte Argumente um das, Gegen den Islam? Ja, weil das was du sagst spüre ich ja. Ich weiß ja, dass das was du sagst richtig ist. Ein Mädel, das hier aufwächst, das hier geboren ist, kann nicht in die Schule gehen und sagen, ich gehe nicht zum Schwimmbar und der Riefer, das sind Jungs. Dann leck mich am Arsch. Ja, genau. Dann geh halt nicht schwimmen. Dann geh in das Land, wo du hergekommen bist und guck, Das wäre der letzte Schritt. Geh schwimmen oder geh nach Hause. Das würde ich gerne fundierter sagen. Ich finde auch zum Beispiel, nehmen wir ein anderes Beispiel, AfD. Ja. Natürlich wissen wir beide, dass wir gegen die AfD sind. Wissen wir denn warum? Nee, ich bin gar nicht, mich nervt das eher so, dass man überall ein Klick damit bekommt, dass man gegen die AfD sein soll. Ja. Ich bin einfach gegen die AfD. Fick das scheiß Nazi. Ich finde, das ist eine junge Partei, die sich am demokratischen Game beteiligen möchte und auf die so plump eingeprügelt werden. Naja, komm. Also was Hogenburg, was Gauland, was Beatrice und Storch sagen, das bestätigt ja. Sollen wir mal über die Jahrzehnte zusammensammeln, was SPD und CDU abgegriffen. Ja, aber es bestätigt ja auch die Kritik. Die Kritik an der AfD ist ja, dass sie mit Rechtsradikalismus kokettieren. Ja, das haben wir ja. Und dass sie das bewusst macht. Schießbefehle auf Kinder, blablabla. Wir könnten jetzt etliche Beispiele aufstellen. Die AfD ist ja auch schießbefehle auf Kinder, aber doch lächerlich. Es ging darum, ob man die Schrenzen verteidigen kann. Und ja, als letztes Mittel wird an der Grenze geschossen. Du meinst, wenn du einfach in Amerika reinrennst, dann schießen die auf dich. Du meinst, die AfD wird missverstanden? Nee, aber ich würde nicht missverständlich aus. Ich glaube, hier ist nicht geschlossen. Ich weiß gar nicht, ich finde es bewundernswert überhaupt, dass jemand eine Partei gründet und dann eine Willensbildung als Partei hinbekommt. Eine geschlossene Willensbildung. Ich glaube, es dauert ein bisschen. Das hat der Lucke nie geschafft. Nein. Aber Petri zum Beispiel ist doch eigentlich, ich meine, die hat ein Bundesverdienstkreuz. Das ist doch eigentlich eine ganz patiente junge Frau, oder? Scheitert aber gerade an ihren eigenen Ideen ein. Ich glaube, dass die Petri gerade einen ziemlichen Frust schiebt. Ich bin doch gar nicht... Die AfD leidet doch darunter, dass sie sich nicht abgrenzen kann gegen die Einflüsse, für die sie sich rechtfertigen muss. Das schafft die AfD nicht. Die haben Einflüsse im Osten, vielleicht stärker als im Westen, die auf einer ganz klaren rechtsradikalen Ecke kommen, gegen die sie sich dringend abgrenzen müssen. Und die schaffen das nicht. Ein Teil der AfD nimmt das in Kauf, weil sie weiß, dass sie damit Wählerstimmen gewinnen. Und ein Teil der AfD weiß ganz genau, dass das ihren Untergang und ihre permanente Koalitionsunfähigkeit bedeutet. Ich glaube aber, das ist vielleicht verkühlt. Ich glaube, es ist nicht mehr dein Untergang, wenn du mit rechtsradikalen Teil assoziiert wirst und die wieder schön mitnimmst. Weil es die Situation gibt, dass Leute Protestwieder sind. Die glauben gar nicht an die AfD, sondern wir wählen die aus Protest. Also meinst du, muss man das integrieren? Das ist integriert. Ich glaube, die müssen jetzt alles mitnehmen, was sie kriegen können an den Widerstimmen. Das läuft nicht so gut, wie man dachte. Das läuft ja teilweise ziemlich gut. Vielleicht ist es ganz slick, das so zu machen. Aber verstößt das nicht gegen einen Ethos? Also dass man sagt, die Forderungen, die die AfD stellt, sind für mich so ethisch nicht vertretbar. Welche? Zum Beispiel strikt gegen die Homo-Ehe zu sein, selbst aber lesbisch. Ja, vielleicht will ich den Karraten. Gut, ja. Was ist die gegen die Ehe an sich? Ich glaube zwar, dass die AfD nicht nur gegen die Homo-Ehe ist, sondern prinzipiell gegen das homosexuelle Lebensjahr. Die AfD ist keine Partei, die mir gefällt. Ich fände eine Partei... Und ich finde es gut, dass du den Schuss nimmst. Ich finde es super. Gar nicht jetzt, ich meine es nicht. Ja, ich meine es. Das ist ja das, was ich meinte mit Differenzierter auseinanderzusetzen. Ich finde es wäre sonst ein langweiliger Standpunkt. AfD ist bei den Leuten, wir reagieren wie ein Pavloscher Hund. Du musst sofort sagen, nein, schrecklich. Die verrückten Ossis. Kennst du diesen... Wir haben ja jetzt über Ingmar Stahlmann geredet, das letzte Mal über seinen entgrenzten Körper. Heute über seinen... Das er ein bisschen zugenommen hat. Das er teigig ist. Teigig. Teigig hast du es genannt, ja. Das war das Freundlichste, was du gesagt hast. Nein, ich mag Ingmar. Ich mag alle. Ja. Seid ihr euch schon auch begegnet? Mhm. Meiner Meinung nach einer der besten Nachwuchs-Comedians, die es gibt. Absolut. Bitte. Ingmar schreibt ab und zu meiner Freundin. Ja? Der hat eine super Freundin. Wie Polen? Ja. Ein mega Geschoss hat der am Schnapp. Mir ist die zu edel. Ich brauche es ein bisschen dreckiger. Aber Ingmar ist ja ein Sachse. Wie kommt es aber jetzt auf Ingmar? Und der bei jeder Sache, immer wenn es um AfD geht oder um Islamkritik, der geht ja wie ein pavlovscher Hund. Und sagt, das sind alles Nazis? Ungefähr. Und als wollte er ganz Sachsen alleine reinwaschen. Wo man sieht. Das ist zu, Ingmar. It's in you. It's in your blood. Let the hate flow through you. Also Sachsen... Ähm... Ja. Nein, also... Ähm... Ich finde die Partei cool, die... die erstmal als allererstes Thema ähm... den digitalen Wandel hat. Und den auch versteht. Ja. Das nehme ich eben auch ab. Aber danach fände ich zum Beispiel ähm... eine Adressierung der Islamthematik auch wichtig. Ohne rechtsradikal zu sein. Und ich habe kein Problem damit, auch konservativ zu sein. Also es kann ja nicht sein, dass du bei der WM machen sich... Ich mache mir auch keine Wimpel an meine Autos mit einer Deutschlandfahne. Aber manche Leute machen das und meinen damit Fußball. Es gibt Linke, die das abreißen. Es gibt so eine ekelhafte, arrogante, Dreckslinke, äh... die die Leute nervt. Ja, ich weiß... Mich auch langsam. Also ich habe dir auch nie unterstellt, ein Nerven zu sein. Du kennst doch auch Bergtypen. Ja, ich glaube auch, dass du ein gewachsenen, ähm... ein gewachsenes Ressentiment gegen diesen, ähm... gegen diesen konservativen Linksapparat hast. Also das, was hier in Berlin ist, ist ja hier, siehst du es am deutlichsten, sind die Linken so arriviert, dass sie schon wieder konservativ sind. Natürlich, das checken die überhaupt nicht. Nee, das checken die nicht. Das ist so spießig, was die hier abziehen. Die Grünen sind eigentlich die Schlimmste. Das ist ein ganz gängiges Regelsystem. Ja, Green Hell. Ja. Du hast gar nichts. Die Nein-Partei. Mindestens musst du vegan sein, du musst, ähm, alles tolerieren. Sobald du irgendwas gegen irgendwas sagst, bist du Nazi. Ähm, das verstehe ich. Die Nazi-Kreude ist auch so abgenutzt. Ja, Nazi-Kreude ist nur ein scheiß Wort. Was ich sage ist, Aber nein, aber es ist eine Frechheit gegenüber dem Verbrechen, die passiert sind, so leichtfertig, jemanden Nazi zu nennen. Ja, pass auf, aber lass mich das noch klarstellen. Für mich ist das Prinzip aller Gedanken, die ich habe, ne? Wenn du was hast, egal was du hast, ich bin komplett offen. Ich rede mit dir, ich lasse es zu, ich decke darüber nach. Aber die einzige Voraussetzung, die ich habe, ist, dass es irgendein Fundament hat, auf das ich das berufen kann. Und, ähm, gerade das Wort Nazi-Kreude ist halt ein sehr behaftetes Wort, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob du diese Diskussion damals mitbekommen hast, das kommt ja aus der Martin-Walser-Diskussion. Ähm, erinnerst du dich da dran? Ja, klar. So, Martin Walser, Marcel Reich-Ranitzki. Es ging um die Worte, die ja an Israel verschenkt wurden, glaube ich, ne? Ja, es ging darum, dass damals Marcel Reich-Ranitzki Walter hat ja auch so eine leichte Tendenz zum, zum Neo-Nationalistischen. Es ist nie klar, wo er eigentlich steht. Da gab es noch Boto Strauss. Schrammeier-Essmann. Ja, ja. Boto Strauss, bla, 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 bla. Und da gab es eine Rede beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, wo das Wort Nazikäule eine große Rolle spielte. Und das Wort Nazikäule impliziert ja, dass die Kritik derer, die sagen, es hätte eine Anlehnung an Nazi-Ideologie, hergestellt ist. Dass sie oberflächlich ist, dass sie eine Anwendung ist, die aus einem Reflex entsteht. Und da muss man, da muss man differenziert sein. Natürlich gibt es in Deutschland unheimlich viele Leute noch, die in diesem Denkmuster sind. Ne? Also, Björn Höcke oder Bernd Höcke, ich weiß nicht, wie die heißt, der Brockenburg. Leute, die ganz bewusst damit spielen, dass sie solche Analogien herstellen. Da musst du auch sehr wachsam sein. Oder nehmen wir Henrik, ein Bruder. Die Geschichte, die mit Ken FM gelaufen ist, beim RBB. Da habe ich als erstes gedacht, boah, das ist jetzt echt einiges Ziel hinausgeschossen. Jetzt ist er selbst der Nazi. Der Bruder, der beschuldigt ja wirklich jeden im Minutentakt ein Nazi zu sein. Wenn du es dir genau anguckst, hat seine Kritik eine gewisse Berechtigung. Und es hat auch eine Berechtigung, wenn du es im Winter... Was hat der Ken noch mal damals gesagt? Er hat doch irgendwas... Es hat auch eine Berechtigung, wenn du es von dem Hintergrund seiner Lebenserfahrung und seiner Biografie siehst. Es ist einfach so... Ich weiß, dass du als neue Generation sagst, ey, wir wollen Schlussstrich ziehen. Nee, das sage ich nicht. Willst du nicht? Rennen wir gleich drüber. Ich habe jetzt noch lange gelabert. Punkt, auf Schluss. Ich weiß nicht, wenn er was Ken gesagt hat. Ich weiß nur, dass ich, als ich es gehört habe, dachte, oh, das ist wirklich nicht so ganz sauer. Ja, das hat er ja auch ein bisschen verschwörlich. Ja, das hat er ja eh. Wobei der auch zu Unrecht beschuldigt wird. Das ist auch jemand, dem viel vorgefordert wird und der ich gar nicht so... Ich versuche es immer auszuhören, aber man kann ihm ja kaum zuhören. Ja, jetzt reden wir nochmal darüber. Aber Sie haben ja selbst gesagt und ich habe das hier und ich möchte es zitieren am 28.03. in Ihrer MP3, die Sie mir geschickt haben per E-Mail und ich habe hier den Sendungsnachweis selbst gesagt und ich bin gesagt, ich hole selbst gesagt mit Ihren eigenen Worten und die Benutzung Ihrer Einbeziehung, Ihrer eigenen Stimmbänder. Das ist ja... Du kannst ihm ja nicht zuhören. Der hat sich da aber auch in eine Sackgasse manövriert. Ich bin verständlich. Ja, aber läuft das super bei Ihnen online, ne? Online läuft super, aber die Frage ist halt, wen erreicht der, ne? Wie den Bruch übrigens kennt. Er reicht halt sehr viele Aluhüte und Leute, Verschwörungstheorie. Das hat Business gewonnen, glaube ich, bei Ihnen. Bisschen, ein bisschen. Ein hochintelligenter Typ, netter Typ, wieder intelligent, aber... Iraner, ne? Perser. Perser. Ich glaube, im Flugzeug geboren, über dem Iran. Ach. Ja. Und, ähm... Aber das ist doch eh... Guck mal, was meinst du, der wirklich heißt? Ken, Hallo, aber hier, da sind wir bei Sabah Naidu, da sind wir bei dir, da sind wir auch bei dir. Wie viele Diskussionen in der Öffentlichkeit finden im Affekt... Ich habe mich jetzt alle in einem Atemzug genommen. Ich finde dieses... Es ist inzwischen so eine aufrege Industrie, ne? Irgendjemand hat was gesagt, das war ein Begriff, der wurde auch in der Nazizeit verwendet, und zwar im Landkreis Schleswig-Holstein. Da wurden nämlich Kühe beschlagnahmt, wenn die also jüdische Gefleckungen hatten. Und, äh... Es ist inzwischen hochspeziell geworden. Und irgendjemand kann das immer besser deuten, der halt, keine Ahnung, noch mehr Stunden vor Spiegel-TV und Nazi-Dokumentationen zugebracht hat. Aber ich finde nicht, dass das die Leute sind. Ich finde, dass das die Medien sind. Ja. Alles verkauft sich, aber du den Hitler draufpappst. Ich glaube, das ist ja auch nah. Ja, es ist ja auch die Vervielfältigung. Es war früher ja tatsächlich, du warst ja sozial geächtet und du warst ja sozial durch, wenn du als Nazi abgestempelt warst. Das ist ja vorbei. Wenn du Jenninger gesagt hast und dafür ist er zurückgetreten. Ja, das Faszinosum. Das war der Grund. Das hat gereicht. Und heute, und deshalb stimmt die Nazi-Keule. Es wurde halt zu oft benutzt. Es hat sich totgelaufen. Es ist wie Arschloch. Arschloch gilt vor Gericht nicht mehr unbedingt als Beleidigung, sondern als Meinungsäußerung. Ja, ja, trotzdem musst du... Früher war das Loch des Arches, wenn man jemanden so bezeichnet hat, das war schon ganz klar eine Beleidigung. Aber trotzdem musst du, glaube ich, aufpassen, dass du da auch nicht die falschen Argumente bedingst. Nein, natürlich hast du... Also ich habe zum Beispiel nicht mit uns diese Demo der Muslime in Köln, die stattfinden sollte. Da habe ich 100 Tweets rausgebracht, dass da irgendwie bei meiner Bar Mitzwa waren mehr Muslime als auf der Demo und so weiter. Und natürlich hast du dann ein paar Follower aus irgendwelchen Ecken. Ich kann sagen, das ist nicht so wahnsinnig. Aber dann gibt es andere, die mir das sagen. Ja, jetzt hast du aber diese Follower. Ja. Ist es jetzt nicht so, dass mir irgendein Linkstyp aus Kreuzberg lieber ist als ein Nazi aus irgendwo? Ich finde, ich hasse beide. Ja, das weiß ich auch. Nur, ich wiederhole es nochmal, weil ich vermisse, auch bei dir ist manchmal, dass du die Ursache und Wirkung noch deutlicher darstellt. Wie ist das mit Ursache und Wirkung? Ja, Ursache und Wirkung ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Das Chaos, was wir gerade haben, was dazu führt. Aber welche Verantwortung habe ich dafür? Du nimmst nur die Oberfläche wahr. Du nimmst wahr, dass irgendein IS-Kämpfer jemandem die Gurgel abschneidet. Zum Beispiel? Das ist schrecklich und das ist Anlass natürlich auch dafür, total wütend zu sein. Aber der Grund, weshalb das passiert, liegt nicht darin, dass der Islam eine schlechte Religion ist. Alle Religionen sind schlecht. Der Islam ist nicht schlechter oder besser als eine andere Religion. Doch, ich finde, der Islam ist schlechter. Das musst du begründen. Ja, kann ich dir begründen. Man darf den Koran ja nicht interpretieren oder auslegen. Der ist ja wörtlich zu nehmen. Und der ist ja auch nicht von mehreren Propheten geschrieben worden, sondern von einem. Der Koran ist kein Regelwerk. Der Koran ist ein Gedichteworgen. Die Scharie ist aber nicht ein Regelwerk. Das Problem ist ja im Islam, dass so viele Auslegungsmöglichkeiten existieren. Ich denke eben nicht. Wenn du zum Beispiel wenn du nach Ägypten gehst, die größten die größten Wortführer des Islam sitzen in Ägypten. Das sind die die klügsten Leute auf das Oberhaupt der islamischen Glaubensgemeinschaft. Sind die wirklich klug oder sind das einfach nur die Wirtschaftsweisen des Islam? Das sind sehr kluge Leute. Das sind sehr kluge Leute. Der Sufismus spielt in den Islam eine große Rolle. Du hältst also die islamischen Spitzen glaube ich für kluge Leute. Die in Ägypten sitzenden islamischen Oberhäupter sind auf jeden Fall sehr sehr kluge Leute. Sie sind Instanzen und die differenzieren sich ja ganz deutlich von dem was andere Leute aus dem Koran herausinterpretieren um Politik zu machen. Der Koran ist ja nichts anderes als ein Werk Ja, das Gleiche ist alle. Das hat er alles gegessen. Der Koran ist ja nichts anderes als ein Werk was von gewissen unterschiedlichen Richtungen missbraucht wird für politische Zweckrechnung. Ob das streitbar ist oder nicht ob man den Koran kennen muss um das zu widerlegen glaube ich zum Beispiel nicht. Bitte? Das wird ja mal vorgeführt. Hast du den Koran gelesen? Und wenn du ihn gelesen hast dann wird gesagt hast du ihn im ägyptischen im arabischen Original gelesen? Das ist zu einfach. Nein. Das ist zu einfach. Da finde ich da bist du ein bisschen zu oberflächlich wenn ich dir das vorwerfen darf. Da setzt du dich auf eine Meinung drauf die andere Leute für dich geschaffen haben. Nein. Ich würde die Meinung lieber hören die du dir selbst geschaffen hast. Du denkst ich kenne die Zusammenhänge nicht mit dem Irakkrieg und dem zweiten Irakkrieg mit dem Iran der meine Demokratie war. Geht mal weiter zurück. Aber ganz ehrlich vor vergangenes Jahrhundert aus masisches Reich. Aber ich finde es auch eine Frechheit zu verlangen dass ich mich damit so tief beschäftigen muss. Musst du. Ich kann doch sagen dass eine Mehrheit der muslimischen Menschen die ich in Deutschland getroffen habe und über sie berichtet wurde. Also den Zusammenhang kann ich schon herstellen. Das ist eine Empfindung das ist keine Haltung. Die Empfindung aus einer Empfindung darf ich keine Haltung entwickeln? Guck mal ich finde wenn mich ein einziger Türke irgendwo mal verprügelt hätte könnte ich daraus abfragen alles legitim alles legitim aber ich finde du musst deine Alltagserfahrung die du hast die dich ärgert trennen von dem was du analysierst aus einer geschichtlichen Erkenntnis herauf. Wenn wir zurückgehen in der Geschichte Lass mich das zu Ende sagen. Ich möchte kurz was sagen. Ich möchte nicht zu früh reden aber lass mich das zu Ende sagen. Aber ich möchte das ist unser Podcast. Ich twitter auf einmal Sachen nicht weil ich denke vielleicht beleidigt das ja war da. Ach Quatsch. Wirklich. Idiot. Ich bin doch kein Muslime. Und dann fühle ich es trotzdem. Das ist gut für mich. Nein. Aber geh doch mal zurück. Lass uns mal versuchen. Ich will mal ganz kurz was sagen. Ich finde es cool dass Deutschland ein Einwanderungsland wird und ich kann mir nicht schlimmeres vorstellen als hier allein unter Deutschen zu sein. Darüber rede ich nicht. Das möchte ich ganz kurz sagen. Voranschicken. Aber ich glaube dass eine reine muslimische Elendzuwanderung dieses Jahr von Analphabeten und so weiter die dann in der Elendzuwanderung ist es nicht? Alter ey. Von Menschen die subventioniert werden wenn Menschen herkommen und können nicht mal ihr eigenes Überleben sichern. Wie viele Leute wandern Menschen in Deutschland? Wie viele sind Muslime? Wie viele haben kein Geld? Keine Ausbildung? Das weißt du doch. Also wie viele Millionen Muslime sind jetzt zugewandert? Wie viele? Weißt du es? Ich weiß es nicht. Also jetzt ist es ja noch eineinhalb Millionen. Kannst du es nachweisen? Wieso soll ich es denn nachweisen? Ich bin doch kein Amt. Ich glaube das müssen wir ja vertrauen. Alter, war auf. Nein, nein, nein. Jetzt lass mich mal ausreden. Ich weiß jetzt Zahlen. Ich kann dir jetzt Zahlen sagen. Darf ich mal ganz kurz? Ich finde auch nicht dass die Asiaten gut integriert sind weil die machen ihr eigenes Ding und haben keinen Bock. Die mingeln auch nicht. Aber die stören uns keinen. Aber die anderen schon. Das ist super vereinfacht. Deswegen kannst du ja auch nicht sagen alle Deutschen sind Nazis weil hauptsächlich Brandanschläge von Glatzen auf Asylantenheimen verübt werden. Das wäre auch die Oberfläche. Mit denen willst du ja auch nicht in der Hand kommen. Aber lass uns doch mal überlegen. Nein, lass mich jetzt mal Zahlen sagen. Jetzt will ich mal ganz kurz weil du hast gerade gesagt dass mit den Muslimen mit den Glatzen die Asylantenheime anzünden. Das ist natürlich schrecklich aber ich glaube dass weniger Muslime durch Nazi-Angriffe sterben als Deutsche durch muslimische Angriffe. Das ist totaler Quatsch. Was glaubst du wie viele Leute wurden in den letzten 10 Jahren auf dem Alexanderplatz totgetreten und wie viele Muslime? Das ist mega Quatsch. Nein. Jetzt sage ich die Zahlen die ich weiß. Das ist unfassbar. Also die Flüchtlingsbrille war auf dem Höhenpunkt 2016 da war es geschätzt in etwa 800.000 850.000 Flüchtlinge in das Land gekommen. Ja. Im Jahr davor waren es 300.000. Was aber nicht gesagt wird ist das auch fast 400.000 die dann abgewandert sind auf Deutschland oder sie haben Rückreise sind wie nennt man das abgeschoben. Ja. Lass das an. Also von diesen Flüchtlingen die gekommen sind 2016 waren die meisten aus Syrien aus dem Kriegsgebiet. Bestimmt doch gar nicht. Doch die meisten Weißt man doch aus den Markebländern. Die waren gar nicht aus Syrien das ist nur gesagt. Die meisten Flüchtlinge 2016 kamen aus Syrien nachweisbar auch in allen Zahlen die gelesen hat. in Syrien um auf das Argument zu kommen was du eben gesagt hast dass das ungebildete Leute sind oder dass das Leute sind die 26% Akademikerquote in Deutschland 23% hast du dir persönlich ausgedacht Meinungsamt abgelesen. Jetzt kommen wir zu mir wo hast du es gelesen? Ich lese den Verfassungsschutzbericht ich lese ich informiere aus dem Spiegel aus online irgendwo gefunden von wem ist die zuschicken 3,5 Millionen Türken leben in Deutschland davon die größte Gruppe von Menschen die Hartz IV ziehen in Deutschland davon bekennen sich das stimmt nicht es gibt auch 52.000 türkische Unternehmer die Arbeitsplätze die größte Gruppe von Hartz IV von nichtdeutschen Hartz IV Bezüge aus dem Spiegel habe ich die der Spiegel ist sehr tendenziell der ist ja links 3,5 Millionen 60% davon bekennt sich zum Islam 40% von den 60% sagen sie dass sie sich zu einem extremeren Islam bekennen würden das sind in der Zahl wenn du es unterrechtest weitem weniger als du fühlst also ich will nur eins sagen ich bin total auf deiner Seite was die Kritik angeht du kommst nach Deutschland du profitierst von allen Vorteilen du lebst in einer aufgeschlossenen Gesellschaft du nimmst alles was du kriegen kannst und dann fängst du an zu verlangen und sagst ich führte einen Schwimmunterricht meinen Kopfnummer da muss es eine radikale Antwort drauf geben aber es muss auch einen Gedankengang dazu geben du musst den Gedankengang auch begründen können es ist so wie mit einem Kind bevor ich dem Kind eine runterhaue muss ich dem Kind erklären warum es das verdient hat vielleicht hast du dem Kind einfach gar keine runter doch nein das war ganz fest ich glaube vielen Dank ich glaube die richtige Frage bei Anwanderung ist doch mal was bringen die uns eigentlich und nicht immer nur hey so schlimm sind die gar nicht was bringen die uns ja was bringen die uns ja das geht ja dann nicht darum ob hier jemand was bringt darum geht es gar nicht natürlich geht es darum was bringst du denn der deutschen Gesellschaft mich können sie sich ja nicht aussuchen wenn ich hier auf die Welt geschissen werde das kann sich Deutschland ja nicht aussuchen das ist eine schöne Unterhaltung ich finde es auch ja aber doch ich finde man da Fragen ein Land das so säkularisiert ist wie Deutschland und Religion eigentlich überwunden hat muss ich nicht den Müllstein des Islamfaschismus umhängen um das dann für die zu klären sondern wir haben jetzt Koreanerinnen und Schwedinnen und Kanadierinnen verdient darf ich mal eine Sache fragen wenn 90% dieser Typen alleinreisende Männer waren wen ficken denn hier dich? deine Ex? das reicht nicht ich bin sprachlos wir brauchen Frauen wir brauchen Frauen das ist eben kein Nazi ich bin eben kein Nazi ich bin nämlich nein ich bin für ich bin für Gleichberechtigung ich bin für Schwulenehe ich bin für Ehe für alle und ich bin gegen die Leute die das nicht mal verstehen weil ganz ehrlich wenn jemand mit 30 hierher kommt und mit 25 dann ist der vom Islam so brain gewashed der versteht das hier gar nicht der denkt der denkt ja wirklich das wäre eine Nutte der checkt ja die Rules hier gar nicht der checkt gar nicht dass die Frau warum haben die Frau hier was zu sagen warum macht die Frau den Doof an was ist die Lösung? die Lösung ist dass wir wenn überhaupt Frühlingslager wir sollten Frühlingslager da bauen und denen da helfen weil du mit dem Euro auch schon viel mehr machen kannst und wir sollten wenn überhaupt Babys adoptieren weil die können dann hier in die Gesellschaft reinwachsen die anderen die erwachsen hierher kommen wachsen die nicht in die Gesellschaft rein die wesentlich säkularisierteren cooleren lässigeren Türken sind hier auch schon sehr unter sich geblieben aber die Gefahr die wir hier erleben geht ja nicht von Zugewanderten aus es geht gar nicht nur um Gefahr die Gefahr geht ja von Zugewanderten die Radikalismus geht ja von Leuten aus die hier aufgewachsen sind ja und warum sind die hier aufgewachsen? was ist schief? weil ihre Eltern hier haben Einwandern lassen nein das glaube ich nicht ich glaube die Eltern der Leute die jetzt radikal sind sind viel liberaler als man glaubt ich glaube die Radikalisierung dieser neueren Generation die auch diese Anschläge für den Krieg das ist doch der diabolische Islam da kommt eine Generation und macht darauf aufgeklärt und wenn die dann erstmal hier sind kriegen die wie so Elgens Eier da kommen dann die radikalisierten Kinder raus hast du das mit einer falschen Integration ganz ehrlich Integrationspolitik ja und die Integrationspolitik war die Sozialhilfe zu wenig? nö das meine ich nicht was war es denn? waren die Deutschkurse zu schlecht? warum können Türken in der vierten Generation teilweise kein Deutsch? haben sie sich selbst Neukölln ausgesucht? wahrscheinlich war es da billig wie der? wahrscheinlich war es da billig wo würdest du denn hinziehen wenn du in New York zu hieß? ich glaube dass das Ding zugewiesen wurde ich kenne das aus meiner Erfahrung du hast das nicht erlebt wenn meine Eltern ins Wohnungsamt gegangen sind in den 70ern hat die Frau hinter dem Tresen gesagt ziehen sie nach in Neustartes Weghofen da wohnen sie mit ihren mit ihres gleichen zusammen müssen kein Deutsch lernen das ist ganz easy so fahr das in den 70ern ja dann ist es eine Teilschuld das war der Anfang also das was sich jetzt in der nächsten Folgegeneration entwickelt hat war ein bewusster selbst kennst du den Spiegel ich habe es nur Spiegel entwickelt von 1975 das was sich dann in den Folgegenerationen weiterentwickelt hat war ein bewusster Separatismus aber da darfst du ja auch nicht vergessen also auch stolz meinst du die wollen uns nicht die wollen uns abschieben dann machen wir es eben so also es war doch so erinnerst du dich an die Zeit vor der Wiedervereinigung da war das Thema Kopftuch vergessen es gibt einen Film von Hagen das gab es aber auch überall in Berlin aber weniger es gibt einen Film von Hagen 45 war gerade mit der Deutschland in den 70er Jahren da gab es das Thema Kopftuch und in den 80er Jahren war das weg und Türken war komplett angekommen es gab eine fast homogene deutsche multikulturelle Gesellschaft durch die Wiedervereinigung und die Überforderung der Ossis ist eigentlich was Neues aufgebrochen das war eigentlich der Anlass zu dem was heute passiert die Bauer ist weg ich habe den Eindruck dass immer Schuldige gesucht werden die nicht in Klammern sind ich sage dass die Ossis sind schuldig ich sage da ist ein Clash passiert der nicht vorbereitet war ich finde es muss nur sein wie in Amerika du ziehst da hin und dann kriegst du es hin und du kannst mal ficken gehen ja pass auf jetzt fang doch mal wie heißt das ficken gehen kannst du dann nämlich nicht aber lass uns mal da bleiben das ist ein interessanter Punkt kann es sein dass ich schon wieder einsetzen habe und du gar nicht ich bin super du hast eine Leber aus Stahl meine Leber ist so faul wie mein Gehirn nach einem Stück aber lass uns den Punkt mal behalten der ist gut die Wiedervereinigung was zu der Wiedervereinigung passiert eine westdeutsche Gesellschaft mit Gastarbeitern aus der Türkei Portugal, Italien, Spanien, Kroatien musste mit ihrer buckeligen Verwandtschaft aus Westrussland Vereinigung feiern Moment, das kommt noch später das ist ja noch eine Sache für die Kohl nein ich meine jetzt die DDR unberechnet mit Westrussland meine ich die DDR nicht die Deutsch-Russland aber es ist ja doch etwas anderes die Wahl hat Kohl ja auch bekommen weil er ganz viele Russen plötzlich eingebürgert hat die mit Deutschland gar nichts zu tun haben ein großer Europäer jemand der deutschen Schäferhaut im Garten hatte war Deutschland letztlich nach der Wiedervereinigung hat die Türkei natürlich nicht gern gesehen kennst du noch den Wiedervereinigungswitz Schlange bei Aldi und der Ossi sagt wie lange dauert das hier noch was passiert dann wir haben euch nicht gerufen dann geh doch zurück nach Hause wir wollen mich hier nicht wir haben euch nicht gerufen ne ne, wir haben euch nicht gerufen naja ok pass auf jetzt habe ich gerade zum Beispiel ein Ziel hier gehabt und ich denke das wäre eine Atlantikverkalkung das wäre mega hast du das mal gemacht dass du so einen Druck gehast nochmal auf der Jahr Mauer fällt was passiert Westberliner Türken Westdeutsche Türken gehen in den Ossi die Ossis sind eigentlich null vorbereitet ideologisch wirtschaftlich auf das was sie überrumpelt ja der Osten wird komplett der Atouse verarscht alle nur Werbeschilder der Osten wird komplett verarscht Gebrauchswagen Türken verkaufen den Gebrauchswagen die nicht nur 100 Kilometer halten so und daraus entsteht Rostock daraus entsteht Mölln Solingen das ist ein Flächenbrand der sich selbst eigentlich befruchtet und entfacht ja so das ist eine neue deutsch-türkische Geschichte die da entsteht also jetzt wie viele Türken sind wir nach Wien in den Osten gegangen um das zu verstehen warum diese ich weiß, hast du da Zahlen ich glaube nicht dass die Wiedervereinigung jetzt schuld am Islamismus ist weil wir erklärst das bitte wollen wir noch so ein Fläschchen nehmen können Sie uns so eine Selektion machen Entschuldigung Selektion ist ein doofes Wort Selektion eine kleine Auswahl Selektion ja eine kleine Auswahl aus verschiedenen kleinen Sachen einfach die Reste von anderen Gästen die Sie zurückgegeben haben auf einen Teller mach mal dann dauert es aber einen Moment es kann ruhig dauern es kann ruhig aber du lässt da nicht an dich ran und das ist schade weil ich finde das nein ich will nur kurz zusammenfassen was du gerade gesagt hast die Wiedervereinigung ist zum Teil am Islamismus in Europa mit Schuld wie erklärst du das in Frankreich ich glaube dass sich das ansteckt ich glaube dass sich das angesteckt hat das ist richtig Blödsinn das ist richtig Bullshit na doch ich sehe das schon so ich glaube dass also in Frankreich gibt es ein anderes Problem weil Türken auf einmal billig in Thüringen wohnen konnten nein und da doof angeguckt wurden weil sie ihn willst du eine Antwort haben ja oder nein das ist jetzt so ja ich frage mich die Antwort nicht haben und zum Beispiel du bist zwar nicht die einzige Ausnahme von türkischen Comedians es gibt kein Problem aus der Familie doch Alf Frommer und sowas türkische Comedians ist der nicht? türkischer Almein? der ist doch ein türkischer Comedian gibt es nicht diesen Türken der auch Bayerisch spricht? Django Asyl Django Asyl gibt es auch die werden ja quasi völlig gehalten wie weil schau da gibt es doch ein der anständig sprechen kann die jodeln die Japaner ja die jodeln die Japaner aber du wolltest jetzt die Frankreich fragen also war die ernst gestellt? natürlich die Franzosen haben immer schon ein Problem gehabt mit ihren mit ihren Minderheiten aber das hat damit zu tun dass Frankreich eine andere Kolonialgeschichte hat ich glaube aber das war ein bisschen erfolgreicher als die Deutschen mit ihrem Kongo ich glaube dass die 90er Jahre der markanteste Punkt eine Wende waren und dass die FPÖ Frankreich Le Pen also den Vater noch in Holland wie hieß der Van Gogh wie hieß der vor dem der Schwule der umgebracht wurde sagst doch da bist du ja stärker drin in der Nazi-Geschichte erzähl dir mal Van Gogh na komm wie hieß der Theo nee Theo Van Gogh den haben sie ja der hatte noch noch einen ja ich weiß von Regisseur der ist ja auch umgebracht worden ein schwuler Regisseur oder ein schwuler das ist das de facto das Ende der Meinungsfreiheit herbeigeführt durch den Islam ja weil Holland da auch eine Präzedenzfunktion hatte Holland hat ja lange Jahre ein liberales Modell vorgelebt was heute sich als gescheitert erweist ja das holländische Modell ist gescheitert Multikursen ist gescheitert Holland ist ja auch mittlerweile eine Speerspitze des reaktionären Denkens in Europa Holland ist da weit vor Österreich und des modernen Denkens finde ich ich finde schon dass du dich dass du dich von ein paar Dingen befreien solltest ich habe ein Riesenproblem mit meinem kleinen Hund du kennst ja meinen kleinen süßen Hund du liebst ihn ja auch sehr wo ist er auch weiß ich jetzt ich gerade nicht aber er ist mein Augapfel und mein Ein und Alles und kein es ist ein glücksten in Verbandspiel hier einen Taxifahrer zu finden der den mitnimmt weil die haben alle auch einmal eine ganz schlimme Hundeallergie ich finde das eine Frechheit ich habe irgendwann in meinem Leben so um die 40 herum gelernt man muss nicht immer einer Meinung sein agree to disagree zu welcher Meinung bist du denn überhaupt du fragst mir immer nur mich und lächelst mich dann ich vermeide Pauschalurteile also den Islam an sich kenne ich nicht ich kann nicht sagen aber was ist denn ein guter Islam was kann Deutschland vom Islam lernen ich finde prinzipiell dass Menschen ihre Lebensregeln nach Religion nach einer höheren Instanz ausrichten die ich nicht kenne und nicht beurteilen kann das halte ich für falsch das hat nichts mit Islam zu tun das hat mit allem die Einzigen die das ernst nehmen sind ja die Muslime Katholiken und Evangelien gehen Weihnachten und Ostern in die Kirche das war es gut aber die Kreuzzüge gab es es gab viele Kriege wir sind 400 Jahre her kommst du mir jetzt in den Kreuzzügen wie oft standen ihr denn vor Wien wie oft standen ihr aber heutzutage ist doch friedlich es geht doch um heute und was soll es denn sonst gehen intolerant also friedlich ist das falsche Wort intolerant der Islam ist doch das intoleranteste was es gibt ihr werft Schwule von Dächern warum eigentlich von Dächern und warum weinert sich der Papst in den letzten Enzyklen im Jahre 2000 der Papst ist sowas wie der Weihnachtsmann der ist doch selber schwul aber du kannst über den Papst sagen er ist ein schwuler steckdosen er ist voller Pisse du kannst ihn mit Pisse besudelnd auf einem Magazinkaber abdrucken und nichts passiert wenn du das über den Propheten sagst über Mohammed dann wird dir eine Bombe in deinen Redaktionsraum gelegen dann kommt jemand mit der AK-47 und killt jeden in dem Raum und der kommt zu zweit glaube ich nicht ach Paris also ich erinnere mich Charlie Hebdo das ist nicht passiert du redest über den NSU was hat denn bei Charlie Hebdo haben die in 5 Sekunden doppelt so viele Leute umgebracht wie der NSU in 10 Jahren die scheiß Ostnazis ne Moment wir brauchen wir missbrauchen ja auch Menschen wir missbrauchen Arbeitskraft ja aber das ist das wollen wir nicht das haben wir abgemacht dass wir das nicht in diesem Podcast besprechen gut aber wenn du so autonom bist und so autark lebst dann kauf dir auch kein billiges T-Shirt von Nelson Maurits was irgendeine islamische Arbeit in Bangladesch hergestellt kannst du dich auch verlassen das ist von Gucci Gucci stellt auch in Bangladesch her was guck bitte auf das Etikett jetzt auf das Etikett jetzt kommst du mit der Bangladesch Nummer ich bin völlig bei dir ich finde zum Beispiel dass ein Toaster aus China wo die Frau mit ihrer minderjährigen Tochter zusammen am Fließband steht und den baut und dann eben schläft und die Abwässer gehen ins Wasser ungeklärt und so weiter und der kommt ja an für 10 Euro und konkurriert ja mit einem Toaster made in Germany der 50 Euro sind dass der Zoll da nichts klärt liegt ja daran dass VW auf einem freien Markt will in China VW will da viele Autos verkaufen also muss der billige Toaster gehören die Toasterindustrie glaubt dran damit VW mehr Autos in China verkaufen kann das finde ich auch falsch das hat aber nichts mit dem Islam zu tun Sie hören Tischgespräche mit Serdar Suluncu und Nils Ruf Keiner stellt T-Shirts in Bangladesch her weil alle Muslime sind sondern weil die billig sind und weil die sonst keine Skills haben die müssen T-Shirts wegen das ist kein Missbrauch klar ist das Missbrauch aber es ist auch Missbrauch dass du für 250 Euro bei einem GZ-Sender in Potsdam deine Show machen musst obwohl du 25.000 Euro wert das geht ja wieder für Austern trotzdem wärst du 25.000 wert guck mal jetzt muss ich mit meinen 60 Euro wahrscheinlich noch gleich helfen oder? Ja logo wir schweißen zusammen das heißt das ist die Zahlökobene weil die GZ-Wix dass ich die Kohle selber einsacken das ist Missbrauch das ist genauso Missbrauch wie du wirst am Mikrofon von Radio 1 genauso Missbrauch wie der T-Shirt-Zusammenklöppler in Bangladesch Würdest du die GZ auch mit dem Islam auf eine Stufe stellen? Brauchen wir die GZ? Wir brauchen die GZ nicht so sehr nicht wie wir den Islam nicht brauchen ich meine vom Islam haben wir ja nichts Doppelte Verneinung wie wir den Islam dreifach Verneinung wir brauchen die nicht so nicht wie wir den Islam nicht brauchen Doppelte Verneinung und einfache Verneinung hier gibt es zusammen nicht drei Also brauchen wir die GZ ja oder nein? Also mein Plan ist folgender wir bringen die Islamisten dazu die GZler als Feinde anzusetzen das ist sehr fruchtbar die Köpfen jetzt nehmen wir die abgeschlagene Köpfe der GZler und schlagen damit alle Islamisten tot endlich bei dir das ist perfekt der Plan damit verpesten wir den rein ungültig das ist gut sind damit auch noch die scheiß Pfälzer los ja das ist super und dann Roman we are free da muss man am besten Französisch zu sagen ich bin sofort rein ich hasse ich ich hasse Religion und natürlich ist kann man muss man dann am meisten gegen das anpassen da muss man ehrlich sein nur weil es nicht en vogue ist zu sagen aber ich persönlich glaube es würde dir besser stehen wenn du noch mehr Fundament hättest welches Fundament meinst du was willst du denn wissen von mir sag irgendeine Sure mach hier und ich sag dir was du musst den Koran nicht auswendig kennen aber ich finde es muss irgendwie alles was sonst gemacht naja es ist nicht gewachsen bei dir ich hab das Gefühl das ist so ein Reflex ne ich verstehe den Reflex guck mir nochmal pass auf ich verstehe den Reflex und ich teile ihn sogar ich sag sogar du hast total recht ne es ist absoluter Schwachsinn was da passiert aber um noch mehr auf deiner Seite zu sein du müsstest für mich noch ein bisschen klüger es wäre aber langweilig oder ach du ist ja nicht klug genug ja aber ich glaube du hast ein Übermaß an Intelligenz gepaart mit großer Faulheit genau das ist eine gute Paarung das ist Fatah nein das ist eine gute Paarung das heißt du bist immer nur bis zur Überschrift fit weil wenn du in der Artikel kommst ist es vorbei da liegst du aber ganz schön falsch glaube ich ich glaube da liegst du ich glaube dass du du bist ein Schwanzspitzenbumser wahnsinnig voraussend du bist der Schwanzspitzenbumser ich stecke nur die Schwanzspitze rein da habe ich keine Lust mehr aber du hast bis jetzt noch kein nicht sagen können was das Fundament denn ist was meinst du mit Fundament das Fundament über den Islam ja über das was du kritisierst also du musst das was du kritisierst kennen ohne es zu kennen kannst du es nicht kritisieren weil sonst kritisierst du ja was weiß ich denn nicht vieles also jetzt wo wir gesprochen haben deine gravierenden Bildungslücken haben sie sich offenbart ja haben sie sich gerade offenbart hier auf Band sei nicht so aggressiv sag doch eine du Arsch ich bin so ein Idiot nein du bist ein Idiot du bist aggressiv ich führe das Gespräch einfach mit dir das Gespräch ist geil nein du kommst dann irgendwann nein du kommst dann irgendwann mit ich verarsche dich nur aber ich glaube dass du halt so ein tribe feeling hast mit dem Islam weil es dein tribe es ist dein Stamm nein Quatsch natürlich aber du bist mega Quatsch war Geburt überhaupt nicht Muslim nein deine Eltern sind sie meine Eltern sind die schlimmsten Anti-Muslime der Welt aber sie sind Muslime überhaupt nicht meine Eltern sind absolute Agnostiker, Atheisten aber warum sind sie nach Deutschland gekommen weil sie ist nicht mehr ausgerufen waren sie pleite oder waren sie zu Hause vertrieben verstoßen nein ja verstoßen aber ihr seid ja nicht nach Deutschland gekommen weil ihr gesagt habt das ist so geil hier hier scheint die Sonne noch mehr doch noch mehr doch da ist gut nein mein Vater trinkt demonstrativ in der Fastenzeit im Flieger Whisky um die Leute zu echauffieren die neben mir aber im Flieger sind aus ihm keine Muslime die sind alle in der S-Bar in türkischen Airlines sind alle im Flieger oh nee aber das servieren sie ihm auch bitte? das servieren sie ihm auch ja ja klar weil die fliegen Business Class weil die sich distanzieren wollen von asozialen Anlass ja wir fliegen die Business Class von deinem Geld oder von ihrem? nicht von dem Geld meines Bruders was macht der? Maschinenbau und ist auch in Deutschland der ist in Deutschland hat viel Geld viel Flugmeilen haben wir ihm das beigebracht wie man nicht wie Deutsche haben wir ihm beigebracht wie man so Maschinen Slammstabstinkt mein Bruder ist auch Maschinenbau Slammstabstinkt ja echt? ja das unsere Brüder sind das Rückgrat der Familie? dieses nicht der Familie Quatsch die lachen die aus der deutschen Kriegsindustrie der deutschen Kriegsindustrie richtig mit der wir was? mit der wir welche Religion? vor den Toren Wiens ist doch unsere Familie die deutsche Kriegsindustrie ist unsere Familie fühlst du dich jetzt wohl oder unwohl? so dazwischen du hast ein bisschen Sophie Gas gegeben oh, hast du das gerochen? das war nein, du hast du bist ein bisschen was du hast du hast eine Passion ja und eine Obsession ich hasse dumme Leute religiöse Menschen sind immer dumm übrigens meine Mutter ist genauso wie du die redet genau das gleiche wie du ich hab's auch gesagt von meiner Mutter meine Mutter ist redet sich ja auch in Rage wir fahren an der Moschee in Ehrenfeld vorbei und meine Mutter macht Fotos davon um das ihren Freund in der Türkei zu schicken und zu zeigen wie hässlich diese Moschee ist ja, das würde ich auch machen das ist wirklich wahr das darf niemand in der Öffentlichkeit wissen ich hatte das war super wir waren neun ich verflogen den Typen der Konstantinopel gegen die Türken verloren ja, aus der Kirche ist die Moschee geworden ja, ja das ist so der Typ hat großes Leid der 14 52 das ist ein schlimmes Jahr wenn ich die Ruhe zurückstellen würde dann die Türken Konstantinopel erobert die großen Türken waren ganz schön die Orsman waren ein großer Eroberer haben aber im zweiten Weltkrieg völlig die Füße schlägt weißt du übrigens wie die Konstantinopel erobert haben kennst du die geschehen ein Trick, ne? ey, du weißt das das war nicht weißt das weißt das wirklich ich erinnere mich dass es ein Trick war aber ich weiß nicht mehr genau weißt du auch gegen wen sie sie erobert haben gegen wen? sag's mir ja, gegen Oströmischen Kaiser der in Kostantinopel ja, schon ein bisschen genauer komm Oströmischer Kaiser Ottokar Hadrian 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 genau Hadrian ja glaube ich also dankeschön was war der Trick? der Trick war dass die nicht über den Ziegen an ja kein Problem ja das Mikro umgeworfen ist da geht einfach in die Gespräche ja der schreckt ja nicht dass wir jetzt aufnehmen Fati Fati Sultan Mehmet an einer Stunde und 13 Minuten rede ich mich hier um Kopf und Kragen Fati Sultan Mehmet hat einen Trick gemacht und zwar sie sind nicht über den Seeweg gegangen weil diese Byzantinischen die Byzanz Konstantinopel ist eine komplett wehrhafte Stadtgebiet ja heute noch uneinnehmbar von 8 Kilometern eine riesige Stadtmauer die größte Stadtmauer die es im Raum gibt und die konnten hier nicht überbrücken und deswegen sind die über den Landweg und haben die Schiffe getragen verhandt und sind sozusagen hintenrum dann über das Schwarze Meer gekommen das ist etwas seltenes ein genialer Trick und deswegen ist Istanbul heute Türkisch die wie heißt die große Moschee nochmal in Istanbul? Hagia Sophia Hagia Sophia und früher hieß es diese schöne Kirche das ist die größte Kirche des Christentums die Hagia Sophia ich muss doch sagen dass ich über meine und die ist gefickt da musst du mal reingehen das ist so krass da sind alle Jesus-Ikonen alles übermalt mit arabischen Schriftzeichen das ist wirklich Glaubenskrieg hast du mal in aber wenn es jetzt wieder Glaubenskrieg gäbe auf welcher Seite wärst du? wärst du bei den Christen oder bei den du musst dich entscheiden nein ich entscheide wärst du bei den Muslimen oder bei den Christen ganz ehrlich eine Religion die vorne rum sagt hier Jesus und den nächsten lebe aber hinten rum für ein Stück verschenkst du so ein Stück Speck für Primus Noctum bei der Tochter ich finde das Christentum ist die wesentlich wesentlich sympathischer was mich stört ist dass wir an so einen Typen glauben der aussieht wie ein ISIS-Terrorist Jesus ganz ehrlich ISIS-Terroristen sehen aus wie scheiß Jesus ich will so ein Schweizer Jesus also wenn du den für mich muss Jesus neu geboren worden in Zürich wenn du den Islam den Islam des Mittelalters siehst den gemäßigten Islam zum Beispiel das Osmanische Reich hat ja in der Zeit in der es in großen Teilen Europas regiert hat von den Grenzen Österreichs bis hin zum Nahen Osten sehr viel gelten lassen das war eine sehr tolerante Religion muss man nicht auch das Osmanische Reich ein bisschen vom übrigen Islam abkoppeln also es war doch nochmal ja die haben das ja adaptiert und haben das auch umgebunden moderner aber einfach total und der Islam ist ja letztendlich die modernste Religion von allen es ist die späteste Religion die jüngste die jüngste und eigentlich auch reformiert also wenn du das genau betrachtest gut wenn Luther kommt später aber es ist eine reformiertere Religion als das was der Katholizismus war was heute ist ist was anderes ihr verhüllt eure Hexten wir verbränden die Mohammed selbst übrigens war ein Psychopath das war auch kein Prophet das war ein Feldherr jetzt bist du auf dem Neis Mohammed war ein Psychopath dafür lauert irgendein Verrückter ja gerne aus dem Um keine ich habe keine Angst hast du keine Angst dass ihr jemand was tut ich bin vorgestern mit einem Taxifahrer gefahren da wusste ich sofort er hat mich schon erkannt als ich eingestiegen bin Bad diese Berliner Türken sind ja auch die härtesten oder? und die Kölner und ich wusste mal gucken wie der reagiert und hab dann Deutsch mit ihm gesprochen obwohl ich wahrscheinlich 50 mal besser Türkisch kann als er und dann hat er mein Trinkgeld nicht angenommen und dann hab ich gesagt Fahrt war 16 Euro und hab gesagt 17 Liter und dann hat er gesagt nee 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 und hat mir nicht geantwortet ich hab kurz überlegt ob ich frage warum ich wusste aber dass er dann sagt du hast uns schlecht gemacht weil ich hätte den vernichtet wenn er das gesagt hätte ich hätte den getötet wirklich aber das ist mir mittlerweile echt zu anstrengen das erzählen ja auch Ötzi mir erzählt das ja auch es ist ganz krass jeder Taxifahrer ist Türke alle haben diese Vollbärte hier rasiert so ist das irgendwie das ist so wie damals 90er Jahre die Nazis Springer-Spiegel-Bombajacke jetzt wo du es so sagst vielleicht ist es eine Gegenreaktion tatsächlich vielleicht ist es deren Welle wie gefällt dir die Frau am Nebentisch die Blonde mit der Motorradjacke die eigentlich eine Lesbe ist aber oh 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 da hast du was gut oh die sieht verdammt scharf gefällt dir die Blonde oder die anderen die mit der Lederjacke die mit der Racingjacke peitschenswürdig aus aber eigentlich schon so altersmäßig eingefallene Wangen aber das spielt keine Rolle wenn der Schwanz noch reinpasst geht das ja der frisst sich ja in die rein in das Mürbefleisch wie ist die Lesbisch Alter ich glaube die ist nicht Lesbisch die ist nur die ist nur Renitent ich kriege lesbische Vibes ich finde Renitent und Lesbisch ist ziemlich nah bei einer ich sitze hier seit einer halben Stunde im gleichen Raum mit ihr und du guckst sie an sie hat mir noch nichts geschenkt kein Drink übergeschickt nichts das ist ein deutliches Zeichen dafür dass sie Lesbisch ist aber findest du das nicht am geilsten am besten umdrehen im Club Frauen niederzuficken also freche Frauen niederzuficken also das finde ich am geilsten du bist die ist jetzt du bist sehr dominant ja absolut die siehst du jetzt und du denkst so bist du damit auch Teil der bist du kniest von mir bist du damit auch Teil der islamischen Machokultur und mein Prophet zeigt dir die Richtung weil das bist oder ich finde du bist einer der modernsten Europäer die ich jemals getroffen habe ich bin der modernste Mensch die ich jemals getroffen habe ich habe schon über fünf getroffen aber du bist doch ein türkischer Macho ich bin natürlich 100% ich bin ja so ein Pseudo-Macho ich bin ein bisschen Macho aber ich mache auch zum Beispiel gerne Haushaltsarbeit ich kann auch super guten Hausmann sein mein Männerbild ist aber anders als eins für mich gehört Hausarbeit zum Macho-Sein dazu kochen, sauber machen, putzen aber auch richtig auf die Knie gehen und mit der Zahnbürste hinten in der Ecke unter dem Klo nochmal putzen ganz schlimm machst du das? ganz schlimm ach nee, du bist benibel ganz schlimm benibel putzt du wirklich die Toilette? ja heute wieder kennst du dich mit Putzmitteln aus? absolut Zagrotan hier Putztücher Toilette vor jedem Pinkelgang Zagrotan Mr. Marce? alles hallo hier und hier das ganz schlimme Zeug Breeze das ist ja für den Geruch, oder? Breeze für den Geruch und wie heißt das wie heißt das nee, nee, nicht für Breeze das ätzende Zeug Domestos nein es gibt ein Englisches Cleanest nein das ist mit B-R Brie Brub 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 das macht alles weg Frosch ist voll scheiße das kannst du trinken nach einem Marathon diese Tonne diese Essigreitige waren wir eigentlich die ganze Zeit jetzt so ernst wir haben super ernst politisch aber Frosch ist doch schmult ja das Kauf von Bresdauer Berg stellt man das draußen hin ja hast du dieses Bleichzeug das alles bleicht mit B-R komm fuck es gab ja mal in England wie bei unserem Domestos da war was drin das Haare weg macht wobei alles nur das Haare weg macht macht auch Knochen weg und du konntest eine Leiche in der Badewanne legen zwei Tage Cleanest so wie du das drüber machen und dann konntest du die durch einen Ausfluss entsorgen und dann hast du das Hauptproblem entsorgt nämlich die Leiche das geht mit Cola auch nein doch du kannst gleich in Cola einlegen das zersetzt die Cola und die Knochen ich glaube Cola zersetzt alles nein nee das ist Blödsinn Cola schmeckt gut Cola hat Phosphor und das entzieht den Knochen Calcium aha das war's echt ja ok ich kann mich mit Leichten legen du kannst auch deinen Speichel auf ein Stück Fleisch machen nach zwei Tagen ist das irgendwie verändernd weil ja dann Speichel Enzyme aber ähm wie gibt es in Deutschland keine Putzmittel mit denen du in Deutschland müsstest du ein Mittel kaufen wenn ich Oxi Air also ah was gefällt dir wenn ich Oxi Air du gehst einfach auf die pinke Verpackung die Verpackung sieht aus wie ein Technoflyer du bist ein Kid auf der 90's und deswegen kaufst du das aber wenn ich Oxi Air ist ein Todesmittel das ist super wäschst du auch wäschst ja und nimmst du Beispiele ne nie weil meine Oma hat gesagt dadurch sterben die Vögel wirklich aber das ist ein Fehler bei Handtüchern auch ja hier werden dann Bretthart ne ne wenn du keinen Beispiele ne die müssen Bretthart sein weil die dann besser saugen ich mag das wenn die so hart ne wenn die ganz hart sind aber ich mag das wenn die so ein bisschen hart sind dann weiß ich sie sauber ich weiß nie hab ich da reingewichst oder ist das frisch gewaschen es ist einfach hart aber du wichst doch nicht in Handtücher oder ich wichst gar nicht ich hab eine Freundin ach vielleicht nötig man muss schon genau überlegen wohin man wichst auch ne also das ist schon eine wichtige Sache aber im Alter ist es auch schon so jetzt ne und wir reden ja über wir sind 40 plus das ist nicht so alt wie der Trottel der hier vorbeibringt aber eindeutig ja hast du das verangst? vor Schlagern von mir das ist das was ich erzählt hab äh Verhärtung der Arterien ah ok dann hast du ein Gerinnsel die platzt es wandert in dein Gehirn du hast eine Thrombose im Gehirn stoppt da was das ist strong du hast ja neulich auch erzählt ähm kennst dich ja gut aus neulich hast du mir auch äh ich denke ich bin dumm du hast mich doch eben genossen als wir über den Islam diskutiert haben mich so als dumm und unfund ne du bist nicht dumm unfundiert hinzustellen fehlgeleitet intelligent faul hast du auch gesagt fehlgeleitet und faul intelligent welche Beleidigung fällt dir an die ich dir heute schon gegeben hätte Türke das ist eine Beleidigung per se ihr ihr der hat mich in einen Topf geschmissen mit so einer kompletten Glaubens- und Völkergemeinschaft aber das war ja ihr seid doch so eine rhetorische Figur damit wir eine Gegnerschaft herstellen können das sagt Björn Höcke auch Björn Höcke sagt auch das und der und die genau wie ich dieser Nazi und das macht mich auch zum Nazi du könntest kein Nazi sein doch ich spreche auch in der Tätersprache meine Muttersprache ist die Tätersprache ne du bist kein du kannst kein guter Nazi sein das schaffst du nicht weil ich morgens nicht gut nicht aus dem Bett komme erstens und zweitens weil du viel zu sehr von Freiheiten profitierst die du anderen nehmen willst wie will ich denn Freiheit nehmen du hättest ein Gewissensproblem wie will ich Freiheit nehmen achso aber die müsste dann ne ja lass uns mal über Gewissen sprechen Gewissen äh kennst du die Folge von den Simpsons wo Mr. Burns das so liest gewissen oder da gibt es noch eine andere Folge wo der so andere Menschen liebe Mr. Burns äh ja woher kommt das ich das ist eine soziale Konstruktion ne ich frag mich du bist ja total diese anglophile Geschichte die du hast du kennst dich echt super aus finde ich mit was denn du guckst äh Kunst Medizin Simpsons Talkshows Essen Fastfood Höhle das habe ich aber neulich schon in der Talkshow gesagt dass ich glaube dass du denkst dass du in einer anderen Sphäre in einer anderen Gesellschaft lädst als ich wirklich tue du passt nicht in diese Gesellschaft nee ne in Amerika wärst du ein ganz erfolgreicher Typ Banker ich glaube in Amerika wärst du total erfolgreicher da wird jeder verstehen was du meinst jeder im Umkehrschluss meinst du dass ich hier überhaupt nicht erfolgreich bin nee dass sich hier wenige Leute verstehen und das hat mit der Erfolglosigkeit ja nee da hast du recht ja ich fühle mich auch unterstanden das habe ich dir doch neulich auch gesagt aber ich bin so faul nach Amerika ausgewandern dass Leute in so das kann ich eh nicht nachvollziehen wie schnell der Ironieschalter bei Leuten aus ist dass die nicht wissen das kann der nicht ernst machen also egal welchen Post du gemacht hast da kommt dann direkt diese moralische Ebene die Etätbrüste das macht man nicht bla 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 die Etätbrüste so wo du denkst das kann doch und wenn es ernst gemeint ist so what hast du jetzt das Titanic Ding mitbekommen mit der Birne nee Tatz ja ähm blühende Landschaft meinst du sag mal was aber es ist ja keine Ironie bleibt bitte nicht ey was war denn da ganz schlimm gemein der Kanzer der Einheit wir haben über Kohl noch nicht gesprochen und findest du dass er berechtigterweise gewürdigt worden ist du hast ja gesagt rückblickend rückblickend absolut überhaupt nicht absolut absolut wenn du guckst was für Flitzpiepen was für Spitzenbeamte jetzt am Start sind und früher der Kohl der noch auf Eier werfende Drecksossis persönlich losgegangen ist ja ähm wie lustig dass ihm das scheißegal war der ist komm her du willst kein Ei auf mich das ist der Showfaktor nein der war sauer du willst kein Ei auf mich politisch Kohl spricht bei uns in der Nähe meines Gymnasiums und wir sagen alle ich war 15 oder 16 wir sagen wir gehen jetzt dahin wir werfen ihn mit Eiern ja wir waren Jacken voller Eier und dann sind wir dahin und dann waren wir in der Mitte der Menschen und dann drücken wir hoch und überall waren Scharfschützen weil der Grund des Kanzler war und wir hatten wir hatten wir haben uns war nicht klar also wir dachten sie schießen auf uns wenn wir irgendwas auf die Bühne werfen ja weil die waren da einfach das ist einfach da haben wir also lieber nicht geworfen das hätte ich ja gesehen dann sind wir durch die Mitte Kohl hat geredet und dann sind wir durch die Mitte wir wollten nur abhauen aber es ging nur durch die Mitte Richtung Bühne am Rand der Bühne entlang und genau in dem Moment kommt Kohl runter und war halt ein Riese der war zwei Meter oder so fett und so und man war ja auch Starstruck der stand also auf einmal vor mir ich und er so nee doch an der Backe geschnuppelt hat er nein doch und es ging an ist es wahr ja und ich hab so ha 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 ja ha ha ja hallo Herr Kohl ach das war so eine geile Liedtrinigung weil wir wir wollten ja ihn erlitten und er hat dich ausgesucht um dich nach der Backe zu alle getätselt wir waren so 3-4 Leute und dann hatten alle hier so na junge Freunde tschüss geiler Move ja der war halt schon ein Chef der war halt schon das war ein geiler Bassmove was ist der mit Barschel schrecklich wie ein Mann der die Wahrheit sagt ich hab das damit erlebt meine Eltern haben sich geschrien meine Mutter kommt aus Norddeutschland und ich hab in Norddeutschland gelebt zu der Zeit in der Nähe von Flensburg ohne näher auf meine Biografie eingehen zu wollen zu diesem Zeitpunkt auch wenn du das jetzt hast und nachfragen willst weil du das liebst weil du das liebst kennst du eigentlich Julians Blog apropos Flensburg was für ein Themensprung nimm mit dir dein Ritalin und lass uns weiterschmacken und er Julians Blog ja kommt ihr aus Flensburg echt die kommen aus Flensburg gut aber weiter also war es in Flensburg Julians Blog ist dieser Hate dann ne ach der kommt aus Flensburg ist das so eine norddeutsche Hate Geschichte da ging auch das dritte Reich zu Ende in Flensburg ja what da war die letzte Regierung des dritten Reiches hier mit dem Nachfolger mit wie hieß er Keitel nee wer war denn Dönitz Dönitz genau von der Marine Dönitz war fünf Tage noch der Führer Dönitz war fünf Tage fünf Stunden fünf Minuten ne Moment paar Tage neun Tage dreistisch ist er abgelastet Hitler umgebracht am 8. Mai war die Kapitulation der war neun Tage der Führer so wie Egon Krenz so du warst in Flensburg so und da war Björn Enghorn der Kalender der SPD Björn war halt der Kennedy des Schleswig Holsteins und Björn über dem Barschel war halt dieser dieser Fiesling und ich kann noch mich erinnern ich komme aus der Schule und unser Fernseher hatte keine Fernbedienung ich mache den Fernseher an unseren ITT Fernseher und da ist live gerade und ITT Shop Lorenz genau nicht ITT und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort ich wiederhole ich gebe Ihnen mein Ehrenwort ich habe mit diesen Nachenschaften nichts zu tun und das war das erste Medikament das ich mir merken konnte er hat gegen seine Ängste Tavor genommen ja genau und ich hatte mal eine Freundin die war Comedian und die hat mich so fertig gemacht dass ich Kopfschmerzen hatte wenn ich mit der gefügelt habe mit jedem Sturz wurde die Stärker echt wirklich wie ein Kranz hat mich über den Kopf gelegt und ich habe gedacht ich habe einen Turro und der Arzt untersucht es die Freundin ist dabei er bittet sie raus zu gehen und er sagt das ist eine komplizierte Beziehung und ich ja und er nimmst du mal das hier als Tavor ich so Tavor wie Barschle der Lügner endlich in einer Badewanne und dann sagt er das schafft eine das schafft eine Distanz zwischen ihren Problemen und vielen und ich so anders als Valium weil das habe ich schon mal genommen naja anders und es war tatsächlich so dann gingen die Kopfschmerzen weg und ich konnte sie wieder bumsen weißt du dass Oliver Polak äh äh exzessiv den Konsum von Tavor beschreibt nein ich habe es leider nicht gelesen sein Buch ich glaube dass es wie auch immer es geschrieben hat das ist ziemlich gut sogar selbst sogar wenn er es selbst geschrieben hat ja das zweite der jüdische Patient kennst du es ähm hab ich schon gelesen da hat er mir am Telefon mal erzählt und im Quatsch Comedy Club auftritt unter Tavor ja Tavor ist und die Tabletten sind wie Styropor so so Chewy und ist das wie ein Trip oder was merkst du eine Wirkung wenn es wie Valium ist es ja auch ein Valium Derivat glaube ich ne ist aber eine Droge also du bist unter Droge dann weißt du was Valium ist? ja weißt du auch also Heroin ist ein Opioid ist ein Opiat und synthetisch hergestelltes Heroin wäre ein Opioid ein Opium Derivat ne nur ein synthetisch hergestelltes Opium Derivat und ähm Heroin ist ja viel wirksamer als Opium Morphium ist noch wirksamer es gibt ja dann immer das was Prince genommen hat ist glaube ich tausendmal wirksamer als Heroin sag mal wie ist das eigentlich ich hab mit jemandem drüber gesprochen neulich wie ist eigentlich wenn du Crystal Meth nimmst ja bist du dann sofort abhängig es gibt ja so unterschiedliche Theorien einmal Heroin einmal sofort abhängig nein glaube ich nicht also bei Crack soll es ja so sein Crack soll ganz hart sein ja ist ja auch tatsächlich nur Minuten lang die Wirkung ne ein paar Minuten ein Freund von mir war Heroin ist ja auch schon so dass es so geht und dann sofort wieder runter ein Freund von mir war Heroin süchtig Ex ist dagegen tagelang ja auch Speed ne ja fast es wird sehr lang es hört einfach nicht auf es ist einfach du bist wirklich irgendwann erschöpft weil du so aufgeregt bist geistig erschöpft weil der Körper ist noch wach echt du kannst nicht schlafen ein Freund von mir hat Heroin genommen ähm sind sie halt gemerkt dass ich hier nachgespielt habe wie so ein Creep die ist deformiert das fand ich schön ich finde sie auch aus wie eine Pocher Ex ja ja absolut deformiert oder? absolut Monika Ivanka hat so ein Frankenstein Gesicht halb schickig ja bemühen sie noch so würde man auch bumsen ja aber nothing to write home about ne so ja ja der Freund von mir hat Heroin genommen man würde die bumsen aber mit Scham ich beschäm würdest du Monika Ivanka bumsen? ich hab die total aus meinem Bewusstsein verbringt du hast einfach nie gesprochen ohne dass sie irgendjemand erwähnt hat ich weiß nur dass sie wie Frankenstein aussieht ich hätte den Eindruck sie schippt gerade sie tanzt gerade an einer Stange in deinem Bewusstsein ja ja das ist ein leerer Blick ja jedenfalls soll Heroin einen ähm das soll sich total warm anfühlen wie Mutterbauch ja als für als für eine große so wie deine Hand stelle ich mir das vor eine ganz ganz große Hand in der ich vielleicht wie so eine King Kong Hand und ich bin die Frau und du und du machst die Hand zu aber 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 vorsichtig aber du hast echt keine Angst vor Drogen das finde ich total heftig ah doch inzwischen schon ich finde das so paradox also ich kann keine neue Drogen mehr probieren weil ich finde das jemand der so kognitiv ist wie du müsste doch eigentlich total Angst davor haben die Kontrolle abzugeben ja aber dann hat man ja auch dann will man ja auch das übermächtige den übermächtigen Denkapparat ausstellen ah 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 shut up aber dann musst du ja die richtige Droge aufnehmen ja man wie weiß man was jetzt richtig ist wenn man diese nicht alle probieren ah uhlala aber das probieren mon dieu das probieren selbst ist doch schon Kälzebries das probieren selbst ist doch schon Kälmele ein Risiko sind das Krebs hier in der Mitte? ja Krebseset mhm also mit Rum getränkt oder so ne? mhm mit so einem Nikör boah die Erdbeeren sind lecker ja das war mein erster Job Erdbeeren pflücken ich auch echtes? ja aber auf dem Feld ja lustig auf dem Feld ja ich auch hier ist Panna Cotta mhm ne creme brulee ich meine ich ja es ist Kälme aha ups ne Kälme brulee ist ja nicht Champagner ne? kommt nun nicht aus der Champagner es ist nicht Champagner ja ja sondern es ist similier aber es ist nicht Champagner ja woher kommst du? franz franz nicht Tunisien woher in franz sanz 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 so man als Kreuzberg wie ist das? sanz sanz u sanz 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 schn Sie lassen sich so leidenschaftlos in den Arsch ficken, finde ich. So, you can do it. It's okay. Go to the south. This is the south of my body. Check out my south. Ich habe kurz etwas gehört. Anhandverkehr. Get your backdoor kick in. Du bist großer Fan, ne? Kick your backdoor in. Du bist ein Anhandverkehrsfan, ne? Ne. Das ist nur ein Typ mit einem kleinen Schwanz. Ich bin froh, wenn ich ihn vorne reinkriege. Ich bin da echt unentschlossen. Man mag es wegen der Versautheit. Oder wie manche sagen, man mag es, weil es die Frauen nicht mögen. Ey, das stimmt nicht. Da hast du die falsche Frau kennengelernt. Ja, du hast die falsche Frau kennengelernt. Aber ein Drittel mag es und zwei Drittel mögen sie nicht. Ja, so würde ich sagen. Aber die, die es mögen, mögen es dann für die anderen zwei Drittel mit. Die mögen es für die anderen zwei Drittel mit. Das ist, was die Leute hier von diesem Podcast erwarten. Das ist ja logisch. Anal in the cold tails. Kriegst du euch zu Hause Ärger, wenn du so über Frauen sprichst? Ich auch. Aber richtig? Nein. Doch. Never. Nein. Ehrlich? Doch, ja. Ich werde zu Hause von einer 25-Jährigen ausgeschimpft. Hä? Weil du an Nachwärmherr her sagst? Sie reden selber mit Serda. So assi. Ich bin der verdorbene Freund, ne? Meine Freundin wird immer prüder. Jetzt muss ich alle Frauen unter Männernamen einspeichern in mein Handy. Ich will wieder in diese Disco. Du musst zum Beispiel Serda. Ich will unbedingt wieder in diese Disco, wo die auflegt. Weißt du, was heute übrigens ist? Was denn? Kennst du Danny Diary? Scheiße, heute ist mega Absturzgefahr. Ich merke das jetzt. Heute ist die Danny Diary Party. Da ist eine Party? Eine richtig gute Party. Fuck, Alter, wir gehen da hin. Das ist der Insel der Jugend. Wir gehen da hin gleich, ne? Ach du Scheiße. Die coolsten, die coolsten Modio-Blogger. Ich hab mir das vorgenommen, heute nicht abzustürzen, aber es ist klar, wir stürzen in jedem Fall. Du stürzt ab wie ein Flugzeug in New York an 9-11. Weißt du, wie das ist, wenn ich dienstags zurückfliege, ist es immer so. Ich nehm mir immer vor. Was willst du eigentlich da? Pass auf, montags nehm ich mir immer vor, ganz zivilisiert ins Bett. Weil mein Flieger geht immer um 7 Uhr. Weil er billig war, ne? So, und dann stelle ich, nee, 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 das Buch liefert mich. Dann stelle ich die Uhr auf 6 Uhr 15 ein, weil ich schon knapp irgendwie vor dem Boarding dahin will. Und dann wache ich auf. Ich gehe meistens, wenn wir durchstarten, bin ich dann um 5 Uhr im Bett. Und kennst du das Gefühl, wenn dein Bewusstsein, die sagt, komm 5 bis 6 Uhr 15, anderthalb Stunden, ist noch relativ lange? Nein, das kenne ich überhaupt nicht. Gar nicht? Ich bin ein Deutscher. Immer 5 Minuten vor der Zeit ist es... Wie, was ist das denn? Ist es... Wie ist es, 5 Minuten vor der Zeit? Ja. Ist der Höflichkeit ihr Zeit? Irgendwie so, ne? Das ist mein Sprichwort. Du frisst die ganzen Erdbeeren alleine, ne? Echt. Der Podcast wird gut. Was machen wir jetzt mit dem Islam? Mit unserem Namen? Mit dem Islam. Mit unserem Namen habe ich gehört. So. Das ist ja Erdbeeren mit Sahne. Nee, das ist auf Ölkopf. Das ist gut, natürlich. Erdbeeren mit Sahne. Das ist ein französischer Film. Erdbeeren mit Sahne. Uh. Rhababberkompott mit Gelee. Das ist doch Erdbeeren mit Sahne. Aber im Winter? Spargel mit... Und wenn wir uns Spekulatius nennen? Breitfeldplatz. In Erinnerung. In Memorium. Ja. Dann hast du mal gucken, wie die Daten... Wann hast du denn zuletzt mit Jan telefoniert? Boah, Ewigkeiten her. Ja? Habt ihr nichts zu besprechen? Nee. Könntest du ihn anrufen und den um 500 Euro anpumpen? Ja. 5000? Ja. Ruf ihn an. Und pump ihn um 5000 Euro an. Nein. Komm jetzt. Das wäre sehr lustig. Meine... Das ist hier so laut, gerade. Du könntest ihn doch um 5000 Euro anpumpen. Deine Mutterkalender um 5000 Euro an. Warum brauchst du die 5000 Euro? Du musst die mal aus dem Knast holen. Ja. So, pass auf. Hier. Du hast keinen Bock darauf, ne? Nee, ich will die Namen, die du geschrieben hast, vor dir. So, das wird jetzt eine lange Etappe. So ein Laut hier. Giz und Schiss, auch geil. Das war geil. Hab ich geschrieben? Ich... Das war einer von dir. Du hast, finde ich, assoziale Titel gehabt. Also, ja, hier, boah, ID-Liste, das ist tödlich. Da warst du in einem Rausch, Alter. Ey, das ist ein Rausch. Das ist ein Rausch. Ich hab einfach gearbeitet. Verbal Abuse. Polite as fuck. Polite as fuck ist aber geklaut. Ich hab ein T-Shirt, da steht jetzt drauf. Christlamismus. Zu einseitig. Über alles in Deutschland. Leben und Sterben. Christlamismus. Zu einseitig. Dabei ist es doch dual in sich, du Idiot. Leben und Sterben mit Serra. Oh nee, ist nicht gut. Schöner hören. Auch nicht schlecht. Brutal rücksichtslos. Alt, älter Balkonfrisch. Die Fütterung. Zwei Nasen tanken gern. Die Zeit von der Krankstelle runterladen. Auch nicht schlecht. Randale. Okay, hat man. Serra spricht nie für zu. Auch nicht schlecht. Sag's nicht. Sag's ihr endlich. Loslabern. Desenfant. Desenfant. Mega. Oder? Das ist mega. Zwei Kinder. Wir wollten doch französischen Namen. Ich finde den französischen Namen immer noch am besten. Desenfant. Desenfant. Ah, Desenfant. Desenfant. Wir treffen uns wieder im französischen Restaurant. Wir treffen uns wieder im französischen Restaurant und machen unseren Podcast. Ui lala. Hey, ich finde Desenfant super. Prämier. Und du redest immer auf französisch mit dem Kellner und ich bin so erniedrigt. Zwei Spritzer packen aus. Bla, bla, bla. Das ist geil. Die Kine der Mädchentalk. Sehr gut. Das heißt auf Lesbos. Hervorragend. Talkie Talk. Auch sehr gut. Der Talkshow. Ich habe mich so kaputt gelassen. Schlummi fix. Unglaublich geil. Walkie Talkie. Sehr gut. Walkie Talkie. Aber wir walken ja nicht. Wir talken doch. Gottcast. Gottcast. Le Grand Plaisir auf Baden. Le Grand Plaisir. Uhlala. Da habe ich geantwortet. Hahaha, ich kotze vor Lachen. Ich kotze vor Lachen. Hast du den schon probiert? Dann habe ich geschrieben, Yacht Club. Das ist auch geil. Richtig gut. Yacht Club finde ich auch sehr gut. Von Yachtmaster, oder? Wir tragen beide Yachtmaster. Wow, was ist das für ein... Wow. Wow. Knechte Ruprechts. Ich höre jetzt auch sehr lustig. Wir formulieren, ne? Ja. Knechte Ruprechts. Der sensible Podcast. Auha, der sensible Podcast finde ich auch sehr gut. Die Yachtmaster. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Die Yachtmaster. Henk, hast du mal halb Zeit? Das ist lecker. Probierst du mal. Tschüss ins Gesicht gesagt. Tschüss ins Gesicht. Tschüss Welle 102. Meine Notaufnahme fand ich auch sehr gut. Ja, ne? Also heißt der Friseur oft. Du magst es nicht? Ich nehme es wieder. Zwei für alles. Sehr gut. Bührerfunker fand ich auch übrigens sehr gut. Wie ist das? Bührerfunker. Wie? Bührerfunker. Bührer? Bührerbunker. Achso, Bührerfunker. Schalkzentrale. Okay. Hastler. Hotelschwarz. Zwei Stimmen im Nebel. Cockpott. Auch nicht schlecht. Cockpott ist sehr geil. Soluccio und Peniel Druck. Soluccio und Peniel. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ja. Grandalo und Liebe ist natürlich auch super. Steve. War geklaut. Dirty Talk. Sehr simpel. Dirty Talk. Oder? Dirty Talk. Dirty. Talking dirty. Dirty Talk. Talking dirty. Pot Babes. Auch nicht schlecht. Pot Babes. Ah ja, Pot Babes. Hier. Das ist auch geil. Jor. Das ganze Dirty Talk wirkt halt aus dem Stand. Bekannter schreibe ich von mir aus auch. Okay, du bist der Babbo. Was habe ich darauf geantwortet? Dann hast du geantwortet. The last podcast. Ha, ha, ha. Nein, das bist schon wirklich viele. Ich will ja auch. Deine Begeisterung. Du bist ja der ältere von uns beiden. Fisspot ist auch geil. Fisspot, ne? Na, ihr ist voll. Ja, komm. Spiel mal eine von den Audios vor, die wir uns geschickt haben. Oder löscht dein Handy das immer automatisch. Hey, Grüß Gott, Degoski fand ich sehr gut. Ja. Grüß Gott, Degoski. Sehr, sehr, sehr geil. Das ist von André Schubert. Liebe Grüße, André Schubert. Das ist ein Comedy-Autor, der, soweit ich weiß, Duell um die Welt erfunden hat. Für André Schubert? Klaus. Ich kenne den Namen. Und Schoko. Schoko und Klaus. Und wie lange sind wir jetzt schon auf Sendung? Das ist ja schon die zweite Aufnahme. Über zwei Stunden. Geil. Und kürzt du das zusammen? Ja, ich glaube vielleicht mal. Also muss ich nicht. Ich habe bei Soundcloud inzwischen, konnte ich unbegrenzt hochladen. Aber ich frage mich, ob ich einen neuen Account für uns machen muss, weil man braucht so ein RSS-Feed. Und den muss man bei iTunes angeben und dann holt sich iTunes von Soundcloud den Podcast, weil Apple speichert das nicht bei sich. Und wenn ich jetzt einen neuen Podcast mit uns generiere, ob das einen neuen Punkt braucht, weiß ich noch nicht genau. Ich bin ja auch ein bisschen new to the whole thing. Vielleicht hast du recht, ich interessiere mich für neue Technik, aber ich durchdringe sie dann teilweise nicht bis zum Boden. So wie den Islam. Vielleicht habe ich den ja auch einfach nicht begriffen. Weil heute war zum Beispiel in der Süddeutschen ein großer Artikel von einer Professorin für Islamistik aus Hamburg, dass der Islam also bereits eine reformierte Religion ist und wie toll der ist und so. Und als Foto war ganz groß eine Frau mit einem Kopftuch, die aber Mofa fährt. Und du gemerkt hast, wow, super modern. Was sagst du, dieser Moschee? Welche? In der Diskussion, die moderne Moschee. Mit der Frau, wo wir Frauen mitbeten dürfen. Naja, ein bisschen fällt ja dann der Grund weg, überhaupt Muslim zu werden. Und wenn da Frauen jetzt mitbeten dürfen und alles, ich meine, dann kannst du ja auch einfach in eine Sauna gehen oder in eine Kfz-Werkstatt, da hängen ja die Fotzen auch inzwischen überall rum. Weißt du, bist ja nirgends mehr sicher. Brutzi, wohin gehst du, wenn du einfach sicher sein willst, der Frauen? Beten willst. Ja. Beten. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Vor drei Wochen. Oh. Kann ich drauf? Es war morgens um fünf Uhr. Du bist sprachlos? Ja. Ich habe eine Kirche, in die ich immer gehe. Und ich mag das Ambiente in dieser Kirche. Ich bin nicht gläubig. Eine christliche Kirche? Weil die sind schöner als Moscheen, stimmt's? Komm. Ich finde, das Christentum hat gewonnen. Alle mögen Weihnachten. Und Kirchen sind die schönsten Gebäude. Es gibt schöne Moscheen, das stimmt. Aber die sehen bestenfalls aus wie ein hübsch dekorierter Hamam. Komm. Es gibt echt sehr schöne Moscheen. Würdest du einfach mit mir in den Hamam gehen und mich durchmussieren? Denn lass du mich massierst mit Schaum und abschrubbst. Ja, logisch. Und dann lerne ich das davon, wie du das mit mir machst. Und dann mache ich das genauso mit dir. Kennst du diese japanische Show, in der ein Typ sich einen blasen lassen muss? Und muss schnell kommen? Nee, darf nicht schnell kommen. Doch, der muss kommen. Wer ist erster, komm? Nee, nee. Nee, nee, der darf nicht kommen. Der muss schnell kommen. Nein, da kommt ein Schwuli, der muss dem einen blasen. Der Schwuli ist fett und da geht er in so eine Kiste rein. Du hast jetzt gerade zwei Sachen gesagt, in denen ich null d'accord gehe. Nämlich das Fett, also das dicke, uneffektivste. Dass man weniger schleicht kommt, wenn man bläst. Und nein. Nein, nein, das geht mir gegen den Strich. Jedenfalls bläst der Schwuli dem einen. Ja. Und der Typ muss das Fett auch halten. Es gibt ein Zeitlimit. Und in diesem Zeitlimit darf der nicht kommen. Und die kommen alle, wie verrückt, oder? Habe ich nicht mehr weiter geguckt. Ich wollte das nicht sehen. Was? Das hat mir weh getan. Also ich kenne es so, dass Mädchen den einen runterholen. Und die müssen Quizfragen beantworten und müssen möglichst schnell kommen. Aber wegen des ganzen Drucks geht es natürlich nicht so schnell. Ich dachte halt, wir könnten dann irgendwann auch mal so Selbstversuche machen. So, dann eben Hammer. Aber willst du wirklich mit mir zusammen wichsen? Ja, ich. Du mir oder ich dir oder so. Nein. So ganz stimmendes Zeug. So eine gewollte Homosexualität. Und ich rieche meine Hand und es riecht doch nach deiner Freundin. Boah, kein Bock auf sowas, ey. Würdest du was machen? Würdest du Keks fixen mitmachen? Ne. Mal angenommen, du hast beim Keks fixen mitgemacht, ne? Und du verlierst. Habe ich. Du weißt, was die Straf ist, wenn du verlierst? Ne, was? Du musst den Keks essen. Wärst du Mann, würdest du dann den Keks essen? Nein. Wenn du mitgemacht hast? Nein. Dann würdest du sagen, ich esse den Keks nicht? Also wärst du irgendwie was dann nicht? Für mich ist das Schlucken von Sperma Frauen vorbehalten. Was ist das? Für mich ist das Schlucken von Sperma Frauen vorbehalten. Frauen vorbehalten, ja? Dann verbringe ich mit mir. Was ist mit Schwulen? Weil ich bin eigentlich in Einklang. Das sind ja Frauen. Magst du es, wenn eine Frau über deinen After an deine Prostate herangeht, um dich zu stimulieren? Nein. Fühlt sich dann schwul, fühlt sich dann gefickt, penetriert. Ja. Und das stört dich ja, dass du penetriert wirst? Ein bisschen. Oder hast du das Gefühl, dass du kacken musst, wenn ein Finger in deinem Arsch ist? Und du weißt nicht genau, ob es... Ich finde es auch ein bisschen... Aber ich finde, man kann das ja am Damm... Nachdem man den Finger im Arsch hatte... Man kann das so ganz gut, da ist doch der Lamm da, dass man am Damm so drückt. Aber nachdem man den Finger im Arsch hatte, flutscht die Kack noch besser, weißt du das? Hast du die große Hafenruffahrt schon mal gemacht? Warst du schon mal bei einer Keps-Rusorgung? Ja. Wann? Ich wusste, bevor ich Keps hatte. Geschlechtsverfugel. Und da hat es schon. Da hatte ich schon einen Treffer. Und danach flutscht die Kacke besser. Weil das schon so ein bisschen geölt ist. Und geweitet. Und der Schließmustel ist schon so ein bisschen überanschränkt worden. Hast du so einen festen Schließmustel? Ja, ja, sehr. Wie so einen ganz festen Ring, so wie wenn man Marmelade einmacht, diese Gummis. Wenn du in der Nähe bist, bist du so fest, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber jeder Willi hat im Moment eine Rolex. Also ich finde, ich finde, das Modell, was er hat, ne? Das ist ja eine Rolex. Was hat er? Eine Submariner? Eine Submariner hat, im Moment trägt jeder eine Submariner. Ja. Heißt das Submariner? Aber du hast nie studiert, ne? Ich habe ja BWL studiert. Ach, und? Deswegen kenne ich das ja. Aber du hast doch die gutesten Uhr in der Welt. Heute hast du keine Ahnung. Wie sieht das habe ich keine Uhren? Bist du Uhrfetischist? Nee. Kennst du dich mit Uhren aus? Mein Vater ist ein richtiger Ohrenfetischist. Lebt er noch? Ich glaube, du glaubst, okay. Das heißt, er hat eine Uhrensammlung? Nee, ich wusste mal von dem. Hast du daher auch die Nautilus von ihm? Nee, aber ich habe daher das Interesse an Uhren. Was ist die schönste Uhr, die du kennst? Ich finde tatsächlich Patek Philipp und auch Rolex Uhren sehr schön. Nee, Rolex auch. Die Rolex, die billigste Rolex, die es gibt, die Air King. Die ist mir zu klein, ne? Ich hatte die früher. Ich finde, das ist die perfekte Uhr. Die 1,40 oder was? Ist aus Stahl. 41 Millimeter? Noch kleiner? Ja, klar. 9,30? Mid-Size. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie viele Millimeter das sind. 9,30, glaube ich. Für eine Frau eigentlich, okay. Oder für einen jungen Mann, ein bisschen filigraner. Und die ist halt kein Datum. Super schlicht. Oder die Date. Die Date Perpetual. Die auch silber, silber, super. Stahlwand? Die zieht man leider oft, aber ich mag inzwischen das Präsidentenband sehr gerne. An anderen Uhren. Ja. Oder meinst du die Äußerperpetual? Äußerperpetual Date. Mit der Lupe? Genau. Mit der Lupe, diese Träne. Was hast du gesagt? Was magst du auch gerne? Die Air King. Das ist die Fliegeruhr. Das ist eigentlich die kleinste Rolex. Hat die so ein Stoffband? Nee. Die hat einfach ein Stahlband. Wie heißt das Band nochmal? Das normale Band. Das ist das häufigste. Das Rolex Stahlband. Das reguläre. Ousterband. Jubilee. Jubilee heißt das. Genau. Ja. Mit den groben Gliedern. Ja. Und ja. Die gibt's. Die kannst du ja an Tausender schießen. Ja. Du kannst im Internet die Uhren sowieso relativ günstig machen. Hast du denn außer der... Für die meisten Leute, die Swatch kaufen, sind 1000 Euro für eine Uhr viel. Kann ich auch verstehen. Die überlebt dich ja auch nicht scheiß Uhr. Auf jeden Fall. Ich habe Uhren gehabt von 1965. Aber es kommt ja auch auf die Uhr an. Also wenn du eine gute Uhr kaufst, kann die auch 20.000 Euro kosten. Und das ist es wert. Ja klar. Und du kriegst das halt wieder. Plus, man darf nicht vergessen, dass viele Leute einfach nicht 20.000 Euro übrig haben für eine Uhr. Ja, und viele auch nicht wissen, dass die teuren Uhren nicht immer den Wert haben. Also wenn du heute eine... Auch eine Rolex hat nicht den Wert. Aber auf den Marktwert schon. Ja, aber zum Beispiel Tagheuer. Die ganzen... Das darfst du nicht kaufen, ne? Die ganzen Swatch-Geschichten. Swatch ist ja Regé. Was gehört noch alles zu. Mode-Uhren, ne? Ja, auch ein Lux. Wir haben ja mehrere Segmente. Longines gehört zu Swatch. Swatch selbst gehört zu. Tissot gehört zu Swatch. Aber würdest du all das auf dem Secondhand-Markt Geld ausgeben? Nee. Rolex, kannst du aber sicher sein. Ich finde, dass eine Uhr eine Patina hat, die angewachsen ist. Also wenn du eine Uhr selber trägst, von Anfang bis Ende, dann ist die anders, als wenn du sie kaufst von jemand anderem. Das ist wie eine Organspende. Würde ich auch nicht machen. Ich mag aber auch Gebrauchtwagen. Ja, echt? Ich mag auch keine Jungfrauen. Bei Autos ist das anders. Aber siehst du, du willst Jungfrauen bumpsen. Und ich bin Christ. Ich will eine eingefahrene Ex-Nonne. Frauen sind anders als Uhr. Schön von einem Priester einen Jungfer hat. 20 Jahre später kriege ich sie zu ihrem 19. Geburtstag. Weißt du, wer tierische Ahnung von Autos hat? Wahnsinn. Ja, warte, 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 das heißt nicht. Mein Ex-Praktikant? Ja. Ja. Ey, das ist so hammerhart. Ich weiß bis heute seinen Namen nicht. Wie heißt der eigentlich? Simon Gay. Simon Gay hieß der? Ich hab den immer einfach nur Spasti gerufen. Nee, das ist... Aber du heißt der gar nicht, ne? Nee. Nein, hab ich auch nicht. Simon ist ein super Typ. Knallertyp. Knallertyp. Hat auch Ahnung von Mode. Ich will den als Außenreporter einsetzen. Für uns? Ja. Ich finde, der gehört in unsere Show. Also, dass wir jetzt zu ihm schalten und sagen, Simon, was ist los auf den G20? Ich will hier auf den G20. Also, Ton, ja? Das ist ja tonal. Wie macht ihr den Ton mit seinem iPhone? Oder sollen wir ihn zwingen, dass er was Tolles kauft? Ey, das ist... Simon wäre super. Rufen wir ihn jetzt an? Nee. An deinem Glück, dass du jetzt nicht gesagt hast, weil dann hätte ich sofort nachgeschoben. Ich gehe mal auf Klo. Musst du das Stopp machen? Nö. Nee, ich drehe weiter. Nee, ich drehe weiter. Kommentiert das. Jetzt ist der Typ kacken, erst mal. Ich muss dir das so vorstellen, wir sind in Berlin-Mitte. In der Nähe des Springer-Verlags. Direkt am Checkpoint Charlie. Und Serda, geht das jetzt herunter. Serda trägt immer so ein Trekking-Outfit. So wie ältere Deutsche. So ein bisschen Sneaker, weitere Jeans. Dad-Jeans auch genannt. Und Funktionsjacken. Und was ist jetzt hier runter? Er ist heute wesentlich weniger angriffslustig als vorher. Ich weiß nicht genau, was wir vom Islam-Part drin gelassen haben. Ich habe ein bisschen die Bürde, mich um die technische Abwicklung dieses Podcast zu kümmern. Dafür habe ich aber auch die Chance, so Sachen rauszuschreiben. Anyway, er ist jetzt scheißen gegangen. Wahnsinn, schnelle Verdauung. Und er ist heute angenehmer, netter. Hat mich aber beim Thema Islam dann doch angegriffen, muss man sagen. Hör ich mir mal später an, wie weit er mich aufs Glatteis gebracht hat. Ich kann mir ja meine Sachen, meine eigenen Sachen immer sehr schlecht anhören. Aber was mache ich? Und zwar für euch. Und auch für meine eigene Sicherheit. Oh. Noch ein Stück Birne vom Bühnenkuchen. Von der Dessertplatte. Wir haben jetzt eigentlich als Vorspeise Ausland gehabt. Als Hauptspeise Chateaubriand. Jetzt eine Dessertplatte. Ich merke auch schon einen leichten Druck in der Herzgebung. Ich glaube ja, ich habe so eine Arterienverkalkung da. Oder ich habe Lungenkebis. Mal gucken. Ich habe mal Lungenkebis. Rauchen könnte ich auch mal. Läuft sehr gut. Da ist er wieder. In seinem V-Ausschnitt. Sweater. Ja. Ja, wie geil. Ich glaube, ich bin nicht richtig zu einem Punkt gekommen. Ich habe auch ein bisschen Entsitzung. Stell noch mal deine Frage. Ob dir das auf den Sack geht, erkannt zu werden. So, und da hat sich ja mein Ding völlig geändert. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich weniger erkannt werde als du. Und dass das abgenommen hat bei mir. Aber ich war früher wirklich so, weil ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Aber inzwischen habe ich gelernt, das auch wertzuschätzen. Nicht in jeder Sekunde, aber dieses allgemeine negative Mindset gegenüber der Welt. So ein bisschen... Was hast du bestellt? Du wolltest noch einen Schnaps zum Kaffee. Was hast du gesagt? Freizeit. Du hast gesagt, noch einen Kaffee und noch einen Schnaps. Sehr gut. Kalbantos, ist das richtig? Boah. Mils, ey, du bist... Du bist mein nächster Ehemann. Würdest du eigentlich zu Naked Attraction gehen? Zu Brot. Echt? Also, kann man mit allem mal sehen, was für einen geilen Körper ich da eigentlich habe. Boah, du sehst so scheiße. Ich finde bei Naked Attraction komisch, dass ihr nicht wenigstens die Pickel wissen wegschminkt. Bei dir würden das umbenennende Naked Destruction. Naked Disgusting. Dass sie die Pickel vom Arsch nicht wegschminken. Ja, oder? Hast du auch noch mal einen Pickel am Sack? Den du dich ganz schwer ausdrücken lässt. Und dann kommt da so eine zähflüssige Masse raus. Pickel am Sack, hast du das mal gehabt? Nein. Am Schaft. Hattest du schon mal Feigwarzen? Nein. Du hast dir in ganz Europa gebumst. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du eine Griechen gebumst hast, ohne dass du dir eine Feigwarze gefangen hast. Das willst du mir doch nicht erzählen. Was ist denn das? Hast du die auch geleckt? Und dann hast du nämlich im Hals demnächst Feigwarzen, die zu Krebs werden. Was meinst du, wie Michael Douglas seinen Zungenkrebs hatte? Bestimmt nicht vom Oboe spielen. Das ist ja ein Blasen zum Ende, ne? Ja. Holzblasen. Ich habe immer Angst, weil du, immer Angst, nicht intellektuell von dir zu glamieren. Und das ist halt so ein Kontrast zu... Was sind jetzt Feigwarzen? Feigwarzen sind HPV. Das sind... Perpes? Ne. Das sind Warzen, die an den Geschlechtsorganen entstehen. Und bei Frauen können die Gebärmutterhalskrebs erzeugen. Und das hat ein Deutscher nachgewiesen und hat dafür den Nobelpreis bekommen, dass Viren Krebs erzeugen können. Weil Feigwarzen entstehen durch Viren. Das ist ein Tumor. Also unkontrolliertes Zellwachstum. Aber gutartig. Aber Viren können doch auch Krebszellen bekämpfen neuerdings, ne? Es werden Leuten doch auf Viren gespritzt, um Krebszellen zu bekämpfen. Das erzählst du irgendwelchen Straßensutzen in Ungarn, damit du für die Hälfte bumsen kannst. Ich spritze dir jetzt mal ein paar Viren hier. Süße. Dann wirst du wieder gesund. Da musst du mir ein bisschen helfen, damit er spritzt. Kannst du ein ungarisches Wort? Ja, aber das kann ich hier nicht sagen. Wir machen ein neues Bildungsspiel. Jetzt gehst du schon wieder an. Schwanz International. In wie vielen Sprachen kannst du das Wort Schwanz sagen? Gib mir eine Marke vor. Wie viel sagen wir? 27. Ne. Glaubst du nicht? Also ich sag 10. Okay, leg los. Du sagst wie viel? 27. Nein. Also du überbietest mich, dann musst du das ja machen. Wenn du mich überbietest, musst du ja. Aber erfundenes Schwein muss es sein. Okay, also ich sag's ja. Wir zählen mit. Deutsch zählt nicht, ne? Doch, bei dir schon. Schwanz. Türkisch? Sik. Sik? Also Sik heil heißt bei euch, Schwanz ist in Ordnung. Sik. Kurz S. Also müssen die Türken immer lachen in den deutschen Stadien, wenn die dann... Sik! Dann machen doch die Deutschen gerne. Ja, das stimmt, ja. Lachen die dann? Das ist der Imperativ von Schwanz. Fick heißt das. Also Sik-Mek ist das Verb. Ach, Sik-Mek klingt ja fast wie Sik-Mek. Schwanzen. Das ist eigentlich lustig, ne? Sik ist der Schwanz, Sik-Mek ist Schwanzen, Ficken. Also wie auf Englisch Dicking. Ja. Wenn Frauen sagen, I need a good Dicking. Sowieso geil. Im Türkischen heißt es schwul auf Götveren. Das heißt Arschgeber. Ist geil, oder? Arschgeber. Arschgeber. Soll der hier in der Dünnerladen heißen. Also wir haben jetzt Deutsch Schwanz, Türkisch Sik. Holländisch Piet. 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 Französisch Köl. Richtig. Vier. Boah, zehn ist schwer, Alter. Englisch Dick. Cock. Cock, dick. Jetzt habe ich ein geiles Kroatisch. Kulatz. Kulatz? Kulatz. 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 Jasami Velike Kulatz. Das heißt, ich habe einen großen Schwanz auf Kroatisch, habe ich mir gemerkt. Das ist doch eigentlich eine weibliche Geschichte. Das ist dein weiblicher Teil. Ja, ja, klar. Dass du so sprachenbegabt bist. Keine Angst davor. Jetzt polnisch. Hui. 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 Jetzt wird es aber hart. Hui ist auf polnisch. Und R oder einfach nur Hui. Wie Hui Bu. Hui. Wie Hui Bu. So, ey, jetzt ist es schon vorbei. Sag mir doch eine Sprache. Du willst 27 wissen. Du hast doch nicht mehr, ey. Boah, ich schaff doch nicht mal 10, Alter. Ich kriege dir mal ein bisschen mehr Mühe jetzt. Was sag' er denn noch? Englisch haben wir schon? Holländisch? Französisch? Spanisch? Ich sag mir jetzt, wir machen jetzt hier einen Cut. Weil wenn wir jetzt weiter in irgendwelchen Sprachen Wörter für Penis suchen, dann kriegen wir wieder, dann kriegt das wieder so ein Geschmäckle hier in unserem Podcast. Deswegen mag ich meine 27 im nächsten Podcast. Ich lege so noch einen drauf. Ich sag 28. Und wir sprechen jetzt weiter über Helmut Kohl. Oh ja. Nein, nicht so wieder. Nein. Nein, ich hab doch eine Anekdote erzählt von Helmut Kohl. Eine persönliche. Hast du auch so eine? Weil du bist ja noch ein paar Minuten älter als ich, hast du ihn noch mal persönlich irgendwo erlebt? Nein. Er hat sich nie geknuffelt? Nein. Getätschelt? Nein, ich hab nur Angela Merkel. Oder hattest du mal Sex, während im Hintergrund Kohl live im Radio was erzählt hat? Nein. So was? Nein. Du hast keine Anekdote? Kein Sex. Bei uns zu Hause hing ein Bild aus der Titanic mit Birmen. Es wurde viel gelästert über Helmut Kohl. Birmen muss Kanzler bleiben. Ja. Es war ja vor allen Dingen so der ewige Kanzler. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal gewählt. Du hast ihn gewählt? Nein. Gewählt. Und dann hab ich das Schulter gewählt. Einfach damit, wenn man in den Anlass kommt. Und am Morgen, an dem Abend vorher, hab ich eine Frau kennengelernt und mitgenommen. Und ein Freund von mir war so besoffen und hat gesagt, nein, fick mich mit ihm. Der weiß bald deinen Namen nicht mehr. Und ich immer so, was ist denn mit ihm los? Und wir haben gebumst. Und ich hab am nächsten Tag gewählt. Und drei Jahre später war ich auf einer Party. Und baggert diese Frau an. Und geht zu meinem Kumpel und sagt, die ist ein bisschen geil. Ich glaub, da läuft was. Und er sagt, die hast du doch schon mal gebumst. Und das ist das erste Mal gewesen, dass mir das passiert ist, dass ich eine, wie ich schon mal gebumst hab, nochmal neu angebaggert hab. Und? War gut? Ja, bescheuert irgendwie, ne? Bumsen wird eh überbewertet. Ja, ja, ja. Schlimm, ne? Wie lange ist dein letzter Geschäftsverkehr her? Eine Woche. Eine ehrliche Antwort. Da bin ich schon länger her. Ich weiß gar nicht genau gerade. Aber ich war jetzt ja am Wochenende im Schloss mit meiner Freundin und sie hat ihre Tage bekommen im Schlaf. Im Schlaf? Obwohl sie einen Tampon drin hatte, war dann eine Blutlache auf dem Bett. Und es sah echt aus, als hätten wir während ihrer Tage gebumst. Und das hat uns der Schloss ja später auch vorgeraufen. Eine Sexorgue. Aber in weiterer Zeit, ich habe einen Schlaf ihrer Tage bekommen. Wo wart ihr in welchem Schloss? Schloss Stülpe hieß das. Hier in der Nähe? Ja, eine Stunde vor Berlin. Außerhalb in Berlin. Stolpe oder Stülpe? Stülpe. Okay. Wie Stülpen? Du musst die ganze Zeit daran denken, dass dieser dicke Cominion über Tabor geschrieben hat. Keine Obsession. Meine, ne? Dann ja nicht. Nein. Du hast mit dem easy... I'm done with it. Und würdest du denn auf einen erneuten Kontaktversuch von ihm eingehen? Ja. Immer. Und noch mal eine Chance geben? Eine Chance? Immer. Eine Chance. Wie bei dir. Wie immer. Ach so. Das ist eine Kategorie für dich, ja? Wenn der jetzt sagen würde, mal einen Podcast machst du mit ihm, oder? Ja. Ich bin da sehr... Wie gekränkt wärst du, wenn ich in der Woche sage, ich mache mit dir keinen Podcast mehr, ich mache den jetzt mit Oliver Polak? Das wäre nicht schlimm, ich wäre gekränkt, wenn du sagen würdest, mit Micky Beisenherz. Warum? Micky Eisenherz. Nee, ich wäre nicht gekränkt. Würdest du dich mit Micky Beisenherz prügeln? Nein. Wenn er anfangen würde? Ich antworte dir zu ernst. Und du willst eine lustige Antwort, weil ich sage, dass du die paar Ärzten antworten. Glaubst du, du würdest gegen Micky Beisenherz gewinnen? Ich antworte jetzt mal so, wie du es willst. Ich würde dem Micky Beisenherz so seine dreckige Scheißfeste polieren, weil ich so ein Aptel von Nuller. Endlich, einfach nur so, wie ein Mantenkuchen zu tun. Der trainiert ja viel. Der war als Kind dick, hat mir eine Gespielerin von ihm erzählt. Er war als Kind dick und deswegen trainiert er so viel. Aber deswegen ist er wahrscheinlich auch kräftig. Der Beisenherz ist so kräftig wie mein Arschloch. Aber du trainierst nicht viel. Und mein Arschloch schon. Ja. Was jetzt, wie mit deinem Arschloch, was meinst du? Also, du hast ihn ja schon ausgeschissen. Was? Du würdest ihn wegfurzen. Ja. Glaubt, und dann prügelt ihr euch und er gewinnt. Dann können wir den Grimme preisen. Dafür? Ja. Oder wie kriegt ihr den dann aberkrankt? Weil er Muslime verprügelt. Auf Wochener Straße. Das ist alles zum Mikrokosmos. Das ist ja sehr klein. Das ist, was über wichtige Leute reden. Das sind unwichtige Leute. Dass sich an denen abzuarbeiten lässt. Aber wir reden ja über Mohammed, Jesus. Lass mal relevanter werden. Lass mal sagen so. Helmut Kohl, wir hatten Helmut Kohl, wir hatten Mohammed, wir hatten Jesus. Und in einer Linie ist für mich da, Vicky Basingerz. Sie hören Tischgespräche mit Serdar Sounchou und Nils Ruf. Du willst ein süßes Video sehen. Wie heißt das Spiel, wo man sich einen Namen an den Kopf klebt? Ja, ja. Ich muss raten, du klebst meinen Namen an den Kopf von einer berühmten Person und ich muss raten, wer ich bin. So, das haben wir mit Valentina gespielt. Oh, geiler, geiler Kalverdoss, ey. Bin ich Bambi? Nein, Mami. Dumbo. Auf ihrer Stirn steht Dumbo und sie fragt, ob sie Bambi ist. Bin ich Bambi? Nein, Mami. Sie haben ihr Gesicht, als sie es nicht ist. Oh, die Valentina ist wirklich sehr süß. Sie ist süß, oder? Ja. So das hast du hoch. Hast eine ganz hübsche erwischt. Ach, okay, okay. Und da warst du heute? Hast du ein Panoramabild gemacht? Ja, ja. Und hier ist das überall verpfiedet. Was meinst du, wie Dennis Jüssel das findet, von der Taz kommen, das ist ein ganz Springerladen sein, wenn ich mein Gesicht schenke? Heftig. Was ist gerührt? Das ist das Feldbett, das, was ich da hingestellt habe. Um mittags mal zu schlafen. Ja, oder nachts. Ah, das finde ich aber klug. Kluger Typ. Das ist ein Jasper Jones. Das ist nicht Amerika. Mein Freund. Alter. Du bist ja auch noch, you pick it in the art scene too. You see. Sammelst du kurz? Natürlich. Was hast du schon so in deinem Lager? Unbekannte, die fünf Jahre. Na klar. Aber warum kennst du das auch? Ich habe es einfach nur fotografiert und du hast sie gezeigt und gesagt, du bist ja ein bisschen. Was ist dein Geblingsfotograf? Martin Haas. Echt? Cool. Magst du den? Ja, ich finde den nicht schlecht. Welches Buch findest du? Du hast mir mal wieder von dem gezeigt. Sein erstes Buch war... Doppel R, ne? Ja. Sein erstes Buch hieß einfach Bad Weather. Er ist ja aus England. Und es ist einfach nur Leute, die mit dem Wetter kämpfen. Aber immer lustig. Ich finde es schwer, lustig. Du schirmfliehst weg und hundelst weg. Schirmfliehst weg. Katzen, Auto leer. Ja, rutschen aus. Hast du das Hundebild gemacht in dem Park, wo der Hund so springt? Auf Instagram? Da springt ein Hund. Mein Hund. Im Regen. Nee, ein... Ja, und rennt dem Fuchs hinterher. Nee, das ist mein Hund. Und rennt dem Fuchs hinterher. Ja, 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 genau. Ja. Ach. Cooles Bild. Im richtigen Moment. Cooles Bild. Ja, die Bilder, die du machst, sind alle cool. Du bist Fotograf, mein Freund. Du bist Fotograf. Aber ich mag es wirklich sehr. Aber ich muss sagen, man produziert einen unfassbaren Ausschuss, bis man ein geiles Bild dabei ist. Würdest du das mit einer normalen Kamera ohne digital auch schaffen? Also früher so mit Film? Viel weniger. Das war die Kunst. Weil da muss man halt... Und dann kommt ja schon der Geiz, ne? Ja, nee, nicht... Du hast 36 Bilder. Ich hab gar nicht den Geiz gehabt. Ich hab mit Tim Rakete mal das. Der macht 5 Bilder, ne? Ja. Das war's. Jedes ist geil. Jedes ist geil. Ja, ja, ja. Der ist schon toll. Das ist absolut. Wobei der fotografiert ja inszenierte Sachen und keine Straßenfotografie, ne? Trotzdem fängt er in hier Momente ein. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Das ist seine Frau, aber meine Anwältin. Ah. Ja. Ja? Ja. Guter Fotograf. Guter Fotograf, gute Anwältin. Was willst du noch für Fotografen mögen? Also ich kann nicht aufhören, Terry Richardson zu mögen. Aber es gibt ja Terry Richardson, da kennst du ganz viel von. Diese ganze voll geblitzt vor weißer Wand Fotografie geht auf den zurück. Der hatte zu Anfang kein Geld für eine Kamera und hat einfach eine Kompaktkamera mit Flash genommen. Ja. Ein Gashica T4. Ja. Und dann kannst du keine unschärfen Momente herstellen oder so. Du hast als Hintergrund einfach mal eine weiße Wand genommen und das macht er bis heute. Du musst ja so einen Stil kriegen als Fotograf, das ist ja ganz schwer, weil einfach jeder Fotograf ist. Alter, was ist denn das? Heutzutage ist doch jeder Fotograf. Kennst du Natascha Merritt? Ja, klar. Wie findest du die? Ja? Bisschen zu rough, ne? Also sehr sexuell. Ja, so ein bisschen modern in den Golden, oder? Ja. Aber ich finde trotzdem, nach einer eingehenden Auseinandersetzung wird sie immer besser, finde ich. Ich habe mal Mille von Creator, so einen Metal-Sänger, zu einer Nen-Golden-Ausstellung mitgenommen. Da waren überall so Räume, wo so Filme von ihnen liefen und da haben einfach die ganze Zeit Schwule gebumst. Ja? Und da war der schon, der wollte das nicht sehen. Aber jetzt hat er einen Song gemacht, der heißt By Your Side, glaube ich. Und das ist der erste Metal-Song, der für Schwule eintritt. We Stand By Your Side. Ja. Ja. Oder Behind Your Side. Hm. Behind Your Back. Wie hast du die entdeckt? Warst du da auf der Art Brüssel? Nee, mir hat Bernd Spauke, der auch ein Fotograf ist, hier empfohlen. Bernd Spauke ist der, der das Titelbild von Lola Rendt gemacht hat. Ah. Kennst du Bernd Spauke? Guter Fotograf. Jetzt ja, jetzt weiß ich. Sehr guter Fotograf. Und, hast du noch was gekauft von den Akascha? Nee, ich aber würde ich machen. Sag mal, zu Fotografie. Ja, ich finde das sehr, sehr gut. Wie viele Werke besitzt du ungefähr? In meiner Wohnung 10. Oh? Du auch? Ich glaube, auch Fotografie. Du Hiroshi Sugimoto. Kennst du den? Na klar. Nein. Tokio Lucky Hole ist von dem. Wann bist du so ein Kunstgewandler, Alter? Find ich gar nicht. Du, das sind zufällig Leute, die ich kenne. Tetschisky Seascape, diese Serie, die er gemacht hat. Das ist halt, der hat Serien gemacht vom Meer. In unterschiedlichen Tageszeiten. Aha. Immer unterschiedlich belegt. Du siehst halt mal, siehst du den Horizont, dann ist es ganz monochrom. Oder, ähm, dann geht das über, das ist nachts. Wie heißt aber dieser Düsseldorfer? Äh, ich weiß, wen du meinst. Das gibt es nicht aus dem Meer. Nee, Kippenberger ist chaotisch. Ein Berliner. Äh. Nee, war ein Berliner aus Düsseldorf, ne? Ja, ja, ja. Ah, toll. Aber ganz ehrlich, meine absoluten Diskürste. Nächstes Mal gehen wir in die Paris-Bar. Ja. Das ist ja der Kippenberger-Place. Ja, ja. Ein echter Rebellen, großer Humorist. Der hat ja mal das SO36 übernommen, ne? Das ist so eine Punk-Kneipe hier, ne? Da siehst du das nochmal anders. Schön, ich mag das. Toll. Das sind ganz großformatige Bilder. Ach, und deswegen machst du auch alles schwarz-weiß? Ich bin wieder... Du machst ja, dein Instagram ist ja auch so, fotografierst es mehr und dann schreibst du dann mehr. Ist okay, ne? Kannst du fotografieren? Nee. Mit Blende und so? Nein, ich bin absolut... Doch, mit Blende ja, aber ich bin... Ich würde mir nie anders sagen... Kommt viel Licht in die Kamera, wenn die Blende eine große Zahl hat oder wenn die kleine Zahl hat? Wenn die eine große Zahl hat. Da kommt viel Licht rein? 400 Asa ist, glaube ich, 4. 800 Asa ist mehr. Ja? Oder? Aber das ist die Lichtempfindlichkeit des Films. Also ich hab... Die Blende ist, äh, wie groß das Loch ist? Stimmt, 3,5 etc. Oder was? Und ist 3,5 größer als 8? Das weiß ich nicht. Also du hast keine Ahnung, von der technischen Seite. Aber muss man ja auch nicht. Man kann ja auch einfach, äh, ähm... Aber du hast Rang. Du weißt das. Ganz spät. Ich hab vorher einfach echt gesnapshottet, weil ich fand, das war schon genug. Die im Moment sehen, etwas sehen und davon ein Foto machen, aber dann werden sie halt oft nicht genau gespielt. Nee, du machst das schon gut. Ich finde deine Bilder super. Und du musst dann tatsächlich diese technische Seite lernen, wenn du im Kopf hast, wie ein Foto aussehen soll. Ist das von dir? Das von mir, ja. Das sind unglaubliche Poser, die beiden. Sie ist ein Model und er ist ein Stylist, aber die können wahnsinnig gut posen, oder? Ich finde, die sehen aus wie, äh, wir gucken jetzt gerade mein Instagram an. Die sehen aus wie ein böses Couple in einem Film. Abdel Halim Said. Liz Lea Leonhard. Liz Lionhard. Warum sieht sie so verheult aus? Naja, sie war mit mir... Wir sind dann auf deinem Instagram-Account und gucken uns Bilder an. Ähm, sie ist geschminkt. Ist der Titel Psychokeller? Nee, das ist der Ort, den ich eingecheckt habe. Ich check immer an komischen Orten ein. Okay. Schloss... Ah, da wart ihr im Schloss Stöte? Ja. Okay, okay. Das in der Mitte ist ein Model aus New York, mit dem... ähm, äh, Valentina befreundet ist. Wie ist das? Und, ähm... Und der links war schon mal auf Tour mit Lady Gaga. Oh, Sensei Ruben, der gibt sich den Titel Lehrer. Ja, Sensei ist ein Lehrer, ne? Genau. Eigentlich ist er ein Kung-Fu-Lehrer, ne? Nein, nicht gerade Lehrer. Er denkt, er wäre ein Lehrer. Das ist zum Beispiel sehr schön. Wo ich da kacke? Äh, ist das wirklich wahr? Kakst du da inraub? Ich tue so. Okay. Da war nur ein Klo drin. Ich hab mich nicht einfach in den Großsalon gesetzt, sondern einfach vor allem gekackt. Guck mal, das ist hier von mir. Oh, das hast du gemacht? Ja. Das ist eine Pusteblume. Ne, das ist, ich sitze an meinem Küchentisch, hab das Handy angeschaltet, über mir war die Lampe einfach auf... Das ist geil, oder? Und was hast du da fotografiert? Die Lampe. Das ist eine Lampe. Ah, das ist so eine Wolkenlampe. Ne, keine Wolkenlampe, die ist aus Metall. Ne, ich hab das einfach so, und dann in die Lampe kommt. Ah, okay. Mit der Selfie-Kamera. Mhm. Toll. Naja. Du machst so ganz bedächtige Fotos, aber du machst dann alles schwarz-weiß, ne? Immer schlappert. Warum? Weil deine Kamera kann ja Farbe. Farbe lenkt ab. Ich finde, das ist so geil, oder? Das ist so geil. Das heißt, du magst sehr japanischer Zugang, du magst Strukturen, Schatten, und du willst durch das Weglassen von Farben da quasi so ein bisschen, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, dass Helmkohl wahrscheinlich, wenn alles gut geht, im September dein Vorgänger wird. Weil du Kanzler wirst, denn du bist Kanzler-Kandidat der Partei. In dem Modus, ja. Wie findest du das? Das geht, ne? Das ist so geil. Das geht auch. So, wir nehmen jetzt auf, weil die Leute sehen die Bilder nicht, über die wir reden. Das ist doof. Das ist super geil. Ich habe jetzt gerade entschieden. Ja, okay, du hast entschieden. Du hast recht. Du bist sehr freundlich. Ne, aber ganz klar, du bist Kanzler-Kandidat, ne? Ja, ja. Ist das einfach nur so ein bisschen Fun, oder ist da ein tightes Programm, das dir bevorsteht? Gar nicht. Null. Ich habe mir gar nicht so mal nachgedacht. Musst du auf Marktplätzen rumschreien? Ja, habe ich neulich. War unangeregt. Ja, habe ich neulich. Ist das nicht auch geil, in so einem Mikrofon zu bellen? Also geil ist, ein Plakat von sich zu sehen, mit einer riesen Frette. Ja. Und, ähm, wirklich Kanzler-Kandidat zu sein. Das ist hart. Die Leute, für die bedeutet das was. Also für ganz normale Handwerker bedeutet das, du bist fast Kanzler. Du könntest das sein. Ist ja auch so. Theoretisch, ja. Ja. Ich stehe vor, du bist, was machst du dann? Ja. Gute Frage. Wie ist es, wenn man es wird? Können Sie nicht dafür sorgen, dass unser Podcast 100% der GZ trägt? Das kann man als Kanzler nicht. Naja. Du musst hier und da ein bisschen durch. Ja, also am Wahlabend gucke ich die hier. Du musst auch mal ein bisschen durchregieren dann. Lass mal überlegen. Am Wahlabend sehe ich die Prognose und Bettina Schausten sagt... Das ist ein Trump-Moment. Große Überraschung. Der Außenseiter. 39%. CDU 13, SPD 8, Grüne 4, AfD überraschenderweise 4,8. Wer ist dann eigentlich First Lady? Schwere Frage. Könnte ich mir aussuchen. Hast du da schon kein... Du hast ja einen Haar auf, ne? Ich habe da Kandidatin im Kreis. Aber pass auf. Ja. 39% Wahlabend. Ich werde interviewt, sage große Überraschung. Vielen Dank an unsere Wähler und Wählerinnen. Hunde. Was werden sie jetzt machen? Elefantenhunde, Merkel sitzt bedröppelt mir gegenüber. Lindner, alle total frustriert. Du weißt nicht mehr, in welche Richtung du sprechen sollst. Schulz sitzt da, sagt, wir haben unser Wahlzieher klar verfehlt. Und ich werde gefragt, wie sieht es jetzt aus, was machen sie als erstes? Schwere Frage. Sag ich, keine Ahnung. Kommst du nackt? Als erstes. Nee, nee. Du hast in der Uniform machen das nicht? Leger, ja. Leger in Uniform. Jogging an... Legere Uniform. Halb-Uniform. Die Uniform deiner Wähler, den Jogging an... Und dann, was passiert dann am nächsten Tag? Nee, am nächsten Tag bist du in der Parteizentrale. Wo ist die eigentlich bei der Partei? Gibt es keine. Da kommt der Sonneborn. Das heißt, Sonneborns Wohnung. Sonneborn kommt, sagt, wir gratulieren, ich kriege einen Blumenstrauß. Warst du schon bei Sonneborn zu Hause, by the way? Nein, nein. Wohnt der in Berlin? Nee, in Belgien und in Berlin. In Russland. Und dann gibt er mir einen Blumenstrauß und gratuliert mir. Und ich habe mir... Achso, ich weiß, was ich vorhabe. Ich will ja gerne wie Hitler den Sonneborn liquidieren lassen. Warum denn? Ja, weil das... Weil er dann römisch. Weil genau, das ist genau das Thema. Das ist schwul, ne? Genau. Diese engen Anzüge. Genau. Anzüge. Diese frivolen roten Krawatten. Der ist doch schwul. Belgien ist doch kein Zufall. Das wird der Sonneborn-Putsch. Und die werden erstmal liquidiert, alle. Wird er gezwungen, sich selbst hin zu erschießen? Genau. Du legst ihm einfach eine Pistole rein und sagst, Martin? Genau. Es ist alles anders. Er heißt Martin. Er könnte auch dein Sekretär werden. Du kennst dich aus. Du kennst Bohrmann. Das ist schon mal grandios. Und du weißt, wie es gelaufen ist. Und... Was hat er nochmal gesagt, der Römer, als er sich erschossen hat? Heilhedler? Nee, äh... Heilhedler. Nee, Hedler. Heilhedler. Ich tue es für Hedler oder so, hat er gesagt. Wenn der Adi es will, dann sehen wir uns Leute im Paradies wieder. Die arme Sau. Der Römer war eine arme Sau. Gut, als ging. Aber du kennst dich gut aus. SA, SS, Römer, alles. Weißt du Bescheid? Der Römer-Putsch. Kennst du die Strasser-Brüder? Das hat mir alles der Polak beigebracht. Und die Strassers kennst du auch? Ja. Geil. Wie kommt das? Also da ist dann doch ein Fundament da. Bei den Dingen, die dich... Ich weiß genau das gleiche über den Islam. Na, das schickst du dann nicht. Ist dir unbequem. Das habe ich halt alles gelernt, während du Penis auf 42 Sprachen gelernt hast. Der Typ, der jetzt aufs Klo geht, gerade sich Zigaretten ziehen, der hat die Penisse nicht nur auf 42 Sprachen gelernt, sondern die hat auf 42 Penisse geleckt. Gelutscht. Ja. Kriegst du lieber ein geleckt als gelutscht? Ja, geleckt ist besser. Gute Frage, sehr gute Frage. Ja, danke. Absolut gute Frage. Weil das brannte mir schon unter den Nägeln die ganze Zeit. Aber man muss sich erst mal kennenlernen, wenn du was fragst. Nee, das ist eine sehr wichtige Frage. Stell dir vor, ich fahre mir zu dann... Und magst du an den Eiern mit dir da stark dran saugen? Nein. Nein. Nein, gar nicht. Schrecklich. Aua. Schmerz. Das ist nicht gut. Wohlschmerz oder Schmerz? Schrecklicher Schmerz. Schrecklich. Tschüss, mein Lieber. Ich trete die Frau in dem Moment weg. Nein. Magst du meine Frau wegtreten mit dem Fuß? Habe ich schon gemacht. Hast du echt noch nicht gemacht? Während du dir einen Bläst mit dem Fuß... Ist du schon mal von der Frau rausgeschmissen worden? Wusstest du nicht wohin? Ja. Ich habe... Pass auf, ich erzähle dir mal. Ich war früher ein ganz schlimmer Finger. Ich habe in der Band Schlagzeug gespielt. Und ich habe alles mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Ich hatte so ein Kettchen, so ein goldes Kettchen. Ein Schnäuzer. Nee, nee, weimar. Und eine Frau war total scharf auf mich die ganze Zeit. Die lungerte da immer rum. Claudia hieß sie. Und eines Abends kam es so... Das war die Nadelöhr-Situation. Und sie hat immer in Suggestivfragen gesprochen. Hat immer gesagt, entweder wir stürzen hier ab oder du gehst noch mit zu mir. Und ich habe immer die leichtere Variante genommen. Und sie hat gesagt, geh mal halt mit zu mir. Und dann waren wir bei ihr. Und dann hat sie gesagt, entweder wir bestellen jetzt noch eine Pizza oder wir gehen jetzt mit. Dann haben wir gesagt, bestellen wir noch eine Pizza. Dann haben wir Pizza gefressen. Und dann hat sie gesagt... Das Fressen, dann bummst du, das ist besser, oder? Mega. Aber oft schafft man es nicht. Und ich war total... Ich habe ein Konzert hinter mir gehabt. Ich war blau. Ich war müde. Aber du warst jung. Und ich war jung. Und Kettchen und Bart. Und dann hat sie... Netzent. Und dann hat sie gesagt, entweder du übernachtest jetzt hier oder du gehst nach Hause. Und dann hat sie gesagt, ja, übernachte ich hier. Einfach wie so eine Flipperkugel. Wie ein kleiner Fluss. Wie so ein Flipperkugel. Wie Wasser. Und dann ist sie ins Bett. Und dann hat sie gesagt, entweder wir machen jetzt noch rum oder wir schlafen jetzt. Dann habe ich gesagt, ja, wir schlafen jetzt. Und dann bin ich eingeratzt. Und habe irgendwie sofort angefangen zu schlafen. Ich habe seligen Schlaf geschlafen. Und dann hat sie irgendwann mich geweckt. Mitten in der Nacht rüttelte an mir und sagte, was ist denn jetzt los? Und dann bin ich aufgewacht und habe gesagt, wie, was ist denn los? Ich dachte, wir schlafen. Und dann hat sie gesagt, entweder es passiert jetzt was oder ich schmeiße dich raus. Aber entweder oder. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich halt. Und dann habe ich mich angezogen. Wirklich? War die so richtig? Die war schrecklich. Und habe mich angezogen. Nachts habe die Pizza mitgenommen. Den Rest der kalten Pizza. Und habe auf dem Rückweg. Musiker. Auf dem Rückweg in dieser leeren Stadt meiner Heimatstadt Neuss. Die Ampeln blinkten so. Habe ich diese Pizza gepresst und kalt. Und bist nach Hause gegangen worden. Bin nach Hause gegangen. War halbwegs glücklich. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Hatte alles vergessen. Ich war ratzebesoffen. Gehe durch die Stadt. Und dann kommt sie mir entgegen. Und neuest ist eine kleine Stadt. Da gibt es nur eine Einkaufsstraße. Alle treffen sich auf dieser Einkaufsstraße. Und sie kommt mir entgegen. Holt ihn wirklich aus. Und haut mir volle Pulle mit der flachen Hand ins Gesicht. Wirklich. Richtig. Weil ich sie nicht gebumst habe. Weil ich sie nicht gebumst habe. Und sie hatte recht. Und hast du sie zurückgegeben? Hast du sie dann weggetreten? Nee. Nee, nee, nee. Das habe ich mir später dann angewöhnt. Um solche Situationen... Wenn sie an deinen Eiern zu... Ich glaube, ja hat wer... Hast du das mal gemacht? Nee, unbedingt mal. Ben Tevap hatte ja so eine Geschichte. Dass sie einen Dreier hatte mit einer Brüche. Also einer Prostituierte und einer Zivilistin. Wie sagt man das wertfrei? Die Liebeskriegerin und die Zivilistin. Die Hure, die Prostituierte, die Bezahlte, hat ihm dann die Liebesdienerin, hat ihm die Boden... Gebissen. Dann hat er sie dann so geschlagen, weil ihr das Jochbein zerbrach. Oh, echt? Und das zerbrochene Jochbein wollte sie nun ersetzt haben. Dies zu tun weigerte sich der Glassohn. So kam die Sache vor Gericht. Hast du mit ihm was zu tun? Ich kenne ihn mit ihm. Und wie ist er drauf? Der ist sehr intelligent, sehr sensibel. Und je mehr er trinkt, dann wird er so... Der redet ohne Unterlass und dann sagst du irgendwas und dann sagt er... Nein, nein, nein. Nils, 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 Nils. Willst du ihm wieder zuhörst? Oh. So wie Kinder von einem Schokoladenregal am Supermarkt. Im Supermarkt. Und ja, er hat bei dem Podcast mit Lars Eidinger... Da habe ich gedacht, es wäre ganz lustig, so einen Schauspieler da zu haben vom Theater. Die kennen ja Technik nicht und so. Und dass er auf einmal eine Drohne über uns fliegt. Das ist mir teilt. Da kam der mit einer riesen Drohne. Ja. Da hat er super gemacht. Er hat ja auch Big Brother gewonnen. Stell dir vor, wir machen bei Big Brother mit. Big Brother gewonnen? Let's gewonnen. 38.000 Euro. Oh. Respekt. Wie oft musst du dafür auftreten live? 4, 5 Mal, oder? 1,5 Mal. 1,5 Mal, ja. Alter, da siehst du, wie viel Geld das ist. Der Schwuli ist geil, der hier mit dieser Pfadfinderhose immer langkommt, ne? Wie viel Geld müsstest du bekommen, damit du mit dem eine Nummer schiebst? Mit verbundenen Augen. Geht sofort hier auf den Tisch? Das ist so ein ganz dünner, filigraner Typ. Der hat ein Tattoo, der sieht aber sehr fragil aus. Und bin ich wieder passiv oder darf ich aktiv sein? Also da du der unschwulste Mensch bist, den ich kenne nach mir. Ich finde, wir sind beide ein bisschen schwulig. Ich glaube, es wäre scheißegal, weil du würdest dich eh total auf Fremdland begeben. Du musst passiv sein. Also sag mal so, ich hab gerade so ein bisschen... Also du würdest dich von dem Buben lassen? Ich hab ein bisschen Zommerschweiß zwischen den Gesäßwangen und ein kleines bisschen Durchfall. Das heißt, es rutscht. Ach, du hast Durchfall heute? Ein bisschen nur. Nur so ein kleines bisschen. Kennst du das, wenn man den ganzen Tag immer auf Toilette kann und immer ein bisschen was rauslassen kann? Ja, aber dann könntest du ihn ja rumziehen. Dann wäre das Problem. Nee, aber dann muss ich keinen hochkriegen. Ah, okay. Finger im Po, Mexiko? Naja, oder was er da halt zwischen den Beinen hat, kann er mir dann reinchecken, ne? Dafür kriege ich aber die ganzen 50 Euro ohne Abzüge. Also in den Durchfall rein, das wäre okay? Das wäre sein Problem. Okay, einfach. Und wenn er ihn rauszieht und sich beschwert, zeige ich den Waschinhalt. Und was, wenn er erste Maß will, dann von dir? Das ist schon eine andere Nummer. Da muss er schon was drauflegen. 500? Ich finde schon. Ich meine, ich habe auch schon eine Menge so erste Maß draufgelegt. Und ich finde, jetzt bin ich mal on the receiving end. Ab wann würdest du deine Würde verloren sehen? Meine... Wenn du fünf Schwänze auf einmal lutschen würdest, so wie so eine Nutte in so einem Pornofilm, du knieste vor fünf Schwänzen in deinem... Ich habe mal... Das wäre geil. Nils Ruf mit Vollbart hat... Unkenntlich... Unkenntlich gesperrt. Ich war mal in der... In der... In der... In der... In der... In der... Aber es war eher in der Disco eigentlich. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen... Die Vorstellung, entschuldige, ich muss nicht fassen. Mit sechs Leuten in der Toilette. Ich weiß nicht, was wir da gemacht haben. Wie kamen wir da hin? Wahrscheinlich mussten wir alle mal. Du hast den CS-Gas ins Gesicht gesprüht. Nee, das war... Das war eine andere Geschichte. Eine andere Geschichte. Ich war also mit sechs Leuten. Eine war eine Frau. Und ich habe dann mit dieser Frau geknutscht. Und aufgeholt. Und dann haben die ganzen... Ja, dann waren alle schwul. Und wir haben alle so geguckt. Und dann habe ich tatsächlich... Weil sie mir leid getan haben... Mit jedem kurz auch geknutscht. Ach, echt? Ja. Cool. Und wie fand ihr das? Und dann bin ich rausgerannt. Und wie fand ihr das? Und dann bin ich durch den Regen gerannt nach Hause. Nein, ich bin einfach zurück an die Bahn. Und mich halb beschissen und halb cool gefühlt. Ach, interessant. Hast du so ein... Ich will kein Interview führen. Ich will mit dir... Nein. Aber mit dir spricht jemand zum Interview. Hast du so einen schwulen Grundzweifel in dir? Nee, aber das sagt man ja Männern nach. Das ist jedermann eigentlich. Jedermann. Ja. Das ist Angst davor, schwul zu sein. Das gibt es natürlich bei dir manchmal ein bisschen, weil du es so mit Vehemenz von dir weißt. Ich gebe das nicht. Aber andererseits auch ein bisschen... Ich gebe das zu. Ich gebe das zu. Immerhin hast du gesagt, wir sind die unschulsten Männer der Welt. Ja, ich weiß das. Und das glaube ich nicht. Ich weiß das... Lemmy von Motorhead war der schulsteste Mann der Welt. Also nee, ich auch. Aber trotzdem hat man ja Angst davor, das zu sein. Aber man sagt ja auch, dass irgendwie über 50% aller Männer sogar mal einen Penis geblasen haben. Ich noch nie. Ich auch nicht. Kann ich mir das wirklich auch schwer vorstellen. Wie so ein dicker, biegsamer, harter, schwanzfordernd an meine Mandeln stößt. Nee, aber Angst davor zu haben ist doch natürlich, oder? Es sei denn, das wäre auch lieber Polak. Ja, aber Angst davor zu haben ist doch natürlich, oder? Du merkst erst den kühlen Bauch an der Stirn und 20 Minuten später stößt der Schwanz an deine Mandeln. Ich habe keine Mandeln mehr. Aber Angst davor zu haben ist doch natürlich, oder? Umso mehr rede ich obsessiv darüber, wie dick Oliver Polak ist. Du merkst, dass ich auch gar nicht reagiere. Ich denke immer kurz, bevor ich jetzt selber so dick werde, so lange muss ich die Zeit nutzen, ihn herabzusetzen. Herabzusetzen für seine Adipositas. Für seinen entgrenzten Körper. Was ist das, was für eine Lücke will der Fölle in seiner Seele mit all den Kohlenhydraten? Das ist eine Sperre bei mir. Ich werde darüber nicht reden. Ich mag Oliver Polak sehr gerne. Wie gerne? Sehr, so wie dich. Aber bei euch hat das ein bisschen, es hat nicht was von einer abgebrochenen Freundschaft, es hat was von einer gestreiterten Liebe. Hast du mal überlegt, DJ zu werden, irgendwann in den 90ern? Ich war in den 90ern DJ. Welche berühmten Theaterstücke hast du zur Aufführung gebracht? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Sehr gut. Danke. Endlich mal eine gute Frage. Viele. Über 120 Stücke. Als Schauspieler? Nein, als Regisseur. Sag mal eins. Ich habe mehrfach zum Beispiel viel Lern um nichts inszeniert. Ah. Shakespeare. Na klar. Beatrice und Benedikt, das ungleichste Liebespaar der Welt. Worum geht es dir in viel Lern um nichts? Benedikt hasst Frauen, Beatrice hasst Männer. Zusammen sind sie ein Superpaar. Ja, ganz easy. Okay. Hamlet. Auf den Kosten, also dieses Paar, das dann andere gemeinsam zerstört. Ne, die verkuppeln andere erst und werden dann verkuppelt. Wieder Willen. Und große Hochzeit am Ende. Was ist die Moral von der Geschichte? Die Moral von der Geschichte ist eigentlich eine relativ schwule Erkenntnis, dass Benedikt, also es hat ziemlich viele schwule Anklänge. Benedikt sagt, ich stecke mein, ich stecke doch mein Schwert nicht in eine Scheide. Und bla bla bla. Und mit Scheide meint er den Arsch eines Mannes? Na, die Scheide ist ja das, wo man das Schwert reinsteckt. Und er meint damit den Arsch eines Mannes, ja. Oder meint er die Scheide einer Frau? Zunächst mal ist es eine verblümte Beschreibung für die Scheide einer Frau. Später wird es dann aber der Mittelpunkt des Gesäßes eines Herren. Es ist so, dass er lieber mit seinen Freunden rumhängt. Und auch ein bisschen eifersichtiger ist es auf seinen nächsten Freund Claudio, der verheiratet werden soll mit einer jüngeren Braut, Hero. Kennst du das? Nein? Das ist von Kenneth Branagh verfilmt. Du holst das alles wieder hoch. Schöne Komödie. Pflegeleicht, gute Komödie. Hast du das mit so Projektionen und nackten Schauspielern inszeniert? Also so modern? Oder hast du immer darauf geachtet, dass die auch so alte Kostüme tragen? Doch, ich habe es modern inszeniert. Das war ein Globtheater in Neuss. Das Globtheater ist ein Nachbau vom Original Globtheater in London. Vor allem meine Frage, ist das Globtheater nicht in London? Genau. Und das ist so ein Theater mit drei Rängen. Mit zwei, drei Rängen. Alter, wie du deine Bildung die ganze Zeit durch die Zeilen schmuggelst. War schon modern. Habe ich dreimal gemacht. Eins, zwei, drei. Shakespeare sowieso viel. Für was ist du bist du gesetzt? Welche Rolle? Iago. Sehr gute Rolle. Iago? Iago. Othello. Kennst du Othello? Othello habe ich schon gehört. Supertarife. Othello ist der sogenannte Neger von dem Moor von Venedig. Erfolgreicher Geschäftsmann. Die Person of Color von Venedig. Genau. Der gespielt von, auch in der Verfilmung von Kenneth Brenner von Lawrence Fishburne gespielt wird. Ah ja. Und der Moor von Venedig reist nach Zypern. Und auf Zypern verliebt er sich in Desdemona, unsterblich. Und Iago, der einfach nur böse ist, was bei Shakespeare geil ist, Iago ist einfach nur böse. Er hat einfach keinen Bock da drauf. Der inszeniert Eifersucht. Das heißt, er sagt dem Othello die ganze Zeit, weißt du was, deine Frau ist untreu. Und ich habe Beweise dafür. Er tut so, als würde er ihn schützen wollen, weil er sein Freund ist. Ja, er spielt genau. Aber eigentlich ist er ein Renke-Spieler. Ja, Renke-Spieler, sehr gut. Und da siehst du mich ein bisschen. Pass auf, und das wäre eine perfekte Rolle für dich. Warum? Ist doch böse. Du könntest das nach vorne spielen. Ach, eine Gegenbesetzung. Weil es eine Gegenbesetzung wäre. Nein, das liegt einfach in deinem Naturell, der Bösewicht zu sein. Du bist der Bösewicht. Oder James Bond, das kannst du auch sein. James Bond. In einem Shakespeare-Drama... In Chubby James Bond, ne? Ja. James Bond ist fett geworden? Nein. Aber warte mal, wen könntest du denn in einem positiven Shakespeare-Drama spielen? Oder auch irgendwas, was unsere Zuhörer kennen. Also, du könntest... Werkt was aus dem Disney? Du könntest auf keinen Fall Romeo spielen. Da bist du zu alt für. Postbro bist du zu jung für. Hamlet bist du zu... Klar. Macbeth fehlt die Frau an deiner Seite. Richard III. Richard III. Die Eidinger-Rolle. Ja. Das wäre schön. Der ist ja auch evil, ne? Ja, Richard III. ist sehr evil. Antonius und Cleopatra... Gibt es vieles. Ja, vieles. Das ging jetzt mit dem Eidinger so. Er spielt ja auch immer die Twisted-Rollen. Ja, ja. Ich hatte aber den Eindruck, dass er... Wenn er, als er mal jemanden getroffen hat, der wirklich Twisted ist, dass er nicht so genau wusste, wie er damit umgehen soll. Das ist bei Schauspielern das Problem. Der spielt es halt. Und ich bin das. Ist der Lars Eidinger naiv? Ja. Viele Schauspieler sind naiv. Deswegen sind sie Schauspieler. Ein erwachsener Mensch lässt sich von niemandem was sagen. Schauspieler lassen sich nicht bestimmen. Das habe ich ihm auch gesagt. Schauspielerinnen wollen ja keine Schauspieler daten. Die sagen, das finden sie unsexy, dass die sich von Regisseuren was sagen lassen müssen. So, ähm... Wahrscheinlich meinen die das gar nicht so, weil das ist ja eigentlich ein okayes Zusammenspiel. Aber ich verstehe das schon, ne? Das... Es ist ja wirklich ein Nüchtern, Schauspieler zu treffen, ne? Warum? Ja, weil man die wahrscheinlich dann doch mit ihren Rollen assoziiert und das ist dann... Und viele sind manieriert. Bestenfalls. Auf Unsicherheit. Ich weiß nicht, ja, bin so nachachdenklich und betulich und das stimmt. Ich habe ja mal einen Scheidungsanwalt in der RTL-Serie gespielt und mein Vater, mein böser Vater, ähm, wir haben dem alle, wir haben dem beigemacht, wie den Bösen spielt. Also er hat einen Bösen gespielt. Hat dein Vater mitgespielt? Nein, das war ein Schauspieler. Wer war das? Äh, habe ich jetzt vergessen. Aber gut, ein cooler Typ. Der wurde bei mir in der Straße auch und der ist immer zum Sport jeden Tag und dann hat er mich immer getroffen und meinte, und, gehst du auch zum Sport? Ich, ja, ja. Und er so, ja, ja, Massage höchstens. Aber wie hast du das denn gemacht? Ich meine, du bist ja kein Schauspieler. Wie hast du das gespielt? Schlecht? Nö. Das Problem war zwischendurch, dass du, also sprachlich, war das manchmal am Limit zu... Von der Verständlichkeit? Ja, dass jemand dir sagen musste, hast du nicht so viel. Ja, ja. Du spielst sowieso sehr schnell und ich finde, dass du, wenn du in diesem kleinen Modus bist, im Fernsehen spielt man ja viel kleiner als auf der Bühne. Ja, das kann ich auch besser. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel vernuschelt, oder? Ja, das stimmt. Aber wie hast du das gemacht? Hatst du einen Regisseur? Ja, klar. Und? Und? Und wer war das? Uli Baumann. Ah, okay. Und der hat mit dir gearbeitet? Der war ganz nett. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass er der Richtige für diese Sache war. Ja. Ich glaube, das war so halb stecken geblieben von der Produktionsfirma, die gerade alles Atze verbrochen hat und natürlich damit auch viel erreicht hat. War das die gleiche Produktionsfirma? Sorry, ja. Ach, okay. Ich war mit Atze Schröder mal, ähm, das erste Mal in seinem Leben in einem Fernsehstudio und da haben die gesagt, als wir noch nie in einem Fernsehstudio waren, kann morgen nochmal wiederkommen, dann zeigen wir, wie das mit Rotlicht funktioniert und so weiter. Und da war Atze, der dir gesagt hat, hier, hier. Und ich bin da nicht gekommen, ich war damals ja bei Viva schon und so. Da dachte ich, ich gehe jetzt nicht auf ein Studiobeginn und höre mir an, was eine heiße oder eine kalte Kamera ist oder so, ne? Das fanden die arrogant. Anyway, später habe ich diese Serie gespielt. Ich habe das ja auch ein bisschen mitentwickelt. War das die einzige Serie, die du gespielt hast? Ja. Als Schauspieler? Ja, und noch Bernds Hexe. Kenn ich. Da spiele ich so einen kleinen, dicken Juden. Ach, der nicht? Nein, das war doch Oliver Polak. Ach so. Ich bin schon wieder total raus. Der war doch Bernds Hexe. Kenn ich nicht. Bernd hat eine Hexe und das ist Oliver Polak. Ach, echt? Ja. Und der ist die Hexe. Du hast sofort auf YouTube geguckt. Bernds Hexe. Deswegen ist der doch so beliebt in ganz Deutschland. Ich habe keine Ahnung, echt? Außer bei dir. Doch, bei mir ist er sehr beliebt. Du hast ihm die Freundschaft gekündigt. Das war die einzige Rolle, die du da mit ihm... Ich habe auch Charlies Tante gespielt. Ich habe schon mehr Sachen gespielt. Du hast Charlies Tante gespielt? Ich war Charlie. Quatsch. Doch. Wann wo? Wortmann. Hä? Bitte? Ach, da hat er blonde Haare. Ach, Bernd Stelter. Ja. Der große Bernd Stelter. Okay, und wo lief das? Sarain. German Classics. Verstehe, okay. Aha, okay. Ähm, wie heißt nochmal dieser deutsche Sänger? Heizruders Kunze. Die hat Merlin Benson auch so mag. Nun, senore, tia. Ähm, unheilig. Nein. Viel angesehener. International erfolgreich. Fischer Diesgau. Gehen wir gleich auf die Party von... Müller Fischer Diesgau. Danny's Diary. Dietrich Müller Fischer Diesgau. Diesgau. Ich komme nicht drauf. Der hat ewig hier so in Berlin rumgeeiert. Und dann ist der international eine Nummer geworden. Der hat mein Onkel gespielt. Mein Onkel Attila. Herzog? Nee, in Charlies Tante. Herzog, da habe ich ein bisschen zu sehr durchgesetzt, dass ich ein kompletter Fiesling bin. Bei mich hat es damals immer gestört, dass sie dann immer die Bösen-Koaterin noch eine Tochter haben aus erster Ehe, um die sie sich rühren kümmern und so. Heute habe ich verstanden, dass du sowas brauchst. Brauchst du sowas, um so eine Figur so ein bisschen zu erhaben und damit Leute, mit denen sie sich verbinden können. Und damit ich mich verbinden kann mit einer Figur, reicht mir, dass sie böse ist. Aber andere brauchen immer noch sowas wie, der muss noch einen Leasing-Vertrag abzahlen, der hat noch eine Tochter, der arbeitet ehrenamtlich in der Wickelstation bei Ikea oder irgend sowas. Aber da hat dich RTL mega gebumst, oder? Mit der Straße. Na ja, eigentlich hat Sony RTL gebumst, indem sie es so durchgesetzt haben mit mir. Ich glaube, sie hätten lieber Sascha gehabt. Den Sänger. Wie meinst du? Ja, ja klar. Nicht Sascha-Hein. Sascha, den Sänger. Ich finde ihn total berührend bei, sing meinen Song. Habe ich noch nie gesehen. Doch, habe ich neulich gesehen. Da war er, ähm, warte mal, das war ganz schlimm, das habe ich neulich gesehen. Da hat, ähm... Wie findest du The Boss hast? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Warum? Was denken die, was die sind? Was denken die, was die sind? Cowboys? Das sind Cowboys. Wie fandst du Gunter Gabriel? Echt? Was mit dem befreundet? Ne, Mille war mit dem befreundet, von Creator. Der ist ja vornehmlich mit Nicht-Metalern befreundet. Und der hat mich mal mitgeschleppt zu nem Gunter Gabriel Konzert. Bei dem dann irgendwann ein Ben Becker auf die Bühne stapfte. Aber der war schon rührend. Ich habe auf seiner Gitarre, auf seiner Deutschlandgitarre mal gespielt. Der war mal bei mir in der Sendung. Ach, du hast ja auch die Satin-Sendung gehabt, oder? Ja. Hast du auch immer ne eigene Fernsehsendung? Ja. Wie hieß sie? Auf NTV, SoMuncho. Und ist das so, SoMuncho? Ich habe den Titel nicht erfunden. Wer hat das gemacht? Küppersbusch. Küppersbusch? Ist das Küppersbusch, der versucht, sich in RTL 2 meint, reinzudenken? Weil eigentlich müsste ihn das doch gegen das eigene Sprache diskutieren. Ne, der hat alle seine Sendungen immer nach seinen Protagonisten genannt. Maischberger, Willemsen, SoMuncho. Der hat keine andere Idee. Ist immer so, die Sendung heißt immer so wie der Protagonist. Ist so. Ist so. Aber SoSoSoSoMuncho wäre ja besser. Ja, deine Vorschläge werden alle besser. Aber... Deswegen haben wir auch keinen Titel für unseren Podcast. Wer ist eigentlich das Biest und wer ist das Schöne? Das ist die Frage. Wer ist das Schöne? Haben wir noch nicht geklärt. Du musst viel schneiden, ne? Und lässt das so in... Lass es einfach so durchlaufen. Lass es durchlaufen? Jetzt ruhig mit der Bildung hin. Die Leute, die deine Fans sind, ne? Oder unsere Fans. Geil, ich habe meinen Ohrenschmeißen gesehen. Ja, die sind auch so, bist du da... So werden sie im Wunsch ist geboren. Sind komische Leute, oder? Also die Leute, die uns gut finden. Die Leute, die dich gut finden. Immer aus den falschen Gründen auch, ne? Also ich habe überlegt, Leute, die dich gut finden, sind Leute, die... An der Bushaltestelle warten auf einen Bus, der nie kommt. Leute, die dich gut finden, sind... Sitzen im Bus und fahren weg. Ne. Doch. Sie sind im Bus nach Deutschland gekommen. Oder so, ja. Aber irgendwie sind wir uns nah. Also die Leute im Bus und die Leute vor dem Bus... Meine sind so Besserverdiener, Gebildete... Ne. 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 Weißt du... Wer sind deine Fans? Wer sind deine Fans? Viele Frauen halt. Ja. Und du hast halt so verlorene Seelen. Ne. Ne. Viele Frauen auch. Sag ich dir. Viele verlorene Frauen. Die du auf dem Weg verloren hast. Ich habe ein bisschen so Hippie-Frauen. So... Die einen Doppelboden vermuten. Eigentlich ist der ganz sensibel... Meinst du, dass du auch viele Frauen kriegst über deine Geschichte mit anderen Frauen? Dass sie sagen, wenn die den hatte, dann will ich den auch? Ne. Das läuft ja bei Frauen ein bisschen so. Ne. Ich kriege die Frauen nur durch praktische Anwendungen. Wie sind deine Fans? Typ Wikinger? Oder Typ... Ich spreng mich in die Luft, wenn das hier nicht klappt. Ich glaube, es gibt zwei Fraktionen. Es gibt die Death-Metal-Fraktion, Typ Wikinger. Und es gibt die Hip-Hop-Fraktion. Und dann gibt es noch... Sind das Leute, die mit dem System unzufrieden sind? Zum Teil... Ja. Geil, wie sie sich über dich selber befisst. Zum Teil, ja. Ja? Ja. Hast du mit dem Kübraus-Busch schon mal was privat gemacht? Gehabt. Gemacht. Ja, ja. Hab dir was unternommen? Ein Wochenende rausfahren. Kopfklagdegen. Wrenn ist Urlaub, zwei Typen. Lass mal in der Sauna das Konzept beschnacken. Sowas? Wir waren zusammen in der Badewanne. In der gleichen... Zusammen gebadet. Nackt. Hast du seinen Schwanz gesehen? Ja. Und? Schön. Schön? Schön. Stark geädert? Nicht genau darauf geachtet. Beschnitten? Auch nicht drauf geachtet. Ich hab schnell versucht, das zu vergessen. So einen kräftigen, gummiartigen Hoden-Sack? Ja, ja. Oder so pergamentmäßig? Nein, nein. Kräftig gummiartig. Und zwar sich klar herausabzeichnende Hoden-Eier? Das hab ich schon nicht mehr gesehen. Konnte man den Nebenhoden durchleuchtend sehen? Nein, das hab ich nicht gesehen. Hat er seinen Nack rasiert? Ja. Na? Kübraus-Busch rasiert sich denn in den Sack? Das ist schon interessant. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. War er charmig? Charming, ja. Oder hat er sich ein bisschen mal was schämt? Nein. Nein. Locker? Nein. Also so richtig in der Hippie-Kommune groß geworden. Easy going. Raus. This is how I look. Raus. You take it or leave it. Let's go. Ja? Ja. Wäre lustig, wenn wir beide in die Sauna gehen würden. Dann hätten wir ein Problem, oder? Wenn wir feststellen, es ist nicht alles so heiß, wie es gekocht wird. Aber wenn dann so ein richtig dicker Unterarm vom Penis bei mir unterhängt. Stell dir vor, ich hätte einen mega Pferdepimmel. Ja. Und du hast so einen Mini-Pimmel, den man gar nicht sieht. Mikro-Pimmel. Der immer steht, weil er so kleine Skigger hier an. Das kann gar nicht hängen. Das wäre geil. Dann wäre der Podcast sofort beendet. Sofort. Aber dann, wenn es für dich immer fällt, ist ja klar. Weil du aus, nach so einer Art Gesellschaft entstammst. Eigentlich müsste man sich ja den Schwanz zeigen, bevor man miteinander umgeht, oder? Eigentlich ist das so üblich, bevor man Geschäfte macht. Kein Handschlag, sondern Schwanzschlag. In deinem Kulturkreis ist das quasi ja so üblich. Das wäre geil. Kein Handschlag, sondern Schwanzschlag. Einfach auf den Tisch. Nee, so Bing-Ding, hallo, na, Bing-Ding, guck mal hier. Ja, klar, berühlen. Guck mal hier, bing. Was ist in der Unterschied zwischen Schwarzer Tag? Im Zweifelsfall ja, aber bei Griechen. Und das heißt, ich könnte demnächst eine Komikerin live sehen und dafür bezahlen. Und habe die aber in Wahrheit schon längst mit meinem Feigwarzen bezahlt. Das schneiden wir raus. Aber ich wollte es doch zimmer sagen. Du meinst Tane? Ja. Die ist geil. Kennst du die? Was hast du eigentlich mit... Du hast Rebel Comedy gegründet. Ich habe Rebel Comedy gegründet, ja. Tane ist eine meiner Elévinnen. Denisa Armani. Von der schwärmst du ja immer noch. Sehr, sehr. Faszinierende Frau. Was ist denn das eine der intelligentesten Frauen, die jemals in dem Raum, in dem ihr euch getroffen habt, getroffen hast? Ja. Gebildet, intelligent. Da gibt es mehrere. Tane. Meinst du die Art Feigwarzen? Ja. Ja, genau. Hazel Brugger. Voll. Die ist halt sehr ein bisschen lustig ab und zu, oder? Hazel Brugger? Hazel Brugger. Fint sie wirklich? Oh. Ich finde es faszinierend, ich bin jetzt 22 oder so, ne? Das Lustigste ist, dass ihr Vater Psychiater ist. Vater Psychiater. Die wirkt halt schon krass bestört. Ja, die wirkt so wie ein Opfer, ne? Ja, nee, also die wirkt halt sehr intelligent und reflektiert, aber da will natürlich niemand in seinen Penis reinstecken. Und sagt die irgendwas, was eine Bedeutung hat? Ich wusste ein paar Mal lachen. Hey, ihre Umfragen auf Parteitag. Ja, ähm, ist ja geklaut von Between Two Fans. Die Haltung ist geklaut von Between Two Fans. Ja, ja, aber die Haltung gab es vorher auch schon. Also, ja, ich finde, Zeg Galifanakis macht ja genau das, was sie schlecht naht macht. Fragen stellen und keine Antworten wollen. Du kannst deine Fragen stellen und einfach nur das Mikro halten und doof in die Kamera gucken, aber die fragt dann schon im richtigen Moment auch nochmal nach. Ja, die ist ein bisschen overrated. Die ist nett, die ist gut, aber das Problem an der Branche im Moment ist ja, sobald jemand nur ansatzweise funktioniert, wird der ja vereinnahmt ohne Ende und verhackstückt und verbraten und die Leute sind noch gar nicht fertig. Guck mal, weißt du die letzten Nachwuchspreisträger des Community-Preises noch? Ja, klar. Wer, wer, sag. Hier, ähm, Michael Schmidt. Kenn ich gar nicht mehr. Schwarzer Komedien, richtig geil. Michael Schmidt? Ja, der hat so ein Jamaika-Ding gelaufen. Der hat doch nicht den Comedy-Preis gewonnen. Glaub ich schon. Ach, Quatsch. Du bist verrückt. Michael Ezelburger. Ach, hau ab. Dave Davis. Dave Davis? Ja. Mega. Luke Mockridge. Auf denen schießt du? Guck mal, wir müssen berloggen. David Werker. Ich möchte doch keine Ahnung, wer den Comedy-Preis gewonnen hat. Ja, heute nicht mehr bekannt. Damals gehypt. So schnell geht das. Luke Mockridge macht doch gerade die O2 voll, hast du euch erzählt. Ähm, ich mach auch die O2 voll. Die ist, wenn sie Dispensarantäne halten. Meine Mutter macht die O2 voll, du auch. Du musst das Klo von der O2 voll. Sonst farben, shake that spiegel. Luke Mockridge macht die O2 voll. Das geht keine Sau. Luke Mockridge. Der hat damals gesagt, als das war mit Arce Schröder, ne? Arce Schröder, ist er auf mich losgegangen? Der will mir übrigens bei 250.000 Euro Strafen verbieten, zu behaupten, dass er auf mich losgegangen ist. Hast du gewonnen? Klar. Nein, es ist noch in der Schwebe. Aber klage will ich das. Ich meine, er ist verklagt. Ein Gericht hat beschlossen, dass er sich mir nicht mehr nähern darf. Offensichtlich ist irgendwas passiert. Im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes. Jedenfalls war der am Nachmittag der Sendung bei Luke Mockridge und hat Bier getrunken. Er hat so viele Kölsch-Sorten probiert. Ah, ich weiß, ich weiß. Luke Mockridge hat gesagt, Arce Schröder ist ein anständiger Kerl. Das weiß ich genau. Über den Nils Kruf weiß ich das nicht. Da wusste ich, ich habe alles richtig gemacht. Wenn sein Vater bumst in der Lindenstraße, Mutter bei mir. Das ist der finale, deine Mutter wird. Und es ist real bei ihm. Ich habe mir ganz gerne den ganzen Tag, die er auch zuvoll machen. Sein Vater macht mit mir. Das war doch der creepieste Typ in der ganzen Lindenstraße, oder? Der immer so, was will der von der? Mit dem habe ich eine Szene gehabt in der Lindenstraße. Du hast mitgespielt in der Lindenstraße? Was spielst du? Einen Drogendealer? Ey, das Schlimmste, das ist der Tiefpunkt meiner Karriere. Kennst du das nicht? Das hier ist eine Tiefpunkt meiner Karriere. Ja, das stimmt auch. Das ist der nächste Tiefpunkt. Was hast du gespielt? Ein Taktiffahrer, einen Drogendealer oder einen grünen Politiker? Ich bitte nicht. Noch schlimmer. Was denn? Nichts. Du hast nichts gespielt? Meine Rolle hieß Dritter Türke. Wirklich? Das hast du schon. Das bin ich. Ich brauche den Ton. Mach mal laut. Und mach mal so auf dem Anfang. Wir müssen das richtig hören hier. Hören Sie mal, wie viele Tickets soll ich nach Batman ausstellen? Wie viele Tickets? Moment, ich muss zählen. Moment. Ruhe! 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 So geht das nicht. Spricht irgendjemand Englisch? Do you speak English? Kollege, nichts verstehen. Ja, ich auch nicht. Können Sie vielleicht übernehmen? Ich habe einen ganz dringenden Termin. Ich muss weg. Ja, aber warum denn? Ja, weil ich einen Arzttermin habe. Und außerdem stelle ich fest, dass ich unsere Kunden sowieso nicht verstehe. Nicht wahr? Soll ich jetzt alles alleine machen, oder was? Also, wenn Sie Probleme haben, rufen Sie Frau Beimer an. Ich bin jedenfalls weg. Bitte sehr. Also, letzten Endes hast du alles nur über das Türken-Ticket begonnen. Ja, eigentlich in Deutschland. Ja. Weil in der Lindenstraße, genau wie Kirch... Aber du hast angefangen mit Kirchschweiger. Ja. Bloß der musste noch... Türkschweiger. Türkschweiger. Was bedeutet denn Serdar? Hat das einen Namen? Führer. Die weiße Schlange, oder noch? Führer. Ja. Dann bist du über 1000 Mal aufgetreten mit... Aber das stimmt auch nicht, ne? Dann bin ich 252 oder 252. Nee, nicht. 1000 Mal. Übertragender. Bist du nicht 1000 Mal aufgetreten mit dem Scheiß? Ich bin im Jahr im Schnitt 250 Mal aufgetreten, war 6 Jahre auf Tour. Rechne aus. 6x250. 500. 6x250. 500. Ich verrechne mich, die Zeichen tatsächlich total oft. Und meine Freundin sagt dann immer, du kannst einfach nicht rechnen. Das ist total komisch, wenn das in den 25 hat dir gesagt. 25? Ja. Ja. Kommst du mit einem rauchen, mit dem das Ding mit? Nee. Du hörst hier? Soll ich ausmachen und du hörst weiter? Ich hör weiter. Mach mal aus, ja? Oder soll ich anlassen und du laier das nicht? Oder besser. Ja. Gehen wir gleich noch zur Party? Mach mal. Oder wirst du gleich sehr müde? Nee, 5 vor 12. Ich geh mit auf die Party. Du scheißegal, morgen sind überhaupt schön. Ich rufe dich an und sag, das ist alles. Wie kommen wir da hin? Party kommen wir hin, ne? Perfekt. Ist noch Wein da? Hallo? Ich weiß nicht wie lange eine Zigarette dauert, aber wahrscheinlich nicht lang genug, Um zu beschreiben, wie man sich fühlt, wenn man... Gerade von der Kellnerin, die Rechnung vorgelegt bekommt und denkt... Die würde ich auch gerne mal honorieren. Ja, ist nicht leicht mit Nils, aber nichts ist leicht. Ich mache mal Pausen, weil die Kellnerin an mir vorbeigeht und ich meine Lust ein bisschen verstecken muss. Das ist eine blonde Kellnerin, etwa 1,75 groß. Mittelmäßige bis ansprechende Oberweite. Fest dahinter, Mini-Rock, schwarze Strumpfhose. Blond, habe ich schon gesagt. Etwas tiefliegende Augen, aber... Zurechnungsfähig, mindestens. Dürfte jetzt nicht mehr lange dauern, dann kommt Nils zurück. Ich muss das jetzt zum Abschluss bringen. Ich bin froh, dass wir diesen wunderschönen Abend hier fast überstanden haben und freue mich auf die nächsten Podcasts. Ich distanziere mich von allem, was ich bisher gesagt habe, inklusive dem, was ich in Zukunft sagen werde. Und möchte auch, dass jeder, der das hier hört, weiß, dass ich das unter Fremdeinwirkung und fast bis zu Zwang mache. Notfalls werde ich das auch unter Eid aussagen. Insofern habe ich kein schlechtes Gewissen und auch nichts zu befürchten. Im Gegensatz zu MR. Der muss sich auf was gefasst machen, bei dem, was er alles heute hier vom Stapel gelassen hat. Aber ich werde jede Klage unterstützen, egal ob sie berechtigt ist oder nicht, weil ich der Meinung bin, dass auch Grenzen gesetzt werden müssen. Irgendwann ist Schluss mit lustig. Und auch die Satire muss ihre Grenzen haben. Der Arsch ist doch ein bisschen flacher, als ich dachte von der Kerne. Also sie ist gerade noch mal vorbeigegangen und ich konnte kurz das Vaginalrohr erkennen und dachte, passt, passt schon. Arsch ist auch nicht so wichtig, wie man denkt. Sekundär, Tertier, Quartier, auch nur ein Ersatz für das, was man sich primär verschaffen könnte. Wir sitzen hier in Berlin, im Antikot, Schützenstraße, haben einen sehr schönen Abend. Nils Ruf, mein Gesprächspartner in unserem neuen Podcast, hässlich und lustig. Ist gerade raufen, schnauert Zigarette und kommt in wenigen Sekunden wieder. Wir haben schon eine Rechnung. Nachdem, was wir alles konsumiert haben, so viel wie ein Hartz-IV-Empfänger wöchentlich bekommt. Aber gut, dafür leisten wir auch mehr und müssen kein schlechtes Gewissen haben. Scheiße. Boah, alter Schwede, ey. Gut, 60 Euro hat er dabei. Das andere muss er abarbeiten oder abarbeiten lassen von Personen seines Vertrauens. Wir gehen dann noch auf eine Party und dann werde ich mir eine aussuchen. Die Kellnerin hat inzwischen hinter der Theke ihre Haare geöffnet und streckt sich gerade so, dass ich ihre Silhouette sehe aus etwa 25 Metern Entfernung. Und tatsächlich bestätigt sich mein erster Eindruck. Flach, aber interessant. Okay. Nr ist inzwischen immer noch nicht zurück. Die Zigarette scheint länger zu brauchen. Ja, ich weiß nicht, ob die Zuhörer Spaß an diesem Podcast haben. Es ist jedenfalls der längste und ehrlichste Podcast aller Zeiten. Wir werden das noch ein paar Mal machen. Wir werden das noch ein paar Mal machen. Ich werde mich auf jeden Fall darauf einlassen. Und je mehr Zuhörer wir haben, desto überzeugter werden wir davon, dass unsere Arbeit sich lohnt. Deswegen wenig Kritik, viel Zuspruch. Das wäre die ideale Bedingung dafür, dass wir uns auch auf den nächsten Podcast freuen und uns Mühe geben. Weil niemand zwingt uns dazu. Niemand zwingt die Zuhörer dieses Podcasts zuzuhören. Schon gar nicht sich darüber zu beschweren oder sich zu äußern. Alles freiwillig. Und solange das freiwillig ist, ist es wie das Leben. Man kommt, man geht. Mal ist er schlaff. Und dann gibt es Tage, an denen er steht. Ich bleibe ein bisschen vorsichtig, weil wir gehen immer wieder Menschen am Tisch vorbei. Jetzt war es wieder der Schwuli mit der kurzen Hose und dem Tattoo. Der glaubt wahrscheinlich sowieso, dass das hier ein Catwalk ist. Aber da täuscht er sich. Nicht mit mir, nicht mit uns. Wir sind immun. Oh, die Kellnerin wird immer hübscher. Die offenen Haare sind wirklich extrem apart. Und da kommt Nils Ruf zurück. Er telefoniert mit irgendjemandem. Er redet über Bentleys. Aber dann verhaut doch niemand den Sarah, den Elias. Mit deinem kleinen Mäusefäustchen. Er telefoniert offensichtlich mit... Kriechtest du meiner Freundin noch einen richtig tiefen, festen, schönen Zungenkuss aus von mir? Einer fremden Frau, die seine Freundin kennt. Schön an die Mandeln ran, ja? Bis dann, tschüss! Meine Freundin ist gerade mit so einer krassen Influencer unterwegs. Die hat 2 Millionen Follower, läuft für Deutsche und Germaner. Und die hat einen goldenen Bentley zum Rufahren. Aber die hat sie uns jetzt nicht hergeschickt, leider. Hast du versucht? Schade. Die Kellnerin ist der Hammer, hast du gesehen? Die hatte eben noch zusammengebundene Haare. Jetzt hat sie die Haare aufgemacht. Alter, die geht aber ab. Du hast gar nicht reingehört, oder? Hast du auch nicht über dich gelästert? Ich hab gesprochen so. Hast du deine Eindrücke von mir? Ne, ich hab über dich nicht viel. Ich hab über die Kellnerin gesprochen. Die hat auch ein tolles Augen-Make-up. Also ich hab gehört, die Party ist ein bisschen überfüllt. Es grasen draußen Ponys. Das ist so eine Dead-Taste-Party mit Michaela Schäfer und so. Oh, da will ich hin. Die steht ja auf Typen wie uns, ne? Ja. Die ist so, Männer sollen auch Männer sein und so. Ich weiß. Männer sollen einfach mal genießen. Immer müssen Männer beim Oralverkehr ihre Belebungen unterdrücken. Nicht bei mir und so. So ist sie doch drauf. Ja. 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 Jetzt tu mich so. Du hast richtig gegrinst, als du es gehört hast. So, wie endlich. Willst du hin? Immer noch? Ja, okay, alles klar. Dann fangen wir jetzt hin. Wollen wir uns von den Zuschauern verabschieden? Ja. Ja, machen wir. Was gibt's denn mit auf den Weg? Irgendwas, was finde ich immer ganz wichtig. Denkt dran. Heute ist nur ein Tag. Aber euer Leben geht morgen weiter. Heute ist nicht aller Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Ich komm wieder und ich schlage. Ist das jetzt regelmäßig? Nee, ne? Mit uns? Ja. Findest du, unser Genre ist glaube ich ein bisschen Lava-Podcast, ne? Ich find's super. Findest du es verlabert? Nee. Ich glaub, die Leute mögen das, wenn man so ganz normal ist. Frei von der Leber weg. Ja, das ist ja das Schöne, dass wir keine Fassung haben. Wir machen das fassungslos. Wir machen die Leute fassungslos, wir sind ohne Fassung. Findest du dich heute rhetorisch richtig lang gemacht? Ja. Ich fand das sehr beeindruckend. Ich fand das sehr beeindruckend. Ich bin auch konsterniert. Bist du konsterniert? Ja. Nein. Doch. Das merke ich nicht. Doch. Das ist so. Bisschen müde einfach. Ich bin müde. Geschafft einfach. Erschöpft. Erschöpft. Vollgefressen auch ein bisschen. Erledigt. Platt. Aber doch, erregt auch ein bisschen. Ein bisschen erregt. Ich möchte dir jetzt eins versprechen. Wenn du diesen Podcast lieber mit Oliver Polak fortsetzen möchtest, ne? Dann geb ich dir dieses Aufnahmegerät und du kannst es mit meinem Aufnahmegerät weitermachen. Ich will nochmal so als spezielle Entwürdigung. Dann müsste keiner von euch beiden religiösen Extremisten-Guideshelsen einen neuen kaufen. Das war die erste Folge von Der Schöne und Zumunschu. Oh, schön. So heißt das jetzt. Das ist gut. Oh, das ist schön. Und Zumunschu schaltet bald wieder ein, wenn es heißt, weiter geht's. Aber heute sagen wir, das war's. Schaltet die Gäte ab und genießt mal ein bisschen auch die Natur. Tschüss. 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 Das war Tischgespräche mit Serdar Sumucu und Nils Hof. Tschüss. Tschüss. Tschüss.